Ich würde schon sagen, dass das so rötlich sein sollte, aber wir haben Nähe schon in Rot. Wir machen das pink-grün, genau, pink-grün, wegen den Ropen. Die werden zu lebenslanger Fälscher vorurteilen, also, Digger. Boah, eigentlich könnten wir Hukulur wegmachen für Tagsam. Nee? Okay, niemals, okay. Hukulur. Krow, danke schon für die Prime-Suppen-Suppen-Sechsten. Und Chuck, danke schon für fünf giftige Zapps. Ihr bitte nicht, okay? War ja nur so eine Idee. Welcher Start ist am besten bei Raid? Der Kael, dieser Elfentyp. Nimm den. Ist gut. Also, Digga. Also, Digga. Also, Digga. Was geht? Was geht? Klar, Digga. Ich hasse dich dafür, ne? So sehr. Ich hasse dich einfach nur. Jürgen, du sagst das öfter. Ja, ich kann... Weil das in meinem Gehirn drin ist, Junge. Also, Digga. Ich krieg das nicht weg. Also, Digga. Ich bekomm das nicht weg, Junge. Was machen Sachen? Oh, mich hat keiner angerufen. Ich hab keine Freunde. Raupen. Raupen. Ich brauch gar nicht jetzt angucken, ob mich da angerufen hat. Fällt mich einer zu verwahrstellen? Ich muss den Stirling rausnehmen. Ja, könnte ich machen. Warte, ich muss gucken, ob ich Geld dabei hab. Ich hab Geld. 1.000 Dollar, was, ne? Ja, ja. Das ist doch ein Automat. Also. Koldi, wie geht's deinem Schwanz? Jit. Also. Also, Digga. Boah, ich steck alle damit an, jetzt. Das ist übrigens ein Zitat von einem ganz weisen Mann. Der hieß Theotoretisch. Dein Ziegenbart. Hab ich mir auch überlegt, ob ich mir nur ein Ziegenbart stehen lasse. Warum ist das auch in Mode? Ja. Boah. How many Geld haben wir hier? Ja, anscheinend schon. How many Geld? How many Geld would ich dir das Geld hier gar nicht geben? Doch, wo denn? Ah. Guten Abend, der Herr. Hi. Hi. Ich hab Geld abgeholt. Ja. Ambo. Ambo. Ist das unser Bus? Ach, du Scheiße. Scheiße auf den Sterling, Bruder. So spannt er mal. Okay, hätte ich gewusst, dass er so langsam ist, ne? Jetzt wird erstmal der Park umgebaut. Oder ich fahr zu den Folders und stampf alle sein. Boah, ist die... Alter, leck mich am Arsch. Ach ne, man muss das ja runter machen. Das hab ich gelernt, als ich auf der Messe gearbeitet hab. Mit Gabelstapler. Man darf das Ding nicht so hoch haben. Weil das ist die Verletzungsgefahr so hoch. Man muss das immer so unten hangen. Das muss lackiert werden, das Moppet. Das sag ich euch, das machen wir heute auch noch. Ne, ich hab meine Empfehlungslinks noch nicht verballert, Masahiro. Aber da musst du warten, bis nach dem Streamen. Dann kann ich dir einen Chicken, wenn du Bock hast. Aber du hast keinen Vorteil dadurch, ne? Nur ich. Ich krieg dann so Energie zum Spielen und so ein Quatsch. Und ich wiederhole das nochmal, Masahiro, wenn du mit dem Game anfängst, du musst kein Geld ausgeben, ne? Du kommst sehr, sehr weit ohne. Trust me. Das ist kein Spiel, was man 24 Stunden am Tag zocken soll. Das ist ein Handyspiel von nebenbei. Also ich mach das an der Maus. Das ist, äh, Auto nach vorne und nach hinten lehnen. Das sind die zwei Tasten. Äh, Raid Shadow. Handy Game. Ja, Grüße. Ey, Bruder, was geht? Ich hab die Schlauze voll, ich stampel jetzt das Haushalt ein. Wo hast du den? Ich will auch so einen. Den hab ich geklaut. Von Bosch-Däler. Ich will auch so einen. Ich geh jetzt meine Perle damit abholen. Weil die ist dick. Bruder, dann musst du dir aber echt, äh, meintest du, einer reicht? Jetzt find ich erstmal die Hardys. Aber wie ein Bulldosser durch die Hood. Na klar. Erstmal aufräumen. Viel Spaß. Haus rein, die. Malzeit. Das sind sogar welche. So, ihr Schwanzlutscher. Jetzt brauch ich auch einen Turf um. Mach die Karte da weg. Das ist mein Turf jetzt hier. Ihr zählt jetzt aus, sonst kriegt ihr den Bräckchen. Hallo. Weg damit, das steht mir noch auf die Straße. Wo hast du das her? Aus dem Ü-Ei. Mach Platz. Ich will auch einen. Halt ab. Das ist jetzt mein Turf. Oh weh, ich bekomme dafür Ärger, Alter. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass das auf Rage funktioniert, dass du das Auto so weggeben kannst. Egal. Ich bin zwar die Reparatur, naja. Ich muss das Ding eh. Wo soll ich das hinfahren? Ach, zur Villa, ne? Diese Woche. Und lass das jetzt schon mal im Park stehen. Ich lasse da auch keinen Angler mitfahren. Weil die tollen richtig rein, glaube ich. Die haben dann wieder Kicker im Gehirn. Nicht, dass der Juri am Ende nur Ärger kriegt dafür. Hier kommen die Räupeln. Platz da. Hast du mitgebracht wie der Fulda? Ja, ja. Ich stampfe da alles ein. Meine Haare. Tut weh? Ja. Okay. Ich lasse dich runter. Meine Haare. So, jetzt gibt es hier Umbaumaßnahmen. Mila. Sieht cool aus, ne? Ja. Ich muss das auf die Wiese stellen. Ich mache uns ein Loch. Wo hast du das her? Von dem Architekten. Ach so. Ach so, Digga. Ach so, Digga. Pass auf. Der Baum muss weg. Ich reiße alles ein hier. Hau ab, bitte nur. Mutter, Natur ist so stark. Willst du an die Kokosnüsse? Ja. Werde Kokosnüsse geklaut. Der Baum ist zu stark. Da habe ich ganz schlimme Erinnerungen. Ich glaube, ich habe kein Scheiße gebaut. Warum? Weil ich zu den Indieneris gefahren bin und ein Auto umgekippt habe. Oh oh. Ich muss das bezahlen. Nicht so schlimm, die Lutscher. Nein, nein. Ich bezahle Repertor. Willst du, bist du krank? Ja. Ich habe dir gesagt, gehen nicht nackig im Garten und Pipi machen. Ja. Ich fahre mal kurz zu den Indieneris. Willst du mit? Ach, Mädels. Das ist übrigens Cody. Das ist ein Freund von mir. Tag, Cody. Was geht? Was geht? Habe ich viel bei euch? Sag mal den Grußnagern. Warum? Wo ist der Wagen eigentlich hin? Biet die Pferdung? Wo ist der Wagen hin? Da, das steht irgendwo. Hoffentlich. Ich habe den da eigentlich hingeparkt. War das nicht mehr da. Weil ich es suche. Wo ist unser Auto? Vielleicht ist JFK damit unterwegs. Ja, ich bin da. Bist du mit dem Cognitive unterwegs? Ja. Okay. Dann muss gleich. Ja. Hat der den? JFK ist damit unterwegs. Hast du einen Schlüssel von Super Diamond? Nee. Warte, ich gebe dir den. Da. Yeah. Boah, das ist auch schönes Auto, ne? Ja. Wie es den Nummern stellt. Ja, das passt. Mila, hübsch siehst du aus. Danke. Das ist mein Konfirmationskleid, ne? Pass auf, dass du keinen Fleckerei machst. Okay. Der Boss sitzt immerhin rechts. Aber ich sitz links. Ja, aber ich bin ne Boss. Und ich sitz vorne. Aber ich bin ne Boss. Und ich muss danach nur mal zur Verwahrstelle kurz. Ich muss nur was abholen. Und der Sterling muss auch aus Gold werden, ne Mila? Ja. Na, das Auto hab ich zermascht. Mahlzeit! Mahlzeit! Ich möchte mit dem Verantwortlichen sprechen. Wer hat Rang 12? Ich bin Rang 12, der Yadis. Achten Sie auf Ihren Ton. Sie haben nicht die Autorität zu sprechen. Lass mal das Auto, was ich grad plattgemacht hab, reparieren. Und dann sag mir, wie viel Geld er bekommt, ne? Ey, das hat meine Freundin gehört. Ja, dann sag mir, wie teuer die Reparatur ist. Ja, ich muss nicht gucken. Okay. Aber ich hörte, dass du erst mal ärmer verraten, wo du das Ding hast. Ich will auch sowas haben. Das sind Umbaumaßnahmen, hallo? Ach, ich bin der 12er. Ja, bei euch wird auch umgebaut. Ich kümmere mich drum. Echt? Ja, hallo, ich bin Dun Dun Digimon, Junge. Dun Dun. Ja, ich kenne schon, Junge, ich bin der beste. Ja, ihr wollt doch so ne Couch unsorgeln, hier sehe ich. Ja, ja, klar. Ja, war Designer-Couch, ne? Krokodilleder. Ja, klar. Kein Ding. Die war abschließend über den ganzen Kriminellen. Fettkopf. Ich komme gleich schon mal und stelle ein Auto ab hier. Für die Umbaumaßnahmen. Ich schleppe dich gleich ab. Ich schleppe dich gleich ab. Bring, äh, bring. Das ist was, was kostet so ein Bulldo? Sag mal, ich mit dir mal Miete für den Abend. Wir möchten gerne einen Kahn. Riech mal meinen Finger vermieteln. Gut, kannst du denn da hinfahren, wo ich den haben will? Du fährst den. Wer will erst mal zu dem Fulldown gefahren? Ne, ich würde zu 1.7 runterfahren. Nein, warum? Warum denn nicht? Lass doch den Logan mal in Ruhe. Nein! Junge, ich bin Fanboy. Ich mochte den, doch. Junge, ich will dir meine Liebe zeigen. Ja, dann beschaff dir ne Machete. Wir haben uns zufeiligerweise alle. Ich will ein Kran in unserer Rotary. Für ne halbe Million. Ein halbe Million? Du kannst mir die picken, gibst du mir die kostenlosen und dein Kursling hängt ein bisschen in Hand an. Ja, wir brauchen noch einen Kran. Können wir so einen Baukran hier haben? Ja, ich komme gleich wieder. Wir müssen kurz verarschen. Ey, aber Köln, das Ritual, kannst du eine Kreissäge besorgen? Na klar. Echt jetzt? Ich kann alles besorgen, Bulldo. Ich bin eine Bursch, die Baba. Ja, dann sag mal bitte Sofa, Tisch und Kreissäge bitte. Okay. Und ein Kran. Damit du deine Mama aus dem Bett kriegst, ne? So, gleich müssen wir auf jeden Fall zur Waschanlage. V-Ak-Bitubo. V-Ak-Bitubo. Verwahrstellen müssen wir. Verwaschstelle. Jaha. Verwaschstelle, ne? Ambo. Ambo. Ich bin schon reich, ne? Ja. Ich glaube, ich bin ein Beldemail. Mila bist krank. Ja. Aber nicht schön. War die links oder rechts? Hm, knallt aus. Und dann links irgendwo. Nein, wir sind, wir hätten gerade links gemüsst. Sag ich doch, Alter. Ja. Aber ich will doch das Navigations-Terminal. Aber kennst du dich nicht aus, oder was? Hm, hm. Achso. Brauchst du Hust im Bonbon? Ja, bitte. Der Beatty soll dir eins besorgen. Ich glaube, das hat auch in der 900. Mila, du brauchst 1.000 Dollar, um den Sterling rauszuholen, ne? Da vorne ist aber Bankautomat. Ja. Willst du den Sterling? Ja. Dann treffen wir uns im Park. Ja. Ich hole das andere Auto. Arbeitsauto. Busch, die la. Man kann alles geben, Baustos. Dann schau' ich zurück. Wo soll ich das Ding hinstellen? Wo soll ich das hinstellen? Rennshowblocks Okay, dann zeig doch mir wo Ich will die Umbaumaßnahmen Ab weg hinter uns, weg du Vieh Wie gehts, dir Cousin? Ganz gut Dass du nicht stehen bleibst Perfekt Ja, mir nicht so, ich fahr grad angefahren Wo soll ich hinstellen? Geh auf den Rasen einfach Ja, ohne auf dem Rasenländer Boah, hier wird ein Baumarkt gebaut Oh ne, bitte nicht Bitte nicht Mach das in Chamberlains, Alter, Davis Aber nicht hier Und in dem Ding hin bin ich gebummt Beschmutzen sie das Auto nicht Ich bin kein Schmutzfink Die haben nicht die Autorität hier einzusteigen Gehen sie weg vom Darf ich einsteigen? Ich geh aus der Familie Ja, ich bin reich Nur mit Gute Gött kommt man hier rein Gehen sie aus dem Weg Aus dem Weg mit dem Gesimmel Hier ist ein Loch hier Drecks Ghetto Hallo? Das wird hier alles eingestampft Hier kommt mein Casino hin Flush Royale Nein, Kush Royale Und wo? Und wo? Ich dachte schon im Black Temple Himmel Jifg ist übrigens mit Auto Ja, aus dem Weg sag Ja, bin ich froh, wenn wir in den Bilder wohnen, ne? Ich kann im Dreckspunkt nicht mehr sehen den Chef vor mir. Die Fahrzeuge sind da für die Umbaumausnahme an der Villa. Die fahre ich, sobald wir die Villa haben, hoch. Naja, aber ich ruf den Juri halt an. Kann sein, dass der heute da ist. Gestern war der nicht da und ich muss noch mit dem Quo drehen vom Lost. Ich hoffe, dass der heute auftaucht. So, stamp jetzt alles rein. Was hältst du davon, wenn jemand sagt, die Rauppens sind scheiße, die können ihr Bettchen fressen gehen? Der Jax, der hat gesagt, wir können unser Bettchen fressen gehen. Die Rauppens, die sind nicht ernst zu nehmen. Okay, wenn der mal kommt, kriegt der mal Auftrag. Easy. Ich glaub, der freut sich. Soll ich in meinen Bagger steigen und dich ficken? Warum wirst du mich den ganzen Tag ficken, Bruder? 5%? Ich weiß. 5%? Das krieg ich ja auch so. Soll ich in meinen Bagger steigen und dich ficken? Warum wirst du mich den ganzen Tag ficken, Bruder? Ich weiß, der November ist schon ziemlich hart. Achten Sie auf Ihr Ton! Genau. Das kann Curtis sowieso nicht durchziehen. Was? No not November? Ja. Na klar, ich hab Schleifenbaum gemacht. Was hast du gemacht? Du hast eine Freundin. Ich hab schon mal was besorgt für Umbaumaßnahmen. Ich stell keine Fragen. Du willst nicht wissen, was ich damit schon gemacht hab. Bin bei den Jadis reingefallen und hab Auto umgeschubst. Wie viele Leute können da rein? Einer nur. Nur einer? Ach verdammt! Was denn? Hier wird sich jetzt einiges ändern. Ey, du hast auch einen Schlüssel vorm Gucken aus der Ente nach. Ja? Meist den mal eben weg. Okay, warum? Hast du Schlüssel? Ich hab Schloss ausgetauscht. Willkommen! Was? Hallo. Hallo. Du hast dich schick gemacht. Sieht voll fit aus, mein Alter, ne? Ja. Aber Mila wird krank. Oh. Ja, nicht schön. Warum gehst du jetzt auf Abstand? Das sag ich dir nicht. Da ist der Schlüssel. Boah, der ist nicht im... Hast du den in meine Jacke gezahlen? Ich hab dir den rübergegeben, ja. Nö, Architekt geht nicht dran und der Kult auch nicht. Toll. Weil die Kokosnuss, weil die Kokosnuss, weil die Kokosnuss geklaut. Wo ist der Chauffeur? Ich hab auch einen davon. Ich hab auch einen Betonmischer bei den Jadis hingestellt. Wo hast du den hingestellt? Ja, da wird sich einiges verändern jetzt. Wird endlich platt gemacht, die Scheiße da. Ja, das wird platt gemacht. Dann kommen dann Kindergarten hin. Und ein Parkplatz. Und einem Bausteller. Was haben wir mit dem Kindergarten? Ja, dann können wir die ganzen Leute hinschicken dann. Ja, da kann Küffi hin. Okay. Dann muss der nicht immer so weit laufen. Ach du heilige Bass zum Teufel, Junge. Boah, guck dich das an. Wow. Ist der irre? Was driftet der da so mit dem Ding? Hat der da gerade fast Rollerfahrer überfahren? Der hat Schnaps gesoffen. Was für ein Wutzer. Ich hab's nicht gesehen. Mach's nochmal. Du musst mal in deinen Augen dahin gucken. Dahin gucken. Jetzt ist die Sache vorbei. Ja. Sollen wir auch zu den Angeln? Wir könnten rummachen, aber dann steckst du mich an. Nein, ich steck dich nicht an. Und wenn ich im Bett bleiben muss, verdiene ich kein Geld. Das stimmt. Lol. Aber. Ruffel. XD. Das würd ich grad sagen. Heile GDL. Never want to lose you. L-M-A-O. Ach ja. Wohin zu den anderen? Guck mal her. Erzähl dem. Oh, was war das denn? Bin ich fast zu sagen. Ich hab's zusammengeklopft. Erzähl dem Miele mal, wer über die Ropen was gesagt hat. Das weißt ihr schon. Ja, der Jax. Ich hab schon gesagt, ich werd den essen. Warte, wer hat was gesagt? Der Jax hat gesagt. Dieser Kumpel Jax hat was über die Ropen gesagt. Jax Green hat was gesagt, ja? Ja. Was hat er gesagt? Er respektiert die Ropen nicht. Und die Ropen können ihr Bettchen essen gehen. Was auch immer das bedeutet. Das ist ne. Das ist ne. Aber klar, wo ist der Wixer? Das ist ne. Am Stadtpark, da wo er hingehört. Dambo und Beat die Kleine. Ja. Komm, lass ihn umbringen. Wir machen das, wenn die Nacht anbricht. Ja, wenn's durchnicht, dann bringen wir den an. Gib jetzt ja keinen Wagenschuss ab, Jufkin. Ich weiß, was passiert ist, dass er das gemacht hat. Fliegt der Hut auf einmal weg. Bin ich froh, wenn wir aus dem scheiß Tag ausziehen können. Eigentlich können wir, du und Mila, ihr wartet irgendwo in der Ecke. Jeff, Kevin und ich fahren den abholen, ne? Ja. Ich will den Kopf von ihnen einsteigen, ja? Okay. Geh der eh schnell, der hat kein Gehirn. Warum hast du ein Schloss gewechselt, Jufka? Ich hab jetzt die Papiere bekommen und ich wollte einfach aufs Zimmer sicher gehen. Dann muss der Beatty auch noch einen Schlüssel. Hat er schon. Du hast einen, Beatty hat einen und ich hab einen. Wovon? 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 Warum hab ich keinen? Kannst du Autofahren? Ja. Aber du bist eine echte Lady. Du wirst gefahren. Du wirst gefahren. Wer? Gefahren? Ui. Geboren. Ui. Geboren. Kann ich was zu denken haben, bitte? Ich bin so durstig. Ich kann dir gerne was geben. Schick Beatty. Danke. Danke. Lackgebot treibt dich. Der Salamell. Der Salamell. Boah, wir sind schon reich, ne? Ja, oder? Und cool. Aber die Scarlett hat noch keinen Rope-Notfit. Ja, ich hab noch keinen Rope-Notfit. Mila, kommst du mal kurz? Ja, natürlich. Ich danke dir dabei. Ich danke dir dabei. Ich danke dir dabei. Bestimmt von Memo. Bitteschön. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Kein Problem, immer gerne. Mila, du musst mit Scarlett einkaufen. Ja, wir müssen einkaufen. Guck mal, wie die aussieht, Hartz IV. Ja, mach die schön. Von Kopf bis Fuß. Lass mich raten, ich muss fahren. Ja. Ja, natürlich, Allah. Ich bin ein Frau, ich muss schufiert werden. Oh, warte. Mila? Mila? Komm her. Milano. Äh. Rapper. Ingi. La clica. Dissi. Der Vater, der stolz auf mich. Ich trage seine Jacke. Ich erinnere mich irgendwie an das letzte Mal, wo sie ein Kleid anhatte. Was? Ah, ist schon sicher einen Monat her, wo sie dieses weiße Kleid anhatte. Was geht ab Cody? Und dann gegangen ist wie so ein Gangster. Und dann gegangen ist wie so ein Gangster. Was geht ab Cody? Es Telefon. Cody is in this? Du hast doch nicht mal auf. Flachwixer. Aber er muss LKWs anfüllen. Was für AKWs? Keine Ahnung. Seine Kunden halt. Was für AKWs? Ohne Junkie-Pack wird keiner bei dem Essen gehen. Ja, weil Werbung gemacht wird. Warum machst du eigentlich keine Werbung mehr? Ich mache jedes Mal Werbung. Latif. Okay. Frag Latifah. Wen? Wo ist Abeth? Abeth. Ziffer, ziffer. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Ich glaube die hat den Witz nicht verstanden. Die Schamle mit deiner Freundin sind aus wie eine von Zauberern. Sehr nice. Wie viel? Pamela! Sehr nice! Okay. Abbott, Digger! Ist ja? Wir haben unsere eigene Heimsprache. Ja? Wie heißt die? Das ist die Robinspeak. Okay. Die musst du lernen. Wir haben sogar ein Haustier. Ja. Lass mich raten. Den Amenakoi. Den Amenakoi. Das ist ein Fisch. Hat das eben Parfüm auf wie du es gar nicht. Gut, dass ich dich gerade nicht verstanden habe. Raupen. Raupen. Ja, ja. Wir verkaufen nur bald unsere eigene Cannabis-Leute. Die Raupen-Kusch. Je. Und war ist das dafür ein Zusatz drin? Das ist die Kreuzung. Warum soll da ein Zusatz drin sein? Ich weiß nicht. Wir haben kein Geld mehr für DLC. Raupen-Kusch. Okay, okay. Direkt mit Buttersalz. Die Raupen, die raucheln. Nichts laufen. Die rauchen den Raupen. Was haben wir denn geplant? Die pitns کر die Bl scream. Die Blatte hängt. finally her. Die Blatte hängt. Die Blatte hängt. Oh, mein Bruder, was sagst du da? Guba! Guten alten Zeiten, Mann. Guba! Ah, wild, wild, wild. Lack, von welcher Familie bist du? Ha? Ah, rollkrank politischer Beste. Ah, Remo! Du bist von Remo! Schieß, Alter. Wild, wild. Wo sind denn die anderen? Gute Frage. Gute Frage. Alle noch am Schlafen. Wilde, wir haben gleich nur was, was wir noch mal klären. Ähm, das siehst du dann. Wir müssen dann hier sein, ne? Okay. Brauch ich Knarre? Das ist ganz wichtig. Brauch ich eine Knarre? Nee, 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 kannst hier lassen am besten. Am besten jegliche Gegenstände, die du zum Verletzen anderer Person gebrauchen könntest, lass das hier, okay? Auf gar keinen Fall, ich nehme meine Knarre mit. Warum? Weil ich die brauche, ich bin gesuchter Mann. Ich habe gestern Mordrett in Auftrag gegeben. Okay, okay. Ich bin jetzt da. Ja, genau, huste mich an. Aha, du also, ja. Mörderer. Alle machen jetzt auf Mörder. Dener vollendessen, 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 vollendem Ballermann. 30 Kugeln in deinem Körper. Ich geh in Suppenküche bin tot. Wenn eine Suppe vergriffen ist, ne? Wenn eine Suppe vergriffen ist, ne? Dann kannst du sterben. Richtig, richtig. Ging, ging. Oh, wild, alter, wild. Ging, ging. Ich kenne jemanden, der in der Suppenküche gestorben ist, ne? Der hat sich verschluckt an so einem Teil, was er in der Suppe genommen hat. Bisse, alter. Doch, wirklich. Das war der Klaus Koch. Er dachte, in der Suppenküche werden nur Tickets nach Las Vegas verteilt. Wenn da Bingo-Abend ist. Das ist immer random, ob du das bekommst oder nicht. Oh, shit, alter. Je länger der Urlaub, desto mehr hast du verkackt. Aber ich wollte gestern mal gerne mal für Malediven. Oh, shit, alter. Malediven? Ich glaub, das kannst du dir nicht aussuchen, die Tickets gibt's einfach so, oder? Nein, nein, die sind immer unterschiedlich. Ja, ja. Manchmal kommst du auch ins Gulag. Aber nur, wenn du den Polding nicht aufwirst. Aber nur, wenn ich vorher abgeknallt wurde. Oh, shit, alter. Neun Uhr? Sag ich jetzt gleich. Neun Uhr. Punkt. Weil du mich in eine Pfanne lockst, ne? Nein. Kann Beatty mitkommen? Nein. Warum? Kann Beatty denn in der Nähe bleiben? Nein. Mit Schalldämpferpistole? Nein. Warum? Mit Schalldämpferpistole. Warte mal, was hast du denn? Aber Beatty ist doch Chauffeur. Was hast du denn für... Aber nicht heute. Ah, okay. Darf ja nicht fahren. Das man hier bei CloudX Headset. Warum? Was? Ich hab Bayer Dynamics. Du bist gemein. 990 Pro. 250 oben. Damit kann ich gut telefonieren. Danke Bunsen. Was? Am Telefon bist du immer laut. Gar nicht. Ja. Heute siehst du schick aus. Gestern sahst du cool aus. Danke. Von dir redet keiner. Mit deinen getrockneten, wickselnden Händen. Was? Von letzter Woche. Was? Wenn du am Daumen luckst, wirst du schwanger. Scheiße, Mann. Das wirst du über Jake sagen. Ich hab als Kind immer am Daumen genug. Ja, aber... Okay, das erkläre ich dir jetzt nicht. Ich hab auch als Kind im Daumen genug gehalten. Aber du bist nicht schwanger geworden? Nein. Okay. Ist egal, Mina. Hä? Ja, ist schon okay. Du luckst halt in den Daumen. Ja, aber ich werd nicht schwanger. Man geht zum Erdbefeld, Mina. Man geht zum Erdbefeld. Erdbefeld? Ja klar. Warum? Na klar. Du hast die Uniform vom Erdbefeld. Warum das denn? Äh, äh. Weil die doch alle drüber arbeiten. Hä? Quatsch, Mann. Mit so nem Kleid. Nein. Was sehtest du? Aber wir stellen uns da höchst und gucken den Arbeitern zu. Ich wollte das nicht, warum Dings macht, ne? Der Dresscode auf dem Erdbefeld sieht ganz anders aus. Glaub immer. Wir haben die Stiefel an. Ich kenn mich dann nicht so gut aus wie du. Ich hab überlegt, ob ich Stiefel anziehe. Nee, nee. Hast du gut gedacht. Dann würd ich die Spinelli nennen. Gelbe Gummistiefel werden's, Mann. Ich weiß ja, dass du gehörtest, ob meine Gummistiefel steht. Was? Manchmal esse ich daraus zählen die Milnis. Und manchmal pinkelt der da rein. Ja, die sind halt das Leder, ne? Das hat der Arschlitz mir beigebracht. Warte, was? Was? Ich glaub, da wird niemand überfahren, Alter. Mila, du brauchst ein bisschen Kohlen. Oh, shit. Du brauchst schick Medi-Night. Ja. Du brauchst nur einmal schlucken am Abend. Oh, Bruder. Medizin ist für Kacklacken. Ach komm. Tschüss. Ruhe. Tschüss. Wir sind gleich wieder da. Mauerin. 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 Dann komm ich nicht. Was soll man machen? Wollen wir Abenteuer erleben? In... Kommt wir ins Abenteuerland? Auf deine eigene... Reise... Reise... Deine... Es ist immer noch November. Ich hab ne Idee. Wirklich? Welche? Wir laden Jax ein. Später. Also irgendwann, wenn ihr da euer Ding dann gemacht habt, was ihr da machen wollt. Und dann... Kommt er mit seinem Auto. Und dann fahren wir das einfach mit dem Bagger kaputt. Das kann ich nicht machen. Aber wenn der noch drin sitzt. In so ne Schrottpresse reinwerfen. Ja. Ja, ja. Dann kommt der noch nicht raus und dann wird der zerquetscht. Aber ganz langsam. Dann schiebt der nach vorne hin. Und dann schiebt der den bis über die Brücke. Zur nächsten Hut. Dann platzst du so die Augen drauf. Okay, dann brauchst du noch 13 Meter weit fahren, aber... Scheiße. Hör doch mal auf, Alter. Oh ne Scheiße. Ja, genau das machen wir. Und dann sagen wir... Ähm. Ob so. Ja, er hat immer noch kein Raupen-Outfit. Ach so. Er hat kein Raupen. Ach so. Und dann sagen wir, Alex schieben wir jetzt mit dem Raupen an. Du wirst eigentlich dämmer. Boah. Dämmer ist das für schon. werde ich das so sehr dass ich noch kein roben outfit dann hat okay ich bin stolz auf dich doch selbst auf dem arsch schauen vielleicht mag er das das ist aber das ist die rektion der öffentlichkeit Erektion der Öffentlichkeit. Alles klar, Bruder. Nein, Ärgern in der Öffentlichkeit. Wir wissen schon. Oh mein Gott, dich will ich in den Arm nehmen. 500 Dollar. Ne, das tu ich auch nicht so. Wenn du nicht hinguckst. Lass ja hier den Bauchnabel nur wo. Ja, das weiß ich. Als ich letztens mit der Zunge ihr Bauchnabel-Piercing abgemacht hab, hab die zusammengezockt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gab's denn nicht mal irgendwas? Mhm. Mhm. Ich kann mich da vage an etwas erinnern. An einen unrasierten Daumen. Da, James kommt. Was ist das für ein Auto? Das ist der Super Diamond. Ja, perfekt. Folgen Sie mir die Lady? Natürlich, natürlich. Das dauert jetzt erstmal, die müssen in die Zeltabteilung. Drei Stunden später. Drei Stunden später. Ich hab ihn die Bock, ich hab zu knallen, Dandju. Warum? Guck mal was der macht. Wild. Oh Mann. Ich hab rückeln, ich muss mich hinsetzen. Bringen wir Dandju jetzt um? Hä, warum? Ach Mist, da sind Zeugen. Tagsam. 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 Grüß. Gehörtest du mich abknallen, hat er gesagt. Ach so. Hätte ich irgendwie Bock da drauf. Ahaha. Besorgst du nicht die Infos? Was? Besorgst du Infos? Wir können sie nicht umbringen, Curtis. Ich mag da nicht. Oha, oha. Jedes Mal wenn er redet, hoff ich das anfängt zu gewittern. Jetzt hab ich's verstanden mit den Infos. Seiya im Schluss. Ist der Ding in Seiya? Oh Mann. Dandju? Ja? Schuckst du oder spuckst du? Hahahaha. Geesh, Alter. Da hab ich leider noch keine Ahnung. Ich glaub ich hab was in der Nuse. Oh, da ist ein Malnaga. Oh scheiße. Hallo ihr Malnaga. Wer ist denn das? Das ist Johnny Digger. Wer bist du Junge? Hey, der hat sein Hobby auf dem Rücken stehen. Crazy. Und Johnny? Ist wild, Mann. Ist wild. Wie siehst du aus, Junge? Wenn man einfachen Fick drauf gibt, Digga. Oh, der sieht aus wie Helge Schneider. Digga, Hammer, Alter, Hammer. Hiiii. Was hast du mit Johnny gemacht? Hm, wieso? Es sieht doch rübsch aus. Es sieht rübsch aus. Der sieht aus wie der Vater von Justin Bieber, Mann. Hahahaha. Findest du das nicht gut? Ich bin Hella Montana, der Vater. Hallo, Seth. Dieser Bart. Baby, 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 baby. Ah, die Schuhe passen nicht ganz. Was erzählst du denn? Das sind weiße Schuhe auf weißer Schrift. Dingens. Flipflops. Nee. Timberlands. Nein, nein, die anderen, diese Schlappen. Die wären Killer. Sigilanten. Ja, genau, die Dinger. Sigilanten. Ja, ja, guten Morgen. Was du, Danju? Sprachfehlerkönig. Was? Was? Scheiße. Scheiße. Hey, Danju. Hä? Lutscht du glatten Bonbon? Nee, warum? Nein, der ist doch nicht mehr klein. Der ist nicht mehr zwölf. Oha. 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 Das Ding macht die Runde, ich sag's dir. Und ich trinke nur noch Fanta, weil da ist Orange drinne. Joko. Und von Kohlensäure wird man dick? Ja. Ja, das ist richtig. Wirklich? Mhm. Ja. Wer kommt denn da hin? Wer ist er denn? Wer ist er denn? Also ich rede nicht mit denen, Alter. Das geht nach dem Gehen. Biti, ich glaube das ist dein Vater. Nee. Ach du mein Vater. P-P-Papas? T-Papas? Erst nimmt zurück! Dunju komm. Ja, 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 ja. Ach so, sag Tschüss. Der jetzt ist abgestochen. Ja, okay. Tschüss Jungs. Wenn wir uns nicht wiedersehen, ich hab euch alle lieb. Ja geh jetzt warten. Hoffentlich stirbt der. Bäh, blöw, witzig. No, not the Willy Wonka. Warte. Danju. Wer ist denn das? Danju. Meine Wunderschönen, ich bin der Hector. Der Hector. Renn den Typen da mal hinterher, die beiden da. Ist das von Danju, der Papa? Ja. Ich renne jetzt hinterher, ich hasse den. Hola, amigo. Hola. Wer sind sie? Ich bin Hector Manos. Hector? Si. Sind sie der Papa vom Danju? No, ich habe keine Kinder. Ja, aber ein paar Vögel. Wird mal Zeit. Si, die sind mir letztens im Taxi so geflogen, aber ich finde sie, die habe ich mitgenommen. Also. Si. Also. Also. Tag. Ich hatte jemanden Hunger, habe ich gehört. Tokio Drift. Si. Ich habe mir was zu trinken. Ich habe mir was zu trinken. Ich habe mir was zu trinken. Aber ich habe mir was zu trinken. Oh, das kommt doch an wie toll, diese ganzen Hungerreis. Hallo. Hallo. Was ist denn schon wieder hier für ein Verkehr, Junge? Aus Spanien. Sorry. Das kommt man nicht in eine Chips-Tüte. Americano Sneaker Sochi. Gaijin. Ja, du Gaijin. Wobaki. Was ist dein Wobaki nicht an? Wobaki? Wo ist Juni? Wobaki. Juni. Hä? Kennst du noch Wobaki? Ja. Oder Baba Genusch? Fufu. Bufu. Bei Ass Fuck You. Nein, Fufu. Ein kleines Fufu. Fufu essen. Fufu. Amerikanos Sneakers Ochi. Fufu hier. Hallo, QB. Ich bin gespannt, was Mila geplant hat. Ob wir eine Machete kaufen will. Ob wir eine Machete kaufen will. Ja, hat der Logan sich nicht gemeldet? Nö. Ist ein Arschloch. Soll ich den mal angucken? Er hat schon wieder gelogen. Ja, ruf den mal an. Wieso will der die kaufen, oder was? Die haben, die, keine Ahnung, wie einer. Irgendjemand steht auf die. Hä, aber was ist denn mit einer Machete? Machete. Deiner Freundin wird damals eine Machete weggenommen. Angeblich von dem Jahr. Das ist voll ausgerastet. Lies, wir haben so junger. Ja. Ähm. Dankeschön. Äh, unser Pfarrer hat uns einen Stich gelassen. Okay, ich schick den. Okay. Bitte? Bitte. Du musst dir die Lades abholen. Tante. Ambo. 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 Der Onkel hat dir gesagt, sie soll mitkommen. Oh. Ja, der kann ja hier hinfahren. Puh. Puh, abgehobene Bitch. Hure. Weißt du, was auf unserem Furia draufsteht als Kennzeichen? Was denn? Boah, das hast du noch nicht gesehen. Auf diesem einen Auto steht Hogwarts, Junge. Das ist meiner. Und an uns müssen Leute Geld zahlen. Ja. Schönen guten Tag. Herr Tach, Herr Mannaga. Grüße. Tag. Dachchen, Dachchen. Wer sind Sie denn? Taka. Taka? Taka hier, Taka da. Und wo ist Jackie Chan? Keine Ahnung, du. Brauchen wir den. Wer sind Sie denn der? Wer sind Sie denn der? Freund von uns. Ach so, ich bin ne Curtis. Grüß dich, Curtis. Tach. Tachsamen. Tachschen, Junge. Tachsamen. 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 Ich such den Hasen, ist der schon aufgestanden, oder? Nö, aber kannst du mich fragen. Nö, passt schon. Das war geschäftlich, Bruder. Aber. Richtig dich. Quatsch. Ich bin auch geschäftlich. Ich war auch. Tachsamen. Tachsamen. Die Sachen, die man mit jemandem bespricht, weißt du doch, die bespricht man dann auch mit jemandem. Das ist ne gute Einstellung, der Herr. Der Herr muss. Aber ich bin mit Hase wie eins. Wir sind Brüder. Ein Eich. Wir haben heute nur ein Eich. Wir sind das einmal geschlüpft. Ja. Ich habe das Gefühl, ihr kommt hier ein Einges geschrieben. Ja, wir leben da wieder lokal, ne? Vamos a la Playa. Just give me one line mit einer Pizza. Oh, die sind aber schick angezogen da hinten, du. Danke schon. Das ist die Jacke vom Vater. Schick, schick. Der ist der Erfinder vom Brötchen. Willkommen. Boah, Mila. Alles in der Einges gehabt. Das ist gut. Das denn für ne Grange. Oha. Oha. Boah. Cody, du geile Sau. Boah. 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 Hast du das ausgesucht für die Mila? Yeah. Was? Hatte du das für die ausgesucht? Hatte du das gerade auch schon an. Ich habe nur gesagt, mach einfach. Hast du die Finger von Mila, Taka? Das hast du gut gemacht, Mila. Ich bin da zu alt. Hat der Taka gerade meine Torte angesammelt? Dafür bin ich zu alt, Bruder. Mach dir keine Sorgen, Junge. Hast du da gerade Bruder gesagt? Ich kann dir auch die Oma Jutta besorgen. Ich kann die Oma Jutta für dich anrufen. Gar nicht, sonst war ein bisschen so kriminell. Aber die hat Felge. Die ist so böse, hast Tattoos. Die kann nicht zubeißen. Hä? Die habe ich schon immer. Kriminelle Schwein. Kriminelle Schwein. Ich werde nicht vdn. Kriminelle. Ekelhaft. Ich bin der Sohn vom Vater. Der Sohn von den Muttern. Hat die auf ne Beerdigung? Auch wenn ne Muttern sauer sind. Was für Beerdigung. Wir sind frisch. 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 Bist du gerade aus dem Bett gehüpft oder warum? Ja. Der Taka will wieder Haschrausch gibt's die Garte kaufen. Ne, du lass mal. Koks? Ne, du lass mal. Dann kannst du besser arbeiten. Was verkauft denn der Hase noch? Hero. Dein Luftpumpe. Hero ist wenn wir nullen. Oh, Hero hat die auch mal Bock wieder drauf, ne? Die Rute muss ich wissen, du Hero. Ich will mir das einfach nur ein wenig. Ich will halt den umgeschossen. Aber in die Schläfe, oder? Die Rute zum Herz. Ja. Ins Auge. Ins Auge. Ins Auge. Ins Auge. Muss er das reinspritzen. Darf ich einmal Bagger fahren? Bitte. Können wir nachher machen, aber du musst mir versprechen, dass du keinen Scheiße machst, wie ich. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich bin zu Ninadis gefahren und habe im Auto geflippt. Und da drauf gehauen. Das wollte ich auch machen, Scheiße. Und jetzt muss ich die Reparatur zahlen. Darf ich damit so viel D fahren? Darf es auch fahren. Nein. Was, dann einmal im Kreis fahren? Darf ich da mit so einem DOJ fahren? Häftlinge ausbrechen lassen? Nee, das Ding fällt 5 kmh. Ich hole meinen Abschlepper. Dann fällt er schneller. Boah, ich bekomme Ärger von Niroi. Bauen einfach von einem Auto hier den Motor da rein. Oh. Das machst du auch nicht. Dann drückst du einmal ganz kurz aufs Gas, Schallmaul durchbrochen. Hier vom Guardian oder so. Das steht ja in der Raupe, ey. Wollt ihr umbauen, oder was? Ja, na klar. Seht ihr auch schon mal einen Heli? Hier kommt ein Baumarkt hin und ein Kindergarten. Ach, bitte nicht. Wie viel Kindergarten ist hier jetzt schon? Mach lieber den Rasen, neul. Habt ihr auch schon immer von einem Heli geträumt? Nee, wir machen Ascheplatz hier. Oh ja, Heli wäre natürlich super. So mit Fallschirmen abspringen, sowas würde ich fühlen. Ich würde schon gerne nachfliegen. Achso, das kannst du auch ohne Helikopter haben. Aber auch deine Verantwortung. Aber ohne Fallschirmen, oder? Ja, Fallschirmen musst du dir selbst besorgen. Der Juni hat da was rumgewerkelt. Ich kann, nee. Da war ja was. Also, ich kann das auch. Ich habe Knöpfchen dafür. Soll ich dich wegschießen, wegbeamen? Du musst mal kurz ein bisschen Werbung für Kodis machen. Ui. Was? Wie? Ja, aber wir müssen hier mal so ein Planzsprecken aufbauen. Wir müssen, ja, wir müssen Planzsprecken hier aufbauen. Oder lass eben zu Kodis essen, Leute. Mach das Licht an. Ach, der hat schon Werbung gemacht. Ich wollte Strom sparen. Wenn die Glühwelle kaputt geht, habe ich Geld für neue. Wie, du machst echt Werbung, Rudi? Alter, ich fahre so lange Arbeit, ich brauche unbedingt Urlaub wieder. Hat jemand Geld für mich? Du hast genug Geld. Leider nicht eins. Du hast schon Geld bekommen, du Asi. Du fährst einen Oldschool-Ferrari, Junge. Das ist kein Ferrari. Der hat Lamborghini. Lamborghini. Nach dem letzten Knastaufenthalt habe ich mir angewöhnt, kein Geld auf dem Konto und in der Tasche zu haben. Gib mir das. Das ist eine ziemlich gute Idee. Ich war noch nie im Knast. Taka, bist du so ein Techno-Opa? Nee, bitte nicht, du. Aber du stehst schon an den Korner, ne? Du stehst schon an den Korner, ne? Du bist immer so einer, der am Späti steht. Richtig, auch Spriti. Bist du ein Artillerie-Pfeuer noch? Ich mag's, wenn's schneit. Was? Ich mag's, wenn's schneit. Ach so. Das ist mehr so mein Metier und ab und zu meinen Raum. Du weißt schulden alles, was in Kokain drin ist, ne? Zement und so. Affenpiste. Das kommt doch mal von wem du's holst, ne? Nee, nee, das ist der normale Prozess, das Klerosin und so. Ja. Aber ich mag das heute nicht. Meinst du das ganz gesund? Aber eigentlich ist der Koks auch pflänzlich. Ja, aber nur zu 5%, Junge. Das ist Benzin. So ist richtig. Du kriegst auch kein 100%iges Koks. Es gibt kein 100%iges Koks. Nö. 93% ist höchste, glaub ich. Da hat jemand Dings geguckt. Blow. Blow. Mir gibt's nur 5%iges. Guter Film, guter Film. Ich brauche Blumen. Das ist ein absoluter Lieblingsfilm. Bei dir gibt's nur 5%iges, genau. Abo. Abo. Ich steh eher so auf Schur. Das ist dann nicht so, dass das komplett reinknallt. Das ist dann wie so ein Feierabendbier. 5%. Fällt dir. 0,5er. Oettinger. Boah. Geil, das ist scheiße. Nee, du. Mila, nicht mehr lange, ne? Dau das lange? Mhm. Wie lange? Ich hab heute nur Geschäfte. Ja. Ja, Bastian. Ich hab auch einen Termin. Ja. Ich muss heute nur Sachen klären. Ja. Sachen machen. Ja. Oh. Regel deinen Scheiß-Montag. Ach so. Ob das was am Freitag liegen geblieben ist, oder was? Ach so, der ja. Wir haben am Wochenende mehr Business gemacht, als in den letzten 3 Monaten, Alter. Ach, schwör. Guck mal, Waffen und Rauschmittel sind nur noch vergehen. War freundlich. Verbrechen und Vergehen, Alter. Die Zeit, die du sitzt, das ist der Unterschied, Bruder. Vergehen ist eigentlich nur Geldstrafe. Eigentlich wie eine Ordnungswidrigkeit, die falsch parken, glaube ich. Ey, ich dachte, man muss einfach gehen. Platzverweis, weißt du. Hast du den Hase schon angerufen? Nö. Der ist, der ist, Bruder. Ja, aber kann doch sein, dass der arbeitet. Mit seiner Freundin. Der geht doch mal arbeiten. Der ist doch nicht da. Der hat ja eine Freundin bekommen, der hat keine Zeit mehr. Echt, oder? Schlecht fürs Geschäft. Willi, ein Wookie. Ich hasse Montage. Scheiße, niemand da immer. Oh, Montag ist echt schlimm. Ja. Scheiße. Oh, Mila, trainierst du, weil der mit Frauen handelt? Ja. Diese Muskeln kommen nicht von irgendwoher. Das ist eine vollen Sassen. Oha. Ich habe auch noch nie gesehen, dass die man mit seinem Arsch backen eine Kokosnuss aufheben kann. Aber die Mila hat das letzte Mal geschafft beim Kochen. Ja, alles trainiert. Ich habe mich auf, über Kokosnüsse zu reden. Warum, ich bin immer nur der Rekordhalter. John, du wirst untergangen von deiner Freundin. Bitte? Du wirst untergangen von deiner Freundin. Hey, das ist Bullshit. Doch, das hat mir der Young gesagt. Der macht die Ratschen an alle Typen an. Nein, der Young erzählt Bullshit. Doch, die hat sich auch schon mal nicht rangemacht. Nein. Na klar. Du bist der Fallo. Doch, die wollte mit Mila und mir heute den Knicki-Knacki machen. Nein, das ist Bullshit. Das war schon in der Heimat. Oh, so ein Flüchtchen. Knicki-Knacki-Nabeisacken. Ja, ja, ja. Was ist das für ein Neon? Americano Snickers or She. Americano Snickers or She. Keine Ahnung. Deine Freundin ist eine Hure. Sagt das nicht. Fotze. Sag das nicht. Wo ist er? Ach nee, der wird ja gerade lackiert. Warte mal, geht die Fremde oder was fällen? Nein, das ist Bullshit. Sie aber, was will er sagen, was das hier jetzt tut? Ja, nee, das kommt von der Yardis und das kommt schon aus der Heimat. Die Verziehung ist einseitig offen. Macht Käuschensring rum. Was denn, Kötis? Was geht? Was geht? Was geht? Hallo Hundin. Hörb ist das. Chep, Chep. Was ist mit deiner Stimme? Gute Frage. Äh, alles normal? Alles wie vorher genauso scheiße. Äh, äh. Äh. Americano Snickers or She. Hörb, du Kaijin. Ich freue mich auf morgen. Wo sind denn deine Wobakis? Was ist denn morgen? Heatstack. Heatstack. Unsere Villa kommt ohne Wobakis. Perfekt. Lass mich raten, du freust dich, weil dann der November vorbei ist? Äh, nö. Boah, du denkst auch die ganze Zeit nur an das eine, ne Scarlet? Nein, das hatte ich nur heute schon fünfmal gehört. Jatz? Hättest du nur heute schon fünfmal gehört. Mach dir andere Haare. Was geht ab, Jess, bei Lele? Ich bin nicht auf den Nerven. Ich hab Krücken. Du hast du schon wieder gemacht. Was geht ab, Jess, bei Lele? Geht's dir besser als gestern? Was geht, Jess, bei Lele? Ach, ruh. Ne, mir geht's schlechter als gestern. Noch schlechter als gestern. Ist vom Planetarium gefallen? Ja. Naja, ich hab so ein angebrochenes Wadenbein. Sag mal, Jess, bist du mit einem von den Yadis zusammen? Nee, gar nix. Ach, lüg nicht. Hast du den ungebrochen? Nee, mit allen. Was ist mit deinem Wadenbein passiert? Das angebrochen, weil ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Irgendwas vom Pier springen und dann weiß ich nicht mehr. Bist du auf dem Boden aufgeklatscht? Warum springst du vom Pier? Wolltest du dich umbringen? Nein. Mit wem hast du gecringed? Gar nix cringe. Ja, ja, ja. Und dann bist du auf dem Boden aufgeklatscht. Warte mal, du bist nicht mehr mit den Logan von den Yadis zusammen und du wolltest dich umbringen. Bin ich gar nicht. Krass, gestern, krass, krass. Nee, ich glaub, Jess hat einen Busch. Boah, ich hätte das gleich jeden Arbeiter. Hat er den Katamort ja geschubst? Nein, ich bin nur ein Schiffgast, was ich gesagt hab. Ich füg noch nie zu, dass Jess ab sofort Anwalt ist. Du musst doch nicht traurig sein, du findest einen anderen Punkt. Hey, der Typ ist mir egal. Ich hab ihm gestern gesagt, dass der mich in Ruhe lassen soll. Und dann bist du von dem Pier geschwommen. Das war echt creepy. Dann war ich nicht jemand unterwegs und dann kamen wir auf die Idee, dass wir schwimmen gehen. Lass mich da raus, Alter. Grinch-Pop, das gehörn ich mir, geh nix. Wenn du drucklos sein willst, gehst du Mila. Die hat Luftpumpe. Was? What the fuck are you? Arme, Jess. Cody, ich hab schon Werbung gemacht. Was geht? Einer, der das vernünftig macht. Beatty ist gerade hingefahren im Stadtpark mit dem Fahrrad. Boah, beste Beattyser. Einmal drumherum, rübergefahren. Ich hab überlegt, ob ich einen anderen Mitarbeiter noch zusätzlich einstelle. Cody, wann bekommt Mila und ich eigentlich wieder Lohn? Ich mach auch permanent Werbung. Ich mach Mundpropaganda. Mach dir denn auch noch? Ich mach dir das fleißig, Werbung? Na klar. Ich komm ewig keiner mehr und hab gesagt, der ist wegen Curtis und Mila da. Ja, warum sollten die das so sagen? Ich bin immer wegen denen da. Ha. Die letzte, die ich hier vom... Machst du T-Rex-Cosplay heute? Ich hab dir noch welche vorbeigeschickt, Cody. Die haben doch deine Bestände leer gemacht, glaub ich, oder? Den einen Tag. Ja, kommt öfter mal vor. Vielleicht kommen mal Leute, wenn du die Küche mal wischt. Und Danjou feuerst. Du, woher? Ey! Und Danjou, Danjou ist doch super. Der Einzige, der arbeitet in dem Laden. Ich arbeite da auch. Wie tief willst du die Schwanz noch nehmen? Ja, Taka, vergesst nicht zu schlucken. Oh je. Danjou, ist der hier? Nee, der ist nicht da. Wird umgebracht. Wie luchst du das? Spuckst du, Danjou? Steht wahrscheinlich irgendein Bike. Wird umgebracht. Noch einer. Einer von uns. Wie, noch einer? Wer wurde noch umgebracht? Foulda. Wie, der wurde umgebracht? Wer wurde umgebracht? Foulda. Wer ist Foulda? Wer ist Foulda? Irgendein Typ von den Gertanks da oben. Was für ein Ort, Mann. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich weiß bloß, dass er abgeschossen wurde. Ich habe heute mit einem Medik geredet, mit einem Arzt. Der meinte, Schusswunde am Hals. Durchschuss. Und operiert hat Streicher. Den kenne ich aber nicht. Den kenne ich. Mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Oh, der war mal Ex-Cop. Der hat abgestrichen. Der war mal ein Mediziner, der war der Kopp. Und dann war der wieder mit der... Deswegen, keine Ahnung, hingerichtet. Ja, was ist los? Hast du eine Frau? Natürlich nicht, Junge. Ich habe keine Zeit für sowas. Es gibt eine Ärztin, die heißt Tucker mit nachher. Ich weiß, Mel. Yo, Mel. Machst du nicht eigentlich nichts? Du rappst mit deinem Freund, wieso beitest du ihn? Hallo, Hilfe. Alles gut, Nieder. Hilfe. Ich will was herausfinden. Ihr müsst mir dabei helfen. Okay. Hau raus. Du hast mich gerade auf den Namen gebracht. Mel, diese von Foulda. Die haben auch eine Mel, ne? Weißt du nicht, Meli? Ich weiß nicht, aber ich weiß nur, dass sie... Irgendwie wird gesagt, Mel. Und der hat einen Freund als Cop und der hat letztens mit der SMG auf mich geschossen. Das ist Tucker. Tucker? Ist der Freund von der? Ja. Mel Tucker, ihr Macker ist Cop. Heißt der auch Tucker mit nachher? Nee. Wer ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn, wie ein Flieger? Nein, Alter. Du bist hier, wo der Junkiepark ist. Grüße, meine Damen. Du bist vor Ort. Da wissen wir. Hier wird nicht geknebelt. Wie komme ich da hin? Du bist im Park, Bulla. Ich brauche was zum Rauchen. Ja, dann bist du hier falsch, du. Ey, was du laberst. Hier ist es richtig, du Arschloch. Was wollt ihr denn brauchen haben, meine Freunde? Ich habe vorhin voll aufs Maul bekommen und ich brauche jetzt irgendwas, was mich... Hey, das sind deine. Wie, der Bär hat die aufs Maul gehauen? Ach, die Scheiße. Die? Die? Ja? Das sind deine. Das sind deine Beine. Ja, nimm die mal beiseite. Das sind Kunden. Oh, da kommt Malaga. Fuck. Malaga. Das sind doch Safe Cops. Grüße, Herr Malaga. Grüße. Das ist Max, der hässliche Fettrumpen. Ach so. Der hat keinen T3-Hellen. Ich war gerade fliegen. Wohl denn? Mit der Heli. Über die Treppe? Mit meinem Finger. In der Luft. Guck. Sehr beeindruckend. Max, du fährst nicht zufälligweise im Tornado, ne? Boah, ich lasse mich kurz in meinen Schlüsselkasten gucken. Schlüsselkasten. Äh, boah, ich glaub. Doch. Ich hatte da mal so einen ganz seltsamen Traum im Steltperson. Da war ich auch gerade. Seitdem höre ich immer dieses Lied Shooting Star. Tagsamt-Tastung. Servus. Tag, die Herren. Warte, ich mach mal ein bisschen Platz. Oi. Maxam. See him. Know what I mean? Danksam. 전에. bei gott jeder der so komisch angezogen ist genau wie die da hinten rechts ich denke immer sofort das manager von westel amuleikum ist gut der herr marschallallah ein verringer zur stimme gleich bis 200 jahre alt Max? Ja? Komm mal kurz mit. Schau mal, hab ich da in Stil. Mila fällte Stunde nur. Was ist da noch Zeit? Boah, halt die Klappe. In der kleinen Aufzeit, Mila wird das klar. Ja, bitte. Eineinhalb Stunden noch. Ja, Innendienst. Dafür muss ich ja nicht fahren. Noch vier Stunden. Sextrech. Mach mir Fotos. Privat. Hä? Seize Tappe. Doch. Ach ja. John fühlt wieder den Groove. Willst du mal in mein Vorläppchen ziehen? Okay. Und jetzt? Dein Kleidchen geht nur hoch. Richtig ladylike. Wow. Hast du Spare Ribs gegessen? Die Knochen sind zumindest draußen. Die Knochen sind zumindest draußen. Nein, Knoblauchzehen. Fotografier und sammle einen. Gibt 50 Dollar. Ja. Polizeimann. Oh, der Jagd. Jazz ist ein Spitzel. Ja. Und der Takao. Ja. Was kann ich für oder gegen dich tun? Äh. Hier. Du. 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 Seit wann haben wir einen Rauper? Das ist das Auto der Ropengang. Oh, geil. Wo ist eigentlich Stember? Oh, gute Frage. Ha. Schwunden. Ich hab doch irgendwas gefragt, wie der Freund von der Mel heißt, ne? Ja. Takao. Wie hieß du nochmal? Takao. Nein, du hast den Takao gefragt. Tschüss. Achso. Ah, dann hab ich das verwechselt. Okay. Ich glaube, der heißt Samash. Die ist echt cool. Mila? Ja? Ja? Hier. Oh, danke. Kein Ding. Wow, Mashallah. Boah, aber Mila hübsches Kleid hast du da. Lass dich in Ruhe. Geil. Geil. Ist der Rücken wieder sauber? Ich muss kurz gucken. Er sieht besser aus als gestern. Sieht aus wie unter einem Schiff. Sehr gut. Danke fürs Schauen. Ja, kein Problem. Dann haben wir neue Gartenmoschee. Ich wünsche dir Dank für den bis zum 5. Und nur Grino für den im dritten Justus, für den im zweiten Nix, für den im zehnten Resubs. Bald ist neun. Bald ist Weihnachten. Wirklich? Dann bekomme ich Geschenke. Was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Hm. Eine Actionfigur. Die Ulla. Die Ulla. Ring am Cock. Guck am Ring. Wie heißt die Nummer? Guck am Ring. Was? Eine Veranstaltung? Ich liebe Barbie-Pony. Ja, ja, ja. Den hab ich schon gemacht. Hast du den Körbsen gefüttert? Jaaaa. Der Wichser. Lass den verhungern. Na, wir füttern den immer mit Eierschalen. Ist das euer Haustier? Nee. Der auch. So was englisch. Ich muss schmerzeln. Aha. Auch nicht. Mir geht's wieder gut. Aua, mein Kopf. Aua. Ihr habt ein Kind gefunden und einfach mitgenommen? Ja. Der heißt Körbsen. Wo ist hier jetzt das Problem, hä? Ja? Ich hab den vorgestern noch einen Eimer mit Fischköpfen hingelegt. Dann hast du ihn dann doch gefüttert. Ja, ich? Aber das war vorgestern. Der läuft nie raus. Boah, mein Leib gericht Fischköpfe, Alter. Aua. Hat der den Eimer mitgefressen? Boah, ich hab nicht geguckt, ob der Eimer noch da ist. Nein, der nutzt er zum Scheißen. Ach sooo. Und dann ist der wieder. Jetzt sogar die Luke mitgefressen. Das ist ein Wiederkäuer. Da drin liegt alles volle Haarknäude, Alter. Wenn der das Licht im Keller anmacht. Mach das Licht aus! Nein, der hat gar keine Lampe. Nee, die gute Haus! Mach das Ding aus! Oh, die Küsse leer! Milla wird krank. Wo ist die Jess? Die soll mal in deinen Rachen gucken. Ja! Die ist selber krank. Ja, die ist ne Kücke jetzt. Muss mal die Reste wegspülen da drin. Na ja, hat Milla das also. Ne Kücke. Die hat doch schon immer gehinkt. Unten im Buckel. Echt? Klar. Ist mir gar nicht aufgefallen. Jess ist der Quasimodo vom Junkiepark. Ui, 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 ui. Das petz ich aber vielleicht. Letztes Mal, als wir beim Kiez feiern waren, habe ich mein Getränk auf den Rücken abgestellt. Und ne Schale mit Erdnüsse. Stomblumken haben wir Drip. Jess, kannst du Millas Mund gucken, die ist krank? Äh, ich bin nicht im Dienst, aber kann ich sicherlich. Nimm einfach Handylampe. Ach Nell, die App haben wir nicht. Ja, da falle ich aber um. Dann muss mich ein Eckes halten. Ich bin ein Faul, Digga. Ich halte dich fest. Kein Ding. Kann ich mal ein SMS schreiben, bitte? Ach, ich glaube, irgendwer schießt gerade auf Cops. Die haben irgendwie, mussten Milla ganz dicht los. Ja, dann? Wählen mal Top machen. Ah, Milla, du musst ganz dringend Zähneputzen. Gern. Gern. Gestern war erst mal der Rücken dran. Ich geh den Job ausrauben. Gucken. Die muss kein Zahnarzt. Muss ich gar nicht. Doch, du hast Karies. Da sind Löcher drin. Da hat die überhaupt nicht. Das sind Schussverletzungen. Okay, da sind Schussverletzungen. Du musst in deinem Hals gucken, nicht auf mein... Du bist kein Zahnarzt. Ich weiß auch sowas. Ich hab das gelernt. Ja, und in deinem Hals, der ist ein bisschen rot. Ich glaub, du hast eine kleine Halsentzündung. Grüße. Okay. Geht's dir da? Ja. Okay. Ich empfehle dir. Es geht. Es geht. Erzähl dir mal ein T-Shirt an, Junge. Okay. Ich dachte, du stehst auf meiner Bauchhache. Also für Halsschmerzen extra. Oder selber Bauch. Du gehst auf dem Piss, ne? Ich ging ja schnell. Bald, bald. Ja, jetzt verpiss dich auf dem Flo. Du hast keinen Karies, Mila. Äh, äh. Deine Zähne sind weiß, wie Kokonien aus Kolumbien. Ja. Jess hat Löcher in der Zähne. Äh, äh. Der hat so einen Schwämmen, wenn du einen Zahnarzt. Fuck, ey. Ist nur TikTok. Mach mir mal die Ravioli-Dose auf. Der hat so einen Spitznamen ist Zahnchen. Ey, Klappe. Wer hat doch Breakdance mit deinem Buckel. Hahahaha 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 Du Beyblade. Hahahaha 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 Ich weiß auch nicht, wie immer auf so eine Scheiße komm. Hahahaha Das frag ich mich auch, wann ich sage. Hahahaha Hahahaha Aaaaa Milla, sieben Minuten noch. Ja, ich weiß. Bist du nervös? Nervös? Warum denn? Ja, ich kann mir schon vorstellen, was du vorst. Wir gehen ballern, Bruder! Milla? Ja? Machst du das, was ich dir vorhin gezeigt hab? Äh, nein. Das kann ich noch nicht. Vielleicht irgendwann. Aber nicht. Nicht. Ist alles okay? Geht mir ein Job überfallen? Ja. Ich brauch Geld. Unbedingt. Bruder, weißt du? Wir machen hier keinen Drogen-Talk, Bruder. Sonnenbrand, danke für den Prime im 16. Und Lukas, danke für den Prime im 26. Und Planet X, danke für den Prime im 16. Und Drupx, danke für den Prime im 18. Schatz, seid ihr müde? Die sind aber ganz schön lange hier dafür, dass die einen Dope kaufen wollen, ne? Ja. Das sind bestimmt Koppers. Ja. Bestand. Übrigens cool. 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 Ja, ja, cool. Hm? Cool, cool. Cool. Boah, ich heiße Montage. Ja. Ich liebe Montage. Du bist doch arbeitslos. Gar nicht. Du, du rauch, oder nicht? Na, ich bin nicht arbeitslos. Montage sind kacke. Wer bringt denn immer Werkzeuge mit dahin? Ich? Aber wieso darf man kein Werkzeug mitnehmen? Zum Ausbrechen. Was denn einer von denen eine Schaube locker hat? Zum Ausbrechen. Oder das Klo verstopft ist. Ja, echt? Da musst du einen Fuß da reinstecken. Wer steckt denn einen Fuß ins Klo? Frag den, der es da hinten gemacht hat. Frag den, der es da hinten gemacht hat. Wo hinten? Ja, ich nehm... Wo oben? Der Klo. Hast du das noch nicht gesehen? Nee, stimmt. Ich hab noch gar nicht in die Tür... Da hat jemand seinen Fickfuß reingeschmissen, den er nicht mehr benutzt. Oh, mein Schuh ist auf. Jetzt ist er zu. Warum lachst du? Das kleines Verschluss. Geh mal hier in die erste Toilette, Mila. Das war Mila selber. Hier? Ja. Und guck ins Klo. Was ist eigentlich das für ein Ding hier? Ist das ein Wasserspell, ne? Ja. Der ist schon ziemlich versifft, ne? Brauchst dich nicht rauszutrinken. Mach ich schon nicht. Hast du gesehen? Doch, okay. Ja, okay. Ich bin da außen, ja. Da ist ein... Da ist ein Fuß im Klo. Oh, oh. Boah. 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 Boah, ist das eine Jacke. Das ist die Jacke hierher. Das ist eine Kutter. Da ist eine Kutter. Boah. 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 Ne, da will ich nicht rauskommen. Boah. 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 das schnee kommt was habt ihr eine falle gestellt warum verabschieden dann einfach weil ich jetzt schon vermisst ich mache das baby aber ich muss voll dringend dann ganz schnell nein ich mache so Und wie geht's? Gut. Schön. Aber du verrätst mich nicht, ne? Nein. Ich will nur, dass du heute endlich mal etwas lernst. Während wir fahren irgendwo hin und Juni steht, dann will man mit mir kämpfen. Nein. Alles okay. Ich muss nur trainieren. Ich weiß, ich weiß. Ich lass meine Knall in der Hand. Nein. Doch. Warum? Zur Selbstverteidigung, Schutzmaßnahmen, Arbeitsamt, Sozialhilfeer. Echt? Ja. Okay. Den willst du, warum, ähm, ach, egal. Hm. Was soll ich heute lernen? Das lernst du gleich. Oh, da kommt unsere Abholung. Einen wunderschönen guten Abend. Was will das Superwild im Bunker? Kommt Cody mit? Nein. Ja, bitteschön. Was will denn da dann, Drew? Kommen Sie mal, junger Mann, hier auf die Seite. Warum wartet mich keiner vor, Alter? So, bitteschön. Okay. Was hast du vor? Lebt wohl. Lebt wohl. Warum warten mich keiner vor? Mela? Ja. So, können Sie mich hören? Ja. Okay. Dann, schnallt euch an. Boah. Ja, ich warne dich, ne? Ja, bevor. Ich mach keine Fastfood-Hochzeit. Nein. Geht's euch gut dahinten? Ja. Top. Ich bin sauer auf die Schuppe, Wildi-Bunker. Was? Warum? Du hast mich nicht vorgebehalten. Worüber? Von dem her. Ich wusste von nix. Ich wusste auch bis gerade nix. Sehr gut, sehr gut. Aber ist das nicht schön? Durfte auch niemand was sagen, weil sonst wären zum Mund ausgefallen. Ich bin mir noch nicht sicher. Okay. Wie geht's euch da beiden? Geht's euch gut? Ja, wunderpächtig. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich will nach Hause. Halt die Knappe. Ja, ma'am. Du wirst das hier genießen. In vollen Zügen. Aber die gucken nicht zu, wenn wir knutschen, ne? Nee, ist die Trennscheibe drin. Sehen wir gar nicht. Kann die aber runterfahren, wenn wir zugucken sollen. Wenn ihr das mögt. Alles gut. Ah, ich glaube, ich habe den Kühlschrank zu Hause angelassen. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Ja, das ist egal. Da kümmert sich jemand drum. Alles organisiert. Was zum... Das kann ich nicht verraten. Gibt nur ein Ziel. Das Ziel. Man hört dich reden, Opa will den Bunker. Ja, das ist ja bewusst... Okay. Okay, ich brauche eine Kerze. Das ist echt eine schöne Limo. Wie, warum bekomme ich nichts zu trinken? Hm? Ich will auch eine Limo. Eine Limousine. Ach so. Du bist so dumm. Ach so, Digga. Ach so, Digga. Ach so, Digga. Mama. Jetzt bin ich mal gespannt, Digga. Wisst ihr, wohin genau war? Ich weiß nicht. Okay. Nee, du weißt nicht, wo wir hinfahren. Ja, ich weiß doch nicht, wohin wir fahren. Mir ist ganz komisch. Ich weiß nur, guck mal. Soll ich euch was singen? Ja, mach mal ruhig. Kannst du singen? Ja, ich kann ein romantisches, göltisches Lied umtexten. Niemals macht ihr das Video, Junge. Ja, mach schon mal. Ja, klar. Okay. Okay, geht los. Normalerweise heißt das Lied Oh-Oh-Kathrin, aber jetzt heißt das Lied Oh-Oh-Mila. Oh-Oh-Mila, ich han mich verloore. Vorlore an dich. Oh-Oh-Mila, ich bin neuer Bohre. Neuer Bohre durch dich. Ich will niemals im Lied Ohne dich mir sehen. Denn nur mit dir Hätt mir Leve Wirklich Sinn Was ist Leve? Leben Leber Der hat schon echt ne verrückte Sprache Ja, ist doch die einzige Sprache Die man saufen kann, geil, oder? Echt? Wild, wild, wild Auf alle Fälle Hallo Du Engel mit joltblonde Haare Ich sah dich von Drusse durchstund Die Hättz kaum zu Danz Die für Flore Mi Hättz wird schmilzt Wie Iß in der Sonn Und der Doof In der Luft Ich in Ring und du Hätt mich bedehnt Saat, hello again Hätt war ja so schön Der Moment, der hann ich Mich gesinn Oh, oh Mila Ich hann mich verloren Verlore an dich Oh, oh Mila Ich bin Neue 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 Durch dich Ich will Niemals Im Leve Ohne dich Ohne dich Soll ich aussteigen Soll ich aussteigen? Warte, dann müssen die Sehr gut Bitteschön Kein Problem Und hier ist das? Ich glaube, wir werden immer ein bisschen drinbleiben noch Ja Nein, komm raus jetzt Sehr schön Soll ich die Hände hochnehmen? Äh, noch nicht Schauen wir uns mal ein schönes Plättchen aus hier Oh, okay Ich hasse dich Tut mir leid Ich hab dich trotzdem nur lieb Ich muss kurz telefonieren Okay Aber nicht Ja Ja, die 49ers kommen jetzt zum Park Um das zu klären So, quatschen Der Curtis hat mich angerufen da Ah, ja, okay Damit du Bescheid weißt, ne? Ah, ja, alles klar Okay Alles, was du siehst, gehört mir Ich brauche Ich könnte mich rufen Alles klar So, ihr könnt euch ruhig auf die Decke setzen, wenn ihr wollt Okay Sehr schön Dummer, ich kann grad nicht Geh zum Park Ich kann grads nicht Ja, ich kann grad nicht Geh zum Park Mhm Also ich hab natürlich meinen Rucksack voller Leckereien Das heißt, ihr seid hier gut versorgt, was das angeht Sehr schön, sehr schön Mhm Ähm Nach was gelüstet euch das denn? Ähm, oh Weißt du, was richtig gut aus dem Würde hier? Was denn? Wenn du dich verpissen würdest Was denn? Das könnte man Verzahre einrichten Warum liegt hier in dem Deckel? Damit ihr dich auf den Dreck setzen müsst, ne? Genau Okay Mila, du hast ein Kleider Ja Ich hab dich an Ist, äh, oh Weißt du, ich setz mich einfach auf den Knast Das ist eine gute Idee Sehr gut, sehr gut Sehr schön, ja Okay, was, hast du, hast du alles dabei? Ich hab alles dabei, ja Okay, könnte, zeite später, ne? Alles gut, alles gut Okay Sehr schön Dann Bitte Ich hab Hunger Und Durst Ich hab wirklich sehr viel Durst Okay Ich hab Durst Das kriegt man hin Irgendeinen Wunsch? Ähm Ich hab durch Champagner einen Täterpark bestellt Genau Das haben wir So, dann einmal hier Und dann für den Herrn Achso, hier ist auch noch ein Tisch Bitte schön Natürlich Achso, hier ist ein Tisch Bitte schön Ja Klappstuhl und ein Tisch Mhm Okay Curtis Weißt du, warum du hier bist? Weil Gott mich bestrafen will für meine Sünden Nein, ich bestrafe dich für deine Sünden Was hab ich getan? Wenn du mir jetzt ankommst, bin ich mir in Fremden gegangen, ne? Nein, nein, nein Nein, nein, mein Freund Das hier Das hier ist nur, weil du Ähm Mir nicht glaubst, dass alles okay ist Aber es ist eben alles okay Was meinst du? Ich bin nicht böse, oder so Du fragst immer, ob ich böse bin Und wenn ich nein sage, dann glaubst du mir nicht? Und Und deshalb planst du jetzt so einen romantischen Abend bei Uwe Nickelaas Und deshalb hab ich auch was vorbereitet Ah, so Hör mir gut zu Ja Ich versperre die ganze schöne Sicht Ich seh das Ja So ist besser Ja, so ist auf jeden Fall besser Auf jeden Fall Ähm Okay Auf jeden Fall nicht, Danju Alles gut Nein, nix alles gut Mach dich aus dem Staub Okay, wenn ihr essen und trinken Baut ihr Bescheid, ne? Ja Bitte Okay Ist das eine Intervention? Du sollst mir zuhören Okay Ich hab erstmal was vorbereitet Damit du wirklich sicher sein kannst Dass ich nicht böse bin Und niemals böse sein werde, okay? Mhm Oh Gott Mir ist ein bisschen schlecht Ja, mir auch Warte kurz Okay, okay Ich hab was Mit einem Koffer ohne Geld Möchte ich Warte mal Du hast ein Gedicht geschrieben? Mit dir? Nein 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 inc mit Nein Okay Okay, mit einem Körper ohne Geld. Ja, aber wenn die jetzt hier hinkommen, dann wäre cool, wenn du auch hier wärst, oder? Ja, das gilt aber überhaupt nicht gerade. Wie? Ja, das gilt gerade nicht. Die kommen aber nur zum Reden, nicht zum Ballern. Ja, mal gucken. Na, sonst würdet ihr nicht anrufen. Ja, keine Ahnung. Ja, dann schick ein paar Leute auf den Dach. Ich muss aufhören, Johnny. Okay, der Park brennt. Der Herr, hier ist ein Handy strikt untersagt. Können Sie mir das mal eben kurz geben? Was willst du? Ihr Handy, bitte. Das laberst du mal. Ich bin der Boss von 19 Leuten, ich brauch mein Handy. Sie haben so ein bisschen Brett. Okay, ich hab's versucht. Ja, das wird schon gut. Geht das, Mila, mit dem Handy? Ja, ja, wird schon gehen. Warte mal, du wolltest verbieten, dass ich ein Handy hab? Nein, nein, nein. Nein, ich wollte nur Zweisamkeit sorgen. Ja, schon gut. Okay. Alles gut. Gut. Okay. Mit einem Koffer ohne Geld. Möchte ich mit dir rund um die Welt. Wir bauen uns eine neue Zukunft auf und lassen unsere Liebe freien. Spielen, essen, trinken, toben und werden uns dann noch verloben. An einen ruhigen, schönen Ort geben wir uns dann das Ja-Wort. Kinder werden wir später kriegen. Was, was, was? Halt die Klappe! Okay. Und diese wir uns selber lieben. Gemeinsam alt werden ist das Ziel. Lass es beginnen. Unser Liebesspiel. Unser Liebesspiel. Ich spüre förmlich, wie mein Gesicht ruht. Ja, ich hoffe, du verstehst jetzt. Es ist alles in Ordnung. Wirklich. Und falls du mir nicht glaubst, kann ich bestimmt, vielleicht überzeugt dich das ja auch. Liebes Gedichte gibt's wie Sand am Meer. Doch keines drückt es aus so sehr, dass ich für dich alles so hege. Und das, solange ich noch lebe. So muss ich dir halt selbst einschreiben. Ich versuche auch nicht zu übertreiben. Nee, nur nicht. Ja, halt die Klappe jetzt. Um dir zu sagen, was du für mich bist, damit du das auch nie vergisst. Du bist für mich der größte Held und der schönste Mann auf dieser Welt. Halt die Fasse jetzt. Und ich möchte für immer mit dir zusammen sein und nie wieder mich fühlen allein. Bist du veröffentlich? Ja. Das war sehr schön. Ich weiß, was du riechst. Sehr berührend. Ja, nicht wahr? Das hat meine Seele berührt. Das hat sich angefühlt, als würde Gott mir zwischen die Beine grapschen. So sehr erregt bin ich. Ja, oder? Ich trinke mal eben mein Champagner aus dem Tee-Tapad. Ach, köstlich, köstlich. Verzüglich. Und, und gefällt es dir? Ja, ist schön. Ja? Ja. Das freut mich, das freut mich. Ich hätte duschen gehen sollen. Ja, hab ich gesagt. Hab ich vergessen sollen. Okay. Das ist okay. Ist okay. Kein Problem. Aber war super. Hast du selbst geschrieben? Ja, natürlich. Du hast also meinen Stift geklaut. Ja, genau. Entschuldigung. Ich muss ehrlich gestehen, mir kamen gerade ein bisschen die Tränen, ne? Wo, wirklich? Mhm. Mir auch. Ich hab auch für einen kurzen Moment keine Luft mehr bekommen. Mhm. Und mir wurde ein bisschen schwindelig. Ja. Weißt du, ich dachte, ich hab das alles natürlich organisieren lassen von Cody. Mhm. Hab gesagt, er soll den widerlich romantischen Ort nehmen. Am besten bei Sonnenuntergang. Und Pia war einfach, dachte ich mir, wird zu viel los sein. Und mir ist doch schön, oder? Ja. Wird Schnee in meinem Leben vergessen. Ich glaub, das wird mich auch in allen meinen Tagen verfolgen, was heute passiert ist. Meinst du? Ich glaub schon. Hier wurden richtig neue Maßstäbe gesetzt. Ja, super. Dann, äh, ja. Ich denke, du hast deine Lektion gelernt, oder? Und wenn nicht, keine Sorge, ich kann sowas immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder ergänzen. Ich werd dich nie wiederfangen, wie es dir geht. Sehr gut. Müssen wir jetzt knutschen? Äh, nee, wir müssen ja jetzt nicht übertreiben, ne? Also du hast ja gelernt. Weil der Park brennt, ne? Echt? Das kann ich von mir sehen. Echt? Ja, die 49ers kommen. Aber ist egal, wir haben noch. Die Jungs regeln das schon. Söcher? Ich glaub schon. Okay. Ich hoffe. Na gut. Ich rufe um fünf Minuten nachher mal ein. Herr Ober, ich will essen. Hier jetzt. Was können wir denn heute genieren? Was geben wir zu essen? Ähm, ich habe einiges zur Auswahl. Mh... Ui, Ui, Ui. Wollen Sie was Leichtes oder was, äh... Was Leichtes, heute Abend gibt's Sex? Okay, okay. Gut, gut, gut. Dann steck ich euch mal... Heute, ne? Kann ich am Tandy oder krieg ich Ärger? Ja, geh ran. Dann würde ich euch mal die... Guten Abend, Kurt. Guten Abend, ich würde dich nochmal anrufen, sag mal Jungs, Karl. Ähm, ich melde mich in einer halben Stunde nochmal, okay? Ja, mach das. Bist du da noch unterwegs? Ich bin da unterwegs. Okay, ich bin da unterwegs. Okay, ich bin da. Okay, okay. Ah, bitteschön. Warte mal, was hast du mir jetzt auf den Teller gelegt? Klappen-Eis. Ähm, ich habe dir jetzt die Onion-Rings und die Potato-Wedgets draufgelegt, ja. Ich gebe euch mal noch beide ein Kauklappen-Eis. Was ist denn das für ein Tisch hier? Ist das Mahaguni-Holz? Ja, feinstes Mahaguni-Holz. Mein Papa hat immer Lachs gegessen. Lachs? Lachs? Ich kann euch, ähm, ah, hier, schaut mal, ihr habt ja kleinen Hunger, gibt es auch einen Mini-Burger. Oh, stimmt. Mini-Burger. Und dann hätten wir auch nochmal einen Mini-Chicken-Burger. Ja, die sind mit einem Hafts weg, hat Cody gesagt. Das ist crazy, Mann. Mh, 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 mh. Dann kann ich euch noch die zwei Käsekuchen empfehlen. Ui. Wow, nasskisch. Natürlich noch die Chili-Cheese-Nuggets. Und damit es nicht brennt, kriegt ihr alle beide noch einen Vanille-Müllschick, falls er zu stark ist. Vielen Dankeschön. Sehr gut. Wenn es dann noch mehr sein soll, sagen sie Bescheid, ne? Ja, natürlich. Alles klar. Dann bin ich mal wieder auf meinem Posten. Ja, vielen Dank. Du weißt schon, dass du mich da verraten wirst, ne? Warum? Hey, das ist doch voll romantisch, oder? Ich glaube, mein Papa hat sowas damals auch gemacht mit meiner Mama Amali. Ja? Mhm. Ich hab mal alte Liebesbriefe von dir gelesen. Da stand immer, ich schiebe dich. Deine Amali. Ich schiebe dich? Mhm. Oh. Die waren genauso krass wie wir, aber die haben sich gegürtelt. Wie gegürtelt? Ja, die haben sich immer, das war deren, deren Zeichen sich ihre Liebe zu zeigen, so. Die haben einen Gürtel um den Hals gemacht und so lange gechokt, bis die zum Höhepunkt gekommen sind. Okay. Ich hab noch ganz, ganz wenige Erinnerungen. Aber dieses Geräusch von diesem Gürtel werde ich nie vergessen. Wie der gepeitscht hat. Kannst du mich bitte nicht gürteln? Mhm. Okay. Okay. Ah, diese sommerliche Abendbrise. Wundervoll, oder? Hier ist es nie kalt. Ja, voll. Voll. Voll Togo. Ja. Gefällt mir. Mhm. Vor allem kann ich ehrlich mal sehen, was alles mir gehört. Hey, das gehört mir. Die Stadt gehört mir. Die Stadt gehört mir. Was quatschst du da? Was quatschst du? Noch haben wir keinen Heiratsvertrag. Wir haben auch noch gar nicht geheiratet. Noch nicht. Aber da werde ich mich recht matt ab. Du willst eine kleine Hochzeit? Nein. Warte mal ab. Bitte, ey, komm. Ruhe. Ich. Wir müssen doch nicht übertypen, oder? Ich meine, das hier ist trotzdem noch irgendwie. Ja, klar. Hier irgendwo stirbt wahrscheinlich was oder so. Ach nee, stimmt. Du hast ja nicht geduscht. Boah, diese Fliegen regen mich auf, ne? Ja, du hättest mir sagen sollen, dass ich duschen gehen soll. Ja, ich hab dir das gestern gesagt. Ja. Ich bin überwältigt. Absolut. Ich hätte auch Socken anziehen sollen. Mhm. Wenn das mein Onkel der Matze rausbekommt. Was dann? Ja, die müssen wir alle einladen, ne? Oh, nein. Wir müssen wirklich nicht. Das muss... Warum denn gleich immer... Übertreiben? Alles groß, alles groß. Weißt du, ich war's klein. Die müssen auch kommen, Matze und Roman. Wer sind die? Habe ich die schon kennengelernt? Nein, die leben nicht hier. Matze und Roman leben in Irland. Ach so. Also sind... In so einer kleinen Stadt, die heißt Pete's Meet. Okay. Und vom Papa hab ich schon Jahre nix mehr gehört. Ja, aber... Nee, das ging nicht. Naja. Ja, du musst dann... Der hat damals auf die Scheiße gebaut. Echt? Was hat der gemacht? Ach, der hat Steuern hinterzogen und so. Der hat irgendwie 50 Zwingerclubs. Oho. Das war ein ganz hohes Tier. Ich bin auch ein hohes Tier, oder? Noch nicht so wie Paara. Eine Ameise oder so. Sag mal, es hat mir ja alles auf den Tisch gestellt. Also, wir haben Onion Rings und wir haben Potato Witches und Quack-Quack-Mice. Wir haben Potato Witches? Sind das Deutsche? Nein. Witches. Mini Burger, Mini Chicken Burger, Chili Cheese Nuggets, Käse, Kuchen, alles. Wo ist dein Herzchen begehrt? Nur das Beste vom Besten, aber du zahlst später. Okay? Ja. Ich verstehe nicht, warum ich mal aufstehen muss beim Essen. Boah. Ich gehe kurz zum Handy, okay? Okay. Ja. Ja, ich habe gerade keine Zeit. Ich habe ein Problemchen. Ich bin jetzt auf dem Raum fest. Was zum Teufel, Tywin? Ich bin im Streichelzoo. Was machst du im Streichelzoo, Junge? Ich bin jetzt auf dem Wach geworden. Und ja, da ist ja eine kleine Mietzikatz. Das ist deine kleine Mietzikatz. Das ist ein Löwe. Renn weg. Sag mal bitte. Ich versuche. Dann weg. Der Typ, ne? Der ist besoffen im Streichelzoo aufgewacht. Irgendwo in einem Löwengehege. Warum gehen wir nie zum Streichelzoo? Weil ich keine Ahnung, ob wo einer ist. Frag mich nicht, wie der mal da hinkommt. Der kennt Orte. Die kennt keine Menschen. Ich muss dir was beichen. Ich wusste schon, dass du fremgegangen bist. Was? Ach so. Was willst du beichen? Ich bin nicht fremgegangen. Okay. Ich wollte dir nur beichen, dass ich vielleicht ein bisschen wegen meiner Familie gelogen habe. Warum? Du hast gar keinen Papa. Hey, ich habe wohl einen Papa. Lass meinen Papa in Ruhe. Ja, was meinst du denn? Also, meine Mama ist kein Superspionage-Vau. So, nein. Die ist nur, ähm, wie soll ich sagen, ein Bauernmädel. Einfaches Bauernmädel. Weißt du? Und mein Papa ist eigentlich meistens nur ein ganz normaler Verkäufer. Ich dachte, dein Papa wäre ein Pirat und auf Schatzsuche. Also, manchmal ist er schon auf Schatzsuche, auch auf See, aber nicht mehr so häufig, weißt du? Aber ich weiß gar nicht, wo der ist montag. Wollen die in Los Santos? Oder in Masse Chuchetz? Nee, die sind hier schon am Läden. Warum habe ich die denn nicht kennengelernt? Ich weiß nicht, weil, ähm, weil ich habe schwer mit meiner Familie. Das sind nur einfache... Kann ich überhaupt gar nicht verstehen bei so einer Tochter. Echt? M-m. Jetzt wird mir einiges klar. Meinst du, weil ich so wundervoll bin? Das muss sein. Okay. Okay. Das bin ich auf jeden Fall losgeworden. Hui. Also, ich muss dir auch was beichten. Ja? Bevor wir uns kennengelernt haben, war ich eine Jungfrau. Ja? Mann, welche Überraschung. Ich denke schon, dass du das gemerkt hast, ne? Als ich die halbe Stunde die Matratze gerammelt hab. Ja, das... Ich mein... Ich dachte... Obwohl es hell war. Also... Nein, hab ich nicht... Hab ich nicht gemerkt. Hab ich... Also... Alles... Also... Ne? Das liegt mir sehr am Herzen, dass du das nicht weiterzählst. Nein, hey, von mir erfällt keiner ein Wörtchen. Okay. Ja. Aber du kannst auch langsam... Und ich möchte gerne, dass wenn ich jemanden drauf anspricht, dass du immer erzählt, dass du ein strammer Bursche bist. Strammer Bursche. Ein totale Pfahn. Totale Pfahn. Totale Pfahn. Totale Pfahn. Ja, du musst sagen, dass du eine Granate bist. Eine Granate? Mhm. Mhm. Und du immer multiple Zuckungen hast. Zuckungen, ja. Nur wenn du in Zukunft auch aufhörst, die Matratze zu rammeln. Das war nur beim ersten Mal. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt wohl. Das stimmt nicht. Ja, das kann... Okay. Das ist schon ein bis 20 Mal passiert. Ja. Okay. Willst du noch ein Gedicht haben? Noch ein Gedicht? Ja, klar. Ich habe bestimmt noch ein. Ob ich das heute verkrafte? Also, ich habe schon ein bisschen Herzstichen, ne? Weil das so schön war. Ja, oder? Oh, nein, nein, nein. Die sind auch nicht so... Die sind nicht so gut, nein. Oh. Nee, nee. Lassen wir das. Lassen wir das. Was? Was hast du nur geplant, wie lange es heute gehen soll? Also nicht, dass ich nach Hause will. Das ist wunderschön hier, ne? Ja. Boah, ich würde am liebsten die ganze Nacht mit dir verbringen, aber... Also, ist die Sonne schon untergegangen und eigentlich könnte er dann abhauen? Ich wollte nur diesen Moment mit dir festhalten. Ja, ich glaube, der hat sich für immer in mein Gedächtnis gebrannt. Sehr gut. Das war für immer lewig. Das war für immer lewig. Weißt du? Ich hoffe, dass das keiner rausbekommt. Oh, tja, mein Freund. Wenn du einmal noch da schaust, da ist eine versteckte Kamera. Telefon. Da oben ist eine. Da sind keine Kameras. Und ab. Ja, Beatty. Curtis, ganz dringend. Ich muss schnell zurück. Eine Lawine in unseren Garten. Beeil dich. Man hat nicht mal eine Minute Ruhe, ne? Ja. Ja? Geht den was ab? Ja, alles gut. Sind die schon da? Ist schon ein Ende. Okay. Weil der Beatty hat gesagt, sie soll kommen, weil das ist eine Lawine. Ja, da waren ein paar Stück. Aber egal. Ja, aber die haben keine Faxe gemacht? Nein, die waren ruhig. Die waren lieb. Okay. Dann bis gleich. Ja. Ja. Sollten das hier auf jeden Fall wiederholen. Oder findest du nicht? Du willst das wiederholen? Ja, klar. Wie wär's mit morgen? Neun Uhr. Boah, ja, morgen wird's schwierig, ne? Warum? Ja, morgen ist doch diese... Morgen geh ich doch... Morgen ist doch der Bingo-Abend. Bingo-Abend? Ja, morgen ist schlecht. Schlecht, ja? Ja, morgen ist echt schlecht. Komm schon. Jetzt mach nicht wieder ne Schnute. Nein, ist schon okay. Das nächste mache ich dann, okay? Ja, okay. Weißt du, ich wollte... Ich hab auch erst gedacht, vielleicht Highway, weißt du, weil das da ja auch so super romantisch ist? Auf dem Highway? Ja. Okay, jetzt saufe ich. Ich hab grad ne ganze Flasche Champagner geäxt. Nein, Täterpack. Stimmt. Nur das beste Zeug. Herr Ober, wir möchten gern nur ne Glasgaraffe Wasser haben, bitte. Oder Orangensaft. Kommt sofort. Och, der Herr Ober ist mal, äh, für kleine Mädchen. Okay. Ah, da kommt der Herr Ober. Man hat's halt die Klappe. Ah, ich wollte soeben gerufen. Ja, komm. Bringen wir mal was zu trinken. Was zu trinken? Okay, okay. Okay. Ich geb euch mal... Du hast deinen Auftrag bekommen, jetzt verschwinde, wir haben's dann Bock, mit dem Pöbel Zeit zu verbringen. Ich kann euch noch gerne... Bekomm ich auch ne Zitrone? Ja, 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 ja. Das ist auf jeden Fall möglich. Ja, bitteschön. Möchtet die Dame Pfirsich oder auch Zitrone? Äh, auch Zitrone. Auch Zitrone. Ähm, bitteschön. Danke. Möchtet ihr noch was zum Nachtisch haben? Ähm, was denn? Ja, ich hätt gern einen Teller verschwinde. Wir hätten einmal noch den Apfelkuchen und dann hätte ich noch einmal... Oh, Apfelkuchen, den nehm ich für Dermammelt. Ich will was anderes haben. Okay, dann gibt's... Habt ihr Alufolie? Ja, natürlich. Ich würd gern Blech hauchen. Wartet, wartet. Ich hasse da gerade... Wo hab ich's denn hier? Oh, ja, hol den D, Esther, Alter. Tut weh im Ohr. Bitteschön. Und dann gibt's noch einen Schokomuffin. Boi. Bitteschön. Und ich hab da gerade noch... Wartet. Ah, da. Ich hätte noch einen Milchshake im Angebot. Hätte jemand Durst auf Erdbeere? Ja. Sehr gut. Dann einmal Erdbeere, dann gibt's für den Herren eine Banane. Bitteschön. Gut, gut, gut. Ja, wenn ihr dann noch Durst und Hunger habt, sagt Bescheid. Okay. Dann hab ich noch ein paar Leckereien im Rucksack. Perfekt. Na, dann bist du gleich. Ist dir aufgefallen, dass das weh tut im Ohr, wenn der Sachen mit S sagt? Ja, oder? Perfekt. Perfekt. Wer hat den geholt? Ähm, tut mir leid. Cody hatte keinen anderen. Ich dachte auch, vielleicht macht Cody das ja. Aber der hat wohl viel zu tun. Ach, ja. Ich setz mich mal zu dir, weißt du? Was? Warte mal, was? So ein hübscher, so ein hübscher Sonnenuntergang. Was? Was? Romantisch, oder? Das ist eine sehr unangenehme Situation. Warum? Ich mag deine Nähe, Janne. Ja. Nix schon, okay. Okay. Sollen wir die Klappstühle nicht drehen, damit wir die Stadt sehen können? Hm? Sollen wir die Klappstühle nicht drehen, damit wir die Stadt sehen können? Das können wir auch. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier... Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich in so einer Situation befinden werde. Ja. Ah, wenn das mein Onkel mitkriegen würde, der war auch immer so ein Schaumschläger. Echt? Ja, der hat sich die Ruckerweiber reinweise über den Pisser gezogen. Der Onkel Matze. Und dieser Roman vor allem. Ach, du Scheiße. Der war zwar immer im Vollsuff und auch für der Computer-Nerd. Aber Mann. Der alte Muschis am Start wie ein Tierheim. Okay. Von denen habe ich alles gelernt. Meinen ganzen Charme. Deinen Charme? Ja. Ach so. Ne? Ach so. Ach so, Digga. Meine ganze Erfahrung. Die haben mir alles beigebracht. Die haben mir das so gezeigt. Echt? Hm. Im Mundt-Tutorial. Wie man Liebe macht und so. Ja, das haben sie dir echt gut gezeigt. Ja, ne? Ja. Ja, ja. Im Park ist übrigens alles okay. Okay, sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was du mir schon immer mal sagen wolltest? Ähm. Ja. Schwierig. Schwierig, das in Worte zu fassen, was ich gerade fühle. Ähm. Boah. Hm. Weißt du, ich höre... Ich höre so selten was so richtig, richtig Süßes von dir. Hm. Und ich dachte, hey, das ist doch ein super Augenblick dafür, oder? Uh. Boah. Hm. Ja. Hm. Ja. Nur zu. Lass dir also. Ich hatte einen türkischen Sandkastenfreund. Ja. Der ist später Skateboard-Profi geworden. Der heißt Ali Bulala. Mhm. Der hat immer gesagt... Balabarikorani, du bist süß wie Baklava. Und ich finde, das trifft irgendwie auf dich zu. Okay, ja, das war schon... Du bist süß wie Baklava. Okay. Ich glaube, das ist der passende Satz. Ja. Sehr schön. Ah. Ja, wir sollten sowas definitiv weiter machen. In Chama, wenn wir 200 Jahre alt. Nächstes Mal Strand, oder? Ja. Oder diesen Berg auf dem Meer. Was? Was? Was nochmal? Mama. Okay. Ja, gut. Was für ein Strand? Ja, das nächste Mal Strand. Hm. Du hast ja gesagt, es geht kein Zurück. Ich werde dich da festnageln. Mhm. Ich werde dich gleich festnageln. Oder die Matratze. Je nachdem. Ich war beim ersten Mal echt unsicher, ob du dumm bist oder einfach nur blind. Und ob ich das nächste Mal lieber einen Scheinwerfer runde. Was kann ich dafür, dass dein Oberschenkel sich so anfühlt wie die Matratze? Dann rasiere dich mal, Kollege. Das gar nicht. Wow. Wow. Ey, so romantisch. Und du. Du musst noch viel lernen. Mein Schnuckelhase. Oh, das brennt sich so ins Gehirn. Aber wie es mein Papa mal gesagt hat, Mila, ich schiebe dich. Ja, ich schiebe dich auch. Und ich hoffe so sehr, dass du nicht eigentlich eine Mann bist. Hä? Warum mein Mann? Ach, nur so. Okay. Ich habe da so eine Kindheitsänderung. Welche? Das möchte ich noch nicht erzählen. Das ist ganz tief verankert in meinem Kopf. Okay. Da ist damals etwas passiert. Papa war auch nicht glücklich damit. Jetzt bin ich neugierig. Aber die Warnsignale waren da. Die Highlandurlaub und so. Ich wurde nämlich adoptiert. Oh, okay. Boah, diese Fliegen, ne? Ja. Ich gehe nachher duschen. Ja, bitte. Ja, okay. Was hast du heute noch zu klären? Ja, wir müssen mit dem Rucker noch quatschen, nach oben fahren. Der hat auch gerade angerufen. Dann muss ich ihn ruhig noch erreichen. Ja, wenn du willst, dann können wir jetzt los. Und dann ratter ich dich durch. Okay. Ja. Ja, weil wir jetzt. Wir müssen aber vorher noch ne Beefy kaufen. Ich brauche Kondom. Nein. Okay. Ja, die Höhle von der Beefy. Warte. Was? Nein. Das war echt dieser Moment. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Das war so schön. Vielen Dank. Komm her. Solange ich meine Arme noch um nicht kriege, mache ich das. Nach der Hochzeit passt das nicht mehr. Sehr schön. War wirklich sehr, sehr schön. Das freut uns. Das war absolut genial, Leute. Dankeschön, der Herr. Bitte schön, der Herr. Ich glaube, die Tür klemmt ein bisschen. Immer noch. Also. Schlag die Scheibe hin. Habt ihr wen in der Hunger und Durst, der sagt Bescheid, ne? Mh. Alles gut. Sehr gut. Der Herr, können Sie die Klimanlage machen? So, auf wie viel Grad? Auf wie viel Grad? Mh. 66 bitte. Nein, 69. Können abgehen jetzt. Fahrt oder fahren halt? Ja, natürlich fahren halt. Okay. Wir sind in Amerika. Ja. Dann fahren wir auch mal die Zwischendings hoch hier. Die Scheibe. Sehr schön. Warte, was? Was? Was denn? Los, mir. Schlag mich. Geile Sache. Die kriegen das nicht mit. Schlag. Oh, geil. Nochmal. Geil. Ja. Jetzt hau mal deinem Fuß ins Gesicht. Was sind das für dumme Geräusche? Komm schon. Ich hab keine Ahnung. Ich zieh die Schuhe aus. Das ist verrückt. Komm schon, machst du wieder daigere Zitt. Ja. Nochmal. Au, du hast mich geschlitten mit deinem Fußnagel. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, die treiben es da hinten. Oh, geil. Warte, ich zieh mal den Schlip aus. Guck ihn dir an. Sieht aus wie ein kleiner Pilz. Ab morgen nennst du mich Super Mario. Okay. Keine Sau. Geine Sau. Das riecht gleich voll nach Furz hier hinten. Gehört es? Ja, der Herr. Ihr hattet die Gegensprechanlage an hier. Was hatten wir? Die Gegensprechanlage an. Mann, das gehört so schön. Nein, das war nur für ein Theaterstück. Wir haben nur geübt. Ja, ja. Wir sind nämlich in Fifty Shines of Curtis. Okay, dann bin ich... Da spielen wir mit. Also, okay, dann bin ich jetzt auch nicht wirklich scharf, okay? Okay. Ich hoffe, du lenkst mit den Händen, Opa, wie du wohnst. Das bleibt mein Geheimnis. Ich muss mal kurz... Warte. Du hast mich schwach. Dunjo klingt so, als hätte er was im Mund. Kriminell. Oh, ich ziehe es ab. Ich will die Limo haben. Ich will die Limo haben. Hallo. Hallo. Was willst du? Ich will die Limo haben. Gieß keine Limo. Ich will die Limo haben. Nein, ich kenne es jetzt nicht. Ich geh nix. Hallo? Ich kenne es nicht. Nein, keine Limo. Ist abgeschlossen. Mann, mach doch mal auf hier. Hier passen nur vier Leute rein. Siehst du doch, ist ne Limousine. Dann kann ich auch direkt mit dem Bus fahren. Was macht ihr hier oben, Alter? Scheiße. Einen romantischen Trink. Wir haben einen Hardcore-Fußfetisch-Bowlo gedreht. Oh Gott, dann bin ich hier. Guck dir meinen Fuß an, der sieht aus wie ein glasulter Dorn. Oh, aber... Aber noch nicht Zurückzug. Nein, nein, noch nicht Zurückzug. Gut, den wichtigsten Ball habt ihr in Gamestown gesehen. Echt hier? Ne, Jungen, Mann. Wen haben wir gesehen? Gamestown. Ne. Man, die verstecken sich doch wieder irgendwo. Ja, ich kann doch sehen. Das ist ja das Problem. Wir suchen diesen Fleck hier. Was für eine Fleck? Die hier auf dem Arsch. Achso, ah. Die suchen wir. Das ist Bremskraft. Boah, da müsst ihr mal beim Kietz vorbeigucken. Das sind deren Sperma-Flecken. Wir müssen jetzt weiter. Wir machen Pommes. Hau rein. Also, wir waren nicht ganz Pommes. Wir haben eine Schipröse dabei. Ganz Fenster wieder runter machen. Ah, süß, Alter. Äh, hoch machen. Der Dunjo hatte Angst. Der hat gesagt, oh, ich mach besser das Fenster auf. Ich weiß nicht, wie groß er wird. Oh, 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 guck mal. Oh. Ah, besser ist das. Können wir die Scheibe bitte hoch machen? Ja. Ja, natürlich. Soll ich euch noch was singen? Kein Bock, mich mit dem Gesindel zu unterhalten. So, danke. Wir sind NRW. Wir sind neureich. NRW. Und neureiche Welle. Ähm, wie viel kiegt ihr eigentlich von Curtis? Wieso, bezahlte Curtis? Ja. Was meinst du, warum die mich heiraten will? Was? Was meinst du, warum die mich heiraten will? Hä? Ich hab bis dahin nur das Geld. Ui. Und nen Dachschaden. Ja. Aber da kommt Uwe Nickel noch, der rebelliert das. Wo ist das? Das ist nur ein Ex-Feuerwehrmann. Der ist Dachdecker geworden. Okay. Äh, das Mädchen heißt Markus. Das ist ein Stimmenverzerrer. Ui, ui, ui. Oh, ich wollte euch eigentlich noch was singen, aber... Alles gut, alles gut. Sagt Cody besten Dank von mir, ja? Das mache ich auf alle Fälle. Sehr schön. Hat's denn geschmeckt so weit, ja? Ja, aber kästlich. Kästlich. Sehr gut. Was war euer Favorit heute? Der Nachtisch. Wenn du die Klappe gehalten hast. Oh, sehr gut. Das war mein Favorit. Sehr gut. Und die Mini-Döner-Dinger in der Amorischie reingebuttert. Ja? Freut mich, freut mich. Geh wie so weiter. Ja, war richtig kalt, Alter. Hm, nice, nice. Und natürlich der Tee-Topp hat Champagner. Ah, sehr gut. Ich bezahle einen Bonus, wenn das, was heute passiert ist, unter uns bleibt. Das bleibt sowas dann unter uns. Gar kein Problem. Das wird aber ein teurer Bonus. Ich glaube, ich habe die beste Geldnote der Welt und die nennt sich 0 Millimeter. Okay. Okay. 1 Millimeter. Von der habe ich schon gehört. Und ich rede nicht von das Ding in meine Hose. Ach, hier kann man ja Neujahr nicht langfahren. Scheiße. Oh, was wird da gemacht? Äh, da ist doch jeder. Da wird gebaut, ne? Gebaut wird da hier die, die, äh, sag mal schnell. War das das Neujahr? Die Anwälte und sowas. Ach so. Ach so. Aristoteles. Mila, du musst deinen Schlipperdlern umziehen. Der Werbeamt, glaube ich, auch. Oh, ach so, Entschuldigung. Und die Pampers, die Dauner da vorne. Ja. Ach komm, wir machen die Scheibe wieder hoch. Wollt ihr wieder da? Ja, besser ist das, ja, ja. Wie kann die uns zahlen? Wie viel Lust da haben? Wo ist denn? So. Hast du die Pampers auch wieder an? Ja, sitz anders. Ich schiebe mich heute Abend zur Seite. Ich sollte, ich sollte heute für die Pampers halten. Ja. Oh. Da geht es ab. Oh, ich sollte flüstern. Willst du schon wieder gegen die Gegenspechanlage? Mhm. Ja, das ist ein Kerl. Das ist ein Stimmverzerrer, Bruder. Er ist 45 oder so. Ich habe den bei Knudels gern gelernt. Wo wollten wir hingefahren werden? Äh, wo wollt ihr hin? Ja, zu den Junkies. Mit dem zog ich schon seit Jahren. Oh. Ich schreibe euch eine gute Bewertung, ja? Danke, danke. Kein Problem. Guck Ben gar nicht. Mahlzeit! Vielen Dank. So, die Dame. Hier. Bitteschön. Kommen Sie nicht her, kommen Sie nicht her. Boah, ich glaube, du musst noch kurz warten. Okay. Dankeschön, Rave-Party. Ja, klar. Ich darf ja immer gerne. Für sowas. So, dann bedanke ich mich schon für den Bunker. Ja, hattet ihr gefallen? Ja, ne? Ja, voll. Natürlich. Habt ihr endlich geheiratet? Nein. Wir haben nicht geheiratet. Wir haben was zu klären, wir haben ein paar Bretter verteilt. Ja, Dienstgespräch. Dann, du hast geholfen, Uppeli-Bunker. Das hat ganz schön gescheppert. Die haben wir jetzt Schut-Schut benutzt. Ja. Ach, ich glaube, ich müsste erst mal eine Duftkerze rufen. Sehr gut. Guck mal, wir haben den Zahnriemen, haben wir jetzt ein Dings gekauft. Ein Wohnwagen. Damit er nicht was zum Pellen hat? Ja. Wie heißt der? Zahnriemen. Zahnriemen, echt? Musst ja auch alle 200.000 gewechselt werden. Habt ihr da was für so Pilderin? Hast du so Pilderin? Tag. Das ist unser Pellner hier im Park. Also, wenn der Herr Kürtis, äh, sagt, dass ich dir was zu essen und zu Taten geben darf, dann, äh, das, ach zu meine Güte. Was kommst du hin, Flachwächser? Hä? Wie, hä? Hä? Der hat die Raupen disrespected, ne? Stimmt, ja. Aber dafür hat der gerade schon Strafe gekriegt. Hat der mal sich schon gekümmert? Mach mal die Pulle auf, ne? Ja, hau rein. Mach mal, Rupika. Mach mal. Warte, man ist nicht umgezogen? Der Zahnrein fährt jetzt mit bei euch, ne? Mh, Mila, willst du noch was zu essen haben und zu trinken? Nee, nee. Äh, zu trinken bitte, ja. Ja, das kriegt man hin. Mh, wieder Zitrone, ja? Wie ist das denn? Matze, was machst du eigentlich? Immer nur rummieben im Internet? Bist du auch sauer auf mich wegen dem Fake News damals? Ich hab mit Sky, hab ich nur Kontakt. Frag nicht, was mir gerade passiert ist, Junge. Hey. Was haben die gesagt? Beim nächsten Mal will ich dich bei sowas dabei haben. Juni. Ja, aber du kannst es nicht immer sagen, so von wegen, ne? Du willst immer dabei sein. Und wenn sowas am Start ist, weißt du? Wo warst du? Die Mila hat eine scheiß Limo organisiert, hat mich zu einem Berg geschleppt, Alter. Weinbottels. Da gab es dann einen Tisch und so eine Scheiße. Und die wollten einen romantischen mit mir machen. Oh je. Irgendwo, deswegen warst du nicht hier. Hat die Braten in der Röhre? Sie ist sehr behindert im Kopf, Alter. Hat die einen Braten in der Röhre? Was soll ich machen mit der jetzt? Mit wem? Mit der Mila? Ja, gar nichts machst du mit der. Ist doch nichts passiert. Ich hab doch mit dem Typen gequatscht vorher. Was hat der gesagt zu dir? Ja, der hat gefragt, sei dir im Park? Wo seid ihr? Sei dir im Park, wir wollen gerne quatschen mal durch und so. Da hab ich zu denen gesagt, ja, ihr kommt zum Quatschen, nicht zum Knattern oder so, ne? Da meint der, nein, nur zum Quatschen. Da hab ich gesagt, ja, ruf mal Juni an. Da meint der, der hat die, ich glaube, der hat gesagt, der hat die Nummer nicht. Die haben jetzt eine Million bezahlt. Die konnten keine 1,5 Millionen aufbringen. Da hab ich zu denen gesagt, pass auf, wenn ihr daraus gelernt habt, ne? Und nicht nochmal so eine Scheiße macht, dann bin ich mit einer Million auf jeden Fall zufrieden. Ja, aber stell mich nicht so da, als hätte ich euch, als hätte ich den Park jetzt verraten. Hätte ich auch nur irgendwie den Funken gespürt, dass das gleich knallt, wäre ich sofort gekommen. Ich rede, ich rede nicht vom Verraten. Ich rede nicht vom Verraten, sondern ich rede davon, dass du sagst, dass du immer dabei sein möchtest. Und wenn sowas ist, weißt du, dann bist du nicht da. Ja, aber ich sag dir, hätte ich auch nur den Funken davon gespürt, dass das knallen könnte, wäre ich da weggegangen. Sofort. Und Mila auch, ohne Po. Okay. Aber ich wusste, dass nichts passiert. Sonst würde er nicht anrufen, die würden einfach herkommen. Sonst würde er nicht anrufen, ja, nach Quatsch. Außerdem ist der Typ, dieser, mein Cousin, der eigentlich ja komplett in Ordnung, ne? Keine Ahnung. Mit dem machen wir das schon mal Quatsch, wegen dem Max. Ja, aber, Sophie, haben wir nicht mit dem zu tun. Ja, aber, ne. Du weißt nicht, wie angepasst du das. Und ich hab vergessen, dir zu sagen, dass ich gestern schon mal dem telefoniert hab, außersehen. Außersehen? Ja, ich hab den vom Lust als Coolty eingespeichert und hab ihm Helm die Coolty eingegeben. Und den Typ hab ich als Coolty's Kusch eingegeben. Ah. Dann hab ich aus Versehen den angerufen. Da hab ich dem auch nochmal gesagt, scheiß, was momentan ist und so. Was dein OG da macht und so. Ja, auf jeden Fall wollten die jetzt beim Lust einficken, ne? Die? Ja. Wegen dem Verrat? Mhm. Ja, aber der Lust hat ja gar nicht verraten. Das war ja aber anders. Ja, weiß ich auch. Aber der hat gesagt, ja, nee. Das mein ich nicht damit. Der meint damit, dass der... Und der hat mir ja vorhin gesagt, dass der Lost Nord, ne? Das knallt's gleich wieder. Dass der Lost Nord alle belabert hat, gegen uns irgendwas zu machen. Ja, und der Lost Nord, ja. Ja, genau. Aber das, was der mir sagen wollte, ist... Der Lost Nord, als ich mit dem Lost Nord gesprochen hab, ne? Hat der Lost Nord zu mir gesagt, ja, und das war ja gar nicht unsere Idee, sondern einfach nur, da war hier der Platz, wo hier genug Platz war und deswegen haben wir uns hier getroffen. Das war ja... Da kam ja nicht immer alles von uns. Und der hat mir jetzt gerade gesagt, dass der Lost Nord die ganzen Leute auf jeden Fall belabert hat, sodass die quasi gegen uns waren, obwohl die eigentlich gar nichts gegen uns haben. Ja, Johnny, ist das das Gleiche wie bei der Vordergruppe? Die versuchen sich jetzt an, selbst die Schulen wegzunehmen. Ja, und deswegen wollte der jetzt da reinficken. Das will ich dir doch nur damit sagen. Ich will doch jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt sag, okay, ich geh da hin und mach den fertig und schnachte nicht ab oder so. Das funktioniert das, was ich vorab nicht, weil das würde wiederum bedeuten, dass wir sofort die Niners gehen und sagen, halt die Füße still. Aber die haben allen recht dazu, ne? Das kann man denen nicht verwehren. Ich hau mich hin. Natürlich haben die recht dazu. Schlaf gut. Die haben allen recht dazu, wegen dem Fahrrad. Ja, trotzdem. Ja, natürlich. Aber trotzdem hab ich denen jetzt gesagt, die sollen die Füße still halten, bis ich meine Kohle hab. Und danach können die machen, was die wollen. Verstehst du? Naja. Ich hab zu denen gesagt, pass auf, ich hole meine Kohle so schnell wie möglich. Wenn ihr jetzt hier in der Zwischenpunkt oder sonst irgendwas, dann krieg ich meine Kohle erst verspätet. Dann will ich nicht. Ich bin euch entgegengekommen mit 500.000, also kommt ihr mir jetzt auch entgegen. Lasst die in Ruhe, bis ich meine Kohle hab. Danach ruf ich euch an, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist meine Aussage. Ja, die werden halt den Asch aufgerissen bekommen. Ja, aber das sind die selber schuld. Ja, das stimmt. Tut mir leid, das sind die einfach selber schuld. Was ich, wovon ich geredet hab, ist, wenn irgendwelche Leute dahin kommen, die gar nichts damit zu tun hätten. Aber die haben einen ganz guten Grund. Quasi, ne? Ja, die haben sich voll reinhalten lassen von denen. Die haben denen vertraut und, ja. Deswegen hab ich gesagt, okay, erstmal ne Kohle und dann könnt ihr machen, was ihr wollt mit denen. Ist mir schutzegal. Interessiert mich nicht. Ich hab weiß, Freundin. Was? Ja. Habt richtig gehört. Was? Bin bald verliebt. Hä, ist man nicht erst verliebt, dann hat man dann ne Freundin? Nein. Die macht mir Schmetterlinge im Bauch. Wer denn? Der Kurt hat dich her angerufen, ne? Soll ich nur da hochfahren? Ach. Ja. Hast du mitbekommen, Finn, mit dem 49ers? Ja. Dass die halt den Lost jetzt ficken wollen, ne? Achso, ja, ja. Für den Verrat. Ja. Aber... Aber... Aber redet... Ja, dann scheiß drauf. Willst du da jetzt echt noch hochgehen? Naja, du hast ja gesagt, die sollen die Füße stellen, bis die die Kohle zusammengeritzt haben. Ja. Ich kann ja quasi zahlen. Ich will den Lost North nix stellen. Ich will den nix stellen. Nein, aber dann sind wir genauso ekelhaft wie die 49ers. Dann sind wir auch Snitches. Ja, ich verrate da nix. Ja, also sag dir nicht, dass die 49er die ficken wollen. Ich geh da nix hoch. Ich überleg mir erst was. Ja, ja. Ja, weil... Dann sind wir genauso ekelhaft wie die Folder, wie die anderen Viecher da. Der hat mich gestern auch warten lassen. Dann soll der auch warten. Ja, weil es ist deren Ding, ne? Ja, und der hat uns auch belogen, ne? Ja, richtig. Ja, wir planen das nicht. Wir sind hier nur mehr oder weniger Gastgeber. Ja, aber die lügen jetzt alle. Das ist das Problem. Ja, aber das kann man scheißegal sein. Reintisch zu machen. Ja. Richtig. Das ist deren Ding. Wir haben jetzt gesagt, das ist unser Business. Wir wollen das Geld vorher erst haben. Wenn wir die anficken sollten, dann ficken wir die halt. Aber wir müssen den Lost jetzt nicht erzählen, dass die da von den 49ern auch gefickt werden. Das kann uns scheißegal sein. Sollen sie machen später. Aber erst unser Geld. Ja, morgen ist der Alltag, ne? Ja, fehlen ja nicht mehr viele, ne? Ja. Ah, ich hab viel bessere Info bekommen. Jules, ne? Ja. Ja, warte. Ja, mal komm mit. Ja. Ich war mit mir da auf dem Berg. Wir haben ein bisschen gegessen und so. Dieser Typ da vorne, ne? Der mit der Kappi. Ja. Der hat gesagt, die Wurbeln sind Schwächlinge. Und das wird so im Kinderbett schlafen und sowas. Aber das ist dir doch eh egal. Sonst würdest du den OG nicht wegdrücken. Ich hab dich nicht mehr geduldet. Während du auf dem gekackten Berg essen warst, hab ich dir mit Johnny... Okay, ich bin nicht auf den Dack, Junge. Hör mir zu. Hab ich dir mit Johnny die Foddy Niners klar gemacht. Die haben sofort gezahlt. Und Jax hat sich verbeugt auf Knien und hat sich entschuldigt. Okay, dann hast du das schon geklärt. Deshalb bist du die Oberrope. Während du dir den Wands vollfressen warst mit deiner Perle, stand ich für ein Business von Waupern. Ja, deshalb bist du doch die Oberrope. Deswegen fahr ich ein V8 Bitubu und du nicht. Hör zu. Ja, okay. Hab Respekt. Ich hab Respekt. Dein Cousin. Ich hab Respekt. Ich werde den Tauen übernehmen. Du hast den Tauen schon übernommen. Ja, okay, soweit hab ich noch nicht gedacht. Aber bald ist Schluss mit Lustig. Guck, ich hab auch schon ne Raupe besorgt. Komm mit. Ja, planier Raupe. Ja, genau. Komm mit. Damit wollte ich Jax's Auto wegmachen. Guck, was ich besorgt hab. Ja. Aha. Vernünftige Kleidung. Schön, schön. Mich ruft er an. Guck's dir an. Guck's dir an. Wollt ihr ein paar Kokosnüsse? Will einer was von Cody's? Ich will was von Cody's. Was denn? Oh, irgendwas. Da kommt ne Großbestellung von Cody's. Hallo, du musst da einstecken. Ja, du hast versucht anzurufen. Ja, ich hab ein paar Mal versucht anzurufen. So, 30 Mal. Ja, 30 Mal. Ich wollte fragen. Ich wollte fragen. Ruhe, ich bin im Telefon. Ich wollte fragen, wann wir den Rasen mähen sollen. Rasen mähen? Äh, magst man Rasen mähen? Mag sagt, äh, ja. Dann, wenn du willst. Hm. Wie warst du mal? Donnerstag, Freitag? Donnerstag, Freitag, Freitag. Wie warst du das? Warte, ich muss Leute organisieren. Ja, such dir einen Tag davon aus. Wo kommt jetzt nochmal der Zementemisch und die Raupen? Irgendwann zur Villa, ne? Ja, da sagen wir dir noch Bescheid, Mann. Okay. Dann warst du Bescheid, Juri. Alles klar, wenn du was isst, rufst du an. Okay, tschüss. Alles klar, ich bin dran. Wollt ihr Kokosnüsse? Ja, ich will ein paar Kokosnüsse. Okay, aufpassen. Ich will Kokosnüsse. Bring mal ein paar Bier mit. Da, ihr müsst die auffangen. Ey, was reibst du dein Ding da an der Stange rum? Hallo? Was reibst du dein Ding da an der Stange rum? Ich will Kokosnüsse. Boah, das ist so zu dir. Bleib stehen, bleib stehen. Ey, Raff, Kamera, hör mal auf. Das sind Palmen aus Plastik. Warte, bleib stehen, bleib stehen. Das sind Kokosnüsse. Ich kletter euch in die Schaufel. Nein, nicht in die Schaufel. Alter, Ries, dann... Doch, dann komm ich da dran. Dann stirbst du. Mach mal Schaufel runter. Warte, 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 warte. Jetzt ganz langsam. Nein, das ist gefährlich. Und jetzt, jetzt... Warte, 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 warte. Jetzt einmal hoch. Ach, du Scheiße. Langsam hoch, langsam hoch. Zahnriemen, bleib... Langsam hoch. Ja, pflück die. Ja, noch ein bisschen. Pflück die? Ja. Pflück die. Warte, ich fahre ein Stück vor. Lange zu pflücken, los. Ich hab's... Okay. Hast du? Ja. Warte. Okay. Ach, mein Gott. Ehrlich. Pfein Minus Plastik. Komm her aus, Bensi. Ihr habt den, damit ihr Kokosnüsse... Woher hast du das Ding? Das ist vom Juri noch. Bein den Umbauten. Achso. Hey, Curtis. Ja. Von welchem... Von dem Typen hast du da die Nummer? Von dem 49ers? Ja. Von dem Curtis. Ich weiß nicht, wie der heißt. Das wird hier umgeschaut mit dem Bagger. Habt ihr vor. Braucht ihr einen von den... Wir haben dreimal die 5. Ja. 8-0. 8-9, ja. 2-5. Ja. 0-2x7. Hast du? Ja, wir gehen mal rüber. Warum bist du denn so angepisst? Alles gut. Habe ich schon. Ich drehe gut. Ich drehe gut. Ich drehe gut. Von allen anderen belabern lassen Was denn? Erzähl, bitte gerade Kannst du dir aufmachen? Arschritzer? So Wir haben sich von allen anderen belabern lassen Von was redet ihr? Von den Niners Und Lust Ja, die Lust hat er lange bequatscht Dass wir gegen uns was machen Und die nehmen sich jetzt quasi selbst alle auseinander Lass mich zu Ende erzählen Schlag mich nie wieder Ne, Tobias, wir benutzen nicht die Maschine für die Kokosnüsse Doch, wir drücken die ganze Zeit drunter, die Schaufel Dann geht das Wasser raus Das ist wie bei einem Pickel Geht's das Wasser trinken? Ja, na klar, das ist das Beste Bist ja ekelhaft Kokosnusswasser ist gut Für was? Für die Haut Mein Arm, der ist schon ein bisschen dreckig, aber Klamm die Kokos noch so zwischen deinem Bizeps und dann spart an Also hatte ich das? Na klar Warte mal, was war eigentlich mit dem Streichelzoo? Ja, der Marvel-Kammer hat mich rausgeholt Achso Hab ja auch nochmal angerufen Da kam irgendwie so ein richtiger Ritter auf mein Moppet angefahren So, hat gesagt Zahnriemen, spring rauf Ja, ja, ich gebe mir eine Art Was ist denn der Mediziner hier? Weiß nicht Oder hat er mich mit rausgefahren Lass die Raupe geschlägen Welche Raupe? Guck mal hier Das ist mein neuer Wohnwagen Hast du ein mobiles Zuhause? Ja Gute Einrichtung? Sag mal so, ich hab jetzt noch rausgelegt mit Plastiktüten, damit die nicht durchsippelt, ne? Oh, du hast sogar ein Bett Und ein Toaster von einem nackten Mädchen Nein, nein, da geht dich gar nichts an Geh mal weg, da geh mal wieder Nein, nein, nein Warte mal, ist das Mila? Nein, nein, nein Das ist nicht Mila Das ist Mila Nein, das ist nicht Mila Hör auf mich wegzuschieben Du Dreckiger Götis Ja Hast du einen Arzt gerufen? Ne, warum? Ja, weil einer gekommen ist und fragt, ob wir gerufen haben Hallo, mein Semizimann Ich glaube, hier hat keiner gerufen Hier hat keiner gerufen Ja Okay, aber Sie brauchten doch noch Hilfe Ja Dann gehen wir kurz zum RTV, dann gucken wir mal, ja? Tyrus bekommt auf die Schnauze Warum? Der hat in seinem hässigen Trailer ein Schnuckebild von Melaheim Im Bikini Zeig mal das Bild Ja, komm Guck da hinten links in der Ecke Eine Ecke? Das ist doch Mila, oder? Welche von denen? Unten Unten? Aber Mila hat keinen Apfelarsch Die hat Birnenarsch Okay Ist jetzt doch nicht Weiß nicht genau, aber Mila hat auch keine schwarzen Haare Doch, die hat doch mal schwarze Haare Hä? Hat die Mila einen Schwanz? Dazu sage ich nichts Wir haben das nicht genau erkennt Warte mal kurz, ich muss kurz aufschauen Weiß nicht So, genau in Analyse Was heißt, die sind Vorhänge? Der hat Zahlenriemen Du hast Glück Das ist doch nicht Mila Ich wollte gerade sagen Aber ich wüsste jetzt nicht Dass ich ein Bild von ihr ausgedruckt habe Äh, dass ich ein Bild von ihr gemacht habe Nein, das ist doch nicht Mila Kannst du jetzt zurückkommen Kein Parkverbot mehr Ja, warte Ich werde den Klo wieder aufschließen Okay Bis gleich Hast du BT aufgeklärt? Ja Das Problem jetzt ist Weil die sich alle gegenseitig verraten, ne? Ja Dann wollen die 49ers Die Lustdings ficken Aber Johnny hat wieder gesagt Lass dir in Ruhe, bis wir unser Geld haben Ja, das ist ja auch gut Eigentlich wollten wir ja nach oben fahren Aber das kann ich jetzt auch nicht machen Guck mal, Karis Ich habe ja keinen auch kombinieren, ne? Ja Also es ist ja gut, dass der Johnny das gesagt hat Dass sie den in Ruhe lassen sollen, ne? Ist ja alles geklärt jetzt Aber warum telefoniert er jetzt wieder hinterher Anstatt die Dinge sich entwickeln zu lassen Und zu gucken, ob die hören Ja, weil der irgendwas mit der 49ers wahrscheinlich klären will noch Lass den mal machen Aber es war doch fertig Ich war doch dabei Ja, aber vielleicht ist dem noch was eingepackt Ich gehe mal kurz jemanden retten Also kann der ja rausfinden Guck mal, dieser Typ von dem 49ers ruft mich an Und sagt, sei denn im Park, wir wollen reden und so, ne? Hä? Aber so richtig Man hat richtig gemerkt, dass er ernst meint Und Juni kackt mich an Warum nicht Kaffee? Und Juni kackt mich an, weil ich mit Milo auf einem Berg war Und nicht im Park Ihr wart auf dem Berg? Ja, die hat so einen romantischen Abend geplant Ja, ich war auch ganz schön sauer Halt die Schnauze Halt selber die Schnauze Ich habe drei Shops gemacht Auf mich hat keiner gewartet Will, dass du deinen Cousin ernst nimmst Ich nehme dich doch ernst Dann hör auf zu sagen, ich halte die Schnauze Ja, aber keiner sauer sein soll auf mich Ihr seid stramme Burschen, ihr regelt das schon Ihr braucht nicht immer mich dabei Ja, ich bin Ochsenschwanz Wisst ihr, was mir zehnmal passiert ist Pro Shop, wo ich war? Irgendjemand ist angehalten und meint Scheiße, den wollte ich gerade machen Dann siehst du aber, was das für krasse Typen sind Anstatt die warten, bist du fertig, bis sie dir anders Geld abnehmen Die Coldies-Lieferung kommt, ne? Wer hat jetzt die Taxe bestellt? Also der nimmt jetzt erstmal Bestellung auf Achso Der kommt jetzt alle Fragen Ja, der kommt alle Fragen jetzt, was wir wollen Habe ich organisiert übrigens auch Krass, Alter Boah, dann war's krass, ne? Ja, seitdem ich die Jacke trage, schon irgendwie Du bist bald ein richtiger Super Saiyajin Ja Ey, Mädchen! Semba hat den Ultra-Instinkt Er hört's Wie liefert jetzt mit dem Roller aus? Ja, schon immer Boah, dann gibt's jetzt eine dicke Bestellung Ja Äh, wo ist denn hier diese eine Frau hin? Ach, keine Ahnung mehr Also wir hätten ja alle zusammen einen Bildcheck Die Frau, die Gertz und Mia Die hat mich angerufen und gefragt, ob du Bestellung aufnehmen willst Ja, ja, die hat ja gerade bestellt Ich soll dir hierher liefern Genau Aber wo ist sie? Bald in Scarlet? Scarlet Warum bist du so aus der Puste, bist du mit dem Roller gekommen, Junge? Aber der ist hier rübergelaufen Ja, ja, rübergelaufen Okay, dann schreib mal auf, Boy Ich hab schon, äh, sie hat schon bestellt Hä? Was hatten die bestellt? Ja, 30 Mal essen und 30 Mal trinken, hat sie gesagt Ich hab hier mal was zubereitet Ja, was denn? Weil hier mag nicht jeder alles Ich mag keine Gurken Ah, so viel, dass ich, ah gut, ich zähl's mal auf Bacon Burger, CK Burger, Chicken Burger, Chili Cheese Blau-Ber-Maffin Check in Americano Snickers, euch schicken Also ich bekomm schon mal vier Cheeseburger Ja, wo ist denn Scarlet? Die steht hier irgendwo Warum müssen wir die dabei haben zu bestellen? Was brauchst du denn von der? Ja, weil die Rechnung zahlt Nein, ich zahl die Kördes zahlt Ja, right Ich muss so gleich zum Kodi auch noch wegen dem Ding zahlen Ja, dann kann ich dir das dir geben, die Tüte Na, das hab ich nicht bestellt Ja, aber Scarlet hat das bestellt Ja, wo ist die Fette denn? Ja, er bezahl's doch nur Ja, egal, dann gib die Tüte Ich bezahl Boah Ich tu mir das Geld gleich von der wieder Yes Das sind dann 2.100 Boah, was hat die bestellt, Alter, beladen? 2.100 Dollar Alright Okay, das heilt's Maul Stehen Sie nicht so nah an My Lord dran Perfect Genau, ich bin der Landlord hier Ja, und was jetzt mit dem Essen? Wofür hab ich jetzt bezahlt? Das kriegst du jetzt, das kriegst du jetzt Boah Boah Das wollte ich nicht selbst reinbühlen Wett mal Soll ich dir helfen beitragen? Ja, ja, hilf mir mal Nicht dir, mein Geschenk Pasch schon, das ist alles in der Jacke, Junge Das ist dein Job, Junge Ja, so Geil, Kör, das machst du eine Bestellung nur für uns beiden, Biti Das war eine Bestellung? Ja Ja Guck mal, ich geb dir meine Wurst Demba, ich hab dir was mitgebracht Was denn? Ein Adventskalender? Nein Damals in unserer Kindheit hast du immer gerne was gegessen Und du hast doch immer selber mit Tante Mit Tante Witte Fick Hast du was gekocht, gebacken? Also, nee? Nein, das ja Oh Ähm Du musst schon die Hand aufhalten Ja Ja, aber ich glaub, dein Jack ist voll Ja, wir haben alles voll mit Fressen hier hinten Das kann gar nicht sein Da sind doch erst 20 Chickenburger drin Äh, vier Baconburger hab ich noch Ja, warte kurz, ich muss dein Geschenkel fangen Weißt du noch, den hast du damals da für meinen Papa immer geilen gebacken Danke Geh, gib mal Hier fang Ja Oh, Bockenburger Bocken Da Apelkuchen Warme Apelkuchen Ist das warm? Ist das warm? Hast du drauf gesessen? Ja, du Arschloch Bitteschön, lass es euch schmecken Danke Dankeschön, ich liebe dich I love you, baby Also, Digga Geil, warme Apelkuchen Apelkuchen Küstlich Geil Demba Ja? Ja Du hast eine Katahaiho, Wabaki 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 Komm, wir setzen uns am Wasser und sind wie reich aus Ja, warum ist Brack in diese? Du Geijin Boah Ich hab irgendwie das Gefühl, die anderen mögen uns nicht mehr Ist nicht schlimm, die sind eh nur Fassade von uns Girl, ich hab mir einen richtigen Plan überlegt Hau raus Guck mal, wir sind ja die Wau-Pin, ne? Ja Wir sehen ja auch so aus wie so reiche Wau-Pin Ja, wir sind so reich Und krasse Leute vor allem, ne? Wir sind voll die Influencer Wie wär's, wenn wir den Junkie-Park dafür benutzen, dass die aussehen, als wären die die Boss, aber in Wirklichkeit sind wir das und das weiß noch keiner Boah Hast du das gemalt doch mit Wachsmallstifte? Wir sind so Marionettenspieler wie im Puppenkasten früher Ja Boah Dann lassen wir uns ja auch noch kaum blicken, nur in unserer Villa, so ein bisschen flexen im Pool und so Was hältst du davon? Weil wenn du mal ehrlich bist, wie so ein Hubschall Warum mit 20 Leuten in Kreis steh, wenn man auch mit 5 Leuten in Kreis steh, wenn man auch mit 5 Leuten in Kreis steh kann? Genau, das meine ich auch Weniger Infektionsgefahr Hilfe! Hilfe! Ja Hilfe! Ist gut oder ist nicht gut? Ja, ist voll gut Ich bin knallhart vor den 49ers, hab keine Mine verzogen Sollen wir den Johnny mal fragen, warum ich dich nicht mag, Bitti? Nee, Digga, das ist zu Grinch Komm, wir fragen den Was für die Ruhe, Digga Komm, wir klären das Gitti, komm mit Okay, wir klären das Ja, Tari Ja, von den Freibierleuten wurde eine Kutte gerade abgenommen Von wem? Von den Freibierleuten, ich bin mal oben im Norden auf Mission Ja, aber fang keinen Stress an, ne? Ich unterstütze nur Ich rede nur Kades, wie gehst du? Ja, wie ein Gangster, der 3 Meter breit ist Okay Ja, darf ich den verhauen? Nee, du darfst keinem verhauen Okay Ich gebe dir die Unterstützung Nix machen Ja, ich mach nix Okay Wo ist denn Johnny? Weiß nicht Warte mal kurz, Telefon Hallo? Johnny hat das Bart, ne? Was? Ein Malawin in meinen Garten, ich muss schnell los Mit der Salami hätte ich geglaubt, aber das ist unwahrscheinlich Hallo? Äh, bei Benni, ich hole nur kurz Karre ab Ähm, Tyrese hat mich gerade angerufen Von den Rockern ganz oben in Norden wurde ne Kutte geklaut Ja Der Tyrese wollte da helfen, ich hab gesagt, der soll nix machen, ne? Nein, nein, das ist unser Problem Bruder, ich kann die ganze volle Idioten nicht zusammenhalten Wie? Ja, den Tyrese und so Nee, du musst die zusammenhalten Ja, okay, ich ruf die Nummer an Ja Bis gleich Ach ja, übrigens Hast du den Beatty nicht mehr lieb? Warum? Weil der meint, du redest nicht mit dem, gar nix Hä, was arbeitet er? Ja, der sagt, du bist ein Freund von damals und du konntest nicht mit dem Der ist ein bisschen traf Will der, dass ich mit dem zur Seite gehe und mir zwei Minuten Zeit jeden Tag nehmen? Ja genau, der will ein bisschen Aufmerksamkeit, ein bisschen freundschaftliche Nähe Ey Liebe auch ein bisschen, vergiss Liebe nicht Ja, du Ich hab viel um die Ohren, sag einfach Ich kann mich nicht um alle kümmern Hast du jetzt gerade noch mit 49ers telefoniert? Ja Warum? Ich hab gehört, dass die sich irgendwie mit diesen One-Niner oder so zusammenschließen wollten Ah, das ist also Und diese One-Niner, die wollen glaube ich diese eine, wo wir den Truck da geklärt haben, den Dingens Ach, meinst du, dass die die 49ers quasi dafür benutzen, für ihr Zeug dann? Ja, ich hab dann zu denen gesagt, so pass auf, Alter, wenn ihr euch mit denen zusammenschließt und die versuchen da an dieser Jules ranzugehen Dann lasst ihr die Finger von dir, die stehen unter unserem Schutz, dann meint er ja, ist okay Und jetzt wollen die gleich bei Foulders noch reinreiten Oh, das ist so, Decker Aber da haben Wilde schon aufgehäumt Ich weiß, aber das ist mir eigentlich egal, ne Was machen wir, wenn der Typ jetzt gestorben ist, das machen wir wegen der Kohle Geben wir da auch nochmal hin? Ja, wir haben bis Dienstag Zeit, Alter Ansonsten tauchen wir da auf Ja, sicher Okay Da sagt er so zu mir, der Foulder ist tot, ne Ich sag, ja Ja, ich sag, ja, ihr habt den umgebracht, oder? Ich sag, ne, wie, wir haben den umgebracht, erzählst du Ja, der ist tot Ja, ja Wie kommen die darauf, dass wir den umgebracht haben? Keine Ahnung Auf jeden Fall, äh Aber guck mal, jetzt mal so rein logisches Denken, ne Wir fahren da hin und wir töten jemanden, haben wir getan Und alle sehen das Als ob einer von denen dann unter Todesangst überrum erzählt Dass wir jemanden getötet haben Die wissen doch genau, dass wir das gleiche mit denen auch machen Selbst wenn Ja, der Furia war das Alles klar, jo, danke Ja, egal, man ist der Alltag Kein Thema Äh, was hast du gesagt? Nee, nee, ich hab dann, pass auf Dann hab ich denen erzählt, so, dass das sein kann, dass die halt, äh Also, dann hab ich denen erzählt, dass die halt die auch irgendwo gesnitcht haben, so, ne Weil, die haben ja quasi gesagt, so, dass die, oder, dass die ihren Kopf aus der Schlinge ziehen und sagen, ja, nur die anderen haben alles gemacht und die haben gar nichts gemacht Und deswegen wollen die jetzt auch da rein reiten Ja, wie gesagt, ja, bei vorerst ist mir das scheißegal Das musst du dir mal reinziehen Das ist ein großes Kollektiv und jetzt verraten die sich alle gegenseitig und ficken sich Obwohl die vorher noch einen an einem Tisch saßen und zusammenhalten wollten Das ist am Park Ja, ja, klar Ich muss dir mal ein Auto zeigen, wir kommen jetzt vorbei Okay, bis gleich Ich hab ein Auto gekauft, hau rein Aber Matze, dankeschön für den Gifted Zapp Ne, ohne Kerbsen, danke für den Resub Fan Ragnar, dankeschön für 10 Gifted Zapps, Bruder, Mann, vielen lieben Dank Bolzen, dankeschön Big Ultra, Sterni Destroy by Scuff, dankeschön für den Prime und herzlich willkommen Und Gizmo, danke für den Resub Was? Hört es? Bist du jetzt ex Bist du Bist du echt zum Jax gelaufen und dachtest, der wäre ich? Ja, ich hab nur um den Dingens geguckt Guck mal, die Karre da vorne Wo? Boah Und achte auf das Kennzeichen Aber wir wollten doch kein Auto kaufen, oder? Ja doch, das schon, das hab ich den Dingens versprochen Das wollten die unbedingt haben Denk an die Kohle, ne? Ja Aber ich hab auch um den Drifke zusammengeschmissen Also wir haben Wir haben schon gut Geld Guck mal, Kennzeichen Boah Ja, das ist Das find ich ganz schwierig, ne? Tagsam Nein, warum? Ja, weil Auto abgeholt Und ich muss mir gleich ne Fliegermütze noch holen War das schon so? Hä? War das schon so? Nö Da fehlt der P davor für die feuchte Aussprache Yeah Fotze Wieso? Das ist doch, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind Fotzen Das können wir doch sagen Ne, in der Furia Grotte Derjenige, der die Karre fährt, ist der Fotze Ja, nicht, dass der Staat sich dann meldet Warum? Wenn er die Dokumente durchliest, dann ist der Nummernschild mit F.Otze Ich meine nur Dann soll die neue Nummernschild geben Das ist doch nicht böse gemeint Das ist mein Name, ich heiße F.Otze Schreib da lieber Grotte drauf Aber schön, das Auto, ne? Ja Das Auto ist schön, aber das Nummernschild finde ich nicht schön Schicke K Schicke K Oh 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 Ich glaube, da hat es ein bisschen zu sehr im Kopf gekegelt Meinst du? Ich glaube schon Nein, mein Dings wird auch schmonster als Kennzeichen Vielleicht sollte man mal das Warum? Wir beleidigen hier doch keinen anderen Ich kann mich doch selber beleidigen, wo ist das Problem? Hä? Nur beim Verkaufen wird das ein bisschen schwierig, das Auto Das ist unser Johnny, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf Ja Du wieder rumläufst sieht das aus, als würdest du dich öfter selber beleidigen Aber das ist nicht böse gemeint Ja, aber ist doch nicht schlimm Nö, nö, ist doch nicht schlimm Nein, Unity ist nicht so streng, aber Ja, aber ist schön Johnny, hast du gut gemacht Keine Ahnung So 50-50-Ding kann man lustig sehen, aber Max gehen wir jetzt Liga Brille holen Kann man noch nicht lustig sehen Liga Mütze Ich finde das nicht lustig Das ist so Das ist so So Hogwarts und so ne Scheiß ist lustig Das würde ich auf jeden Fall ändern lassen Weil es gibt einfach Menschen, die triggert sowas und Voll cool Okay Kannst du sagen, was steht heute noch an für ein Terminer? Wann ich dann? Ich muss zu Codys noch Was bezahlen? Was bezahlen? Mhm Was denn? Was für Schulden bei Codys? Mann, du willst nicht wissen, was mir heute passiert ist Wie, was hast du? Ja, kommt ne Limousine, Mila schleppt mich auf den Berg und gibt so Candlelight Dinner, Junge Ach du, danke Mit so nem Tisch und Stühle und feinem Essen und all der ganzen Bullshit Sicher, dass da Mila war? Ja Nicht ihre Schwester oder so? Mhm Ich glaub, die hat ja was vor allem nicht Was passiert mit der? Weiß doch nicht Sollen wir kurz fahren? Dann haben Forty Diners angerufen Der hat mir gesagt, die wollen unbedingt quatschen und so Und nicht brettern Und dann ist Juni sauer auf mich gewesen Oder immer nur sauer Warum? Ja, weil ich nicht im Park dann war, als sie kam Aber ich wusste, dass nix passiert Ja, weil ich da war Ja Jonathan Hier ist er Vielleicht solltest du bald am Auto verdingst und nachfragen, ob das okay ist Man merkt nämlich, du bist ziemlich still Nö Okay Nö Ich kann mal eben nachfragen gehen Ja Ja, besser Ja, Hassert, wenn man das so sieht, dass viele die sind beleidigungen verboten und das ist halt Ne, manche Leute sehen hat, als beleidigungen hat, geht dann für nicht Boah, ich frage mich nochmal Aber Johnny soll das mal klären gehen Vielleicht sagen die mir einen Lattin, wenn ich dann so... Ademeister Ja Dicker Schnäuzer Danke Hast du mich dann wenigstens noch lieb? Ja immer Komm her Wir raupen und fühlen uns nämlich ausgegrenzt Ja warum? Keiner mag uns mehr Kommt doch gar nicht Habt ihr damals schon gesagt, wo du die ganze Schuhe so war, dass du trotzdem im Park schlafen kannst Ein Tannchen zwinkert mir zu Die will nämlich Für immer Ja Komm her Du geile Sau Ne, schau auf, ich riech nach Mädchen dann Mila riech das Der kriegt wieder Ärger zu Hause Wenn ich schon will, der riecht wie ein Shisha-Kaffee Ey, ich war doch gestern da zum Duschen mit Mila Also alles gut Das ist noch von gestern Oh, wenn er kommt, Digga Der hatte gerade einen Kollegen, ne? Der macht jetzt Chapter auf Wer denn? Ja Ja Da bin ich wieder Der hat die selbe kackbraune Kutte mit dem Kerl wie der Die mischen uns nicht in den Kriegen von anderen Leuten ein, ne? Da war ja kein Krieg, da war ja ein einzelner Ja, wir gehen aber ohne Schirm, wenn denen eine Kutte geklaut wird und machen eine Pallava Ja, das wüsste ich ja nicht, der hat ja nur gedacht Wenn du das machen willst, dann schließt dich irgendeine Gruppierung an In einem Club Ja, ja, alles gut, alles gut Hat sie eh ehrlich, weil der Vize von dem im Krankenhaus liegt Ja, du bist doch so ein Fisch Ich hab, ich hab da aber was aufgeschnappt Was denn? Irgendwo zusammen mit den Vorders oder so Das sind Földer Sympathisanten Was sind das? Földer Sympathisanten Boah, warum ist der mal besoffen? Ich muss ein bisschen fahren, Kopf rein Das sind Földer Sympathisanten Sympathisanten Die Sympathisieren mit dem Vorder Kannst du nicht einfach die Schnauze halten, ey, Mann? Ich hab zwei bekommen, ich hab zwei bekommen Ich hab den Tyrese letztes Mal erwischt, wie der aus einer Pisswasserflasche getrunken hat, wo Kippen drin waren Der hat dann durch die Zähne getrunken Damit der Kippenstimmel nicht im Hals rutscht Weiß nie, wer das Frühstück isst hat Tabak wächst in der Erde, so Erde ist Salat, ne, und dann Vitamine Auch, auch, auch Du alter Aschenbecher Willst du mal riechen? MASHALLAH MASHALLAH Da hattest du aber so ne Sache auf den APs, aber mit diesem ständigen Fressen und Trinken, ne? Tyrus, du solltest erst mal die Zähne putzen Wenn du jemanden beißen solltest, hat er ne Blutvergiftung So viele Bakterien wie in deinem Mund umschwimmen, Junge Wie bei so nem Kaiman, so nem Eidex, Alter Soll ich nicht beißen? Soll ich nicht beißen? Komm, Pesteril in eine andere Richtung, riechst ne Heilscheiße Um mit Tyrus umzugehen, braucht jemand einen Impfpass, Alter HMF5 Geh mal Zähneputzen, dann riechst du auch wieder nach Chipstütschen, ne? Ich hab heute erst wieder nen guten Pfefferminztee getrunken Hallo? Bist du in der Coldies gefahren? Nö, ich bin ein bisschen durch die Gegend fahren, Kopf freikriegen Ich muss denken Warum hab ich nur mit dir zu tun, Alter? Kasse dich Ja lass gleich zum Kopf Ich rufe den mal an und frage den mal, ob der zu Coldies gefahren ist Der sagt, ne ich fahr ein bisschen durch die Gegend und muss den Kopf freikriegen Ist euch okay? Wenn er für die Gedanken hat, die raus müssen, ne? Oder geh hier in das rein los Oh, da ist Wasser Da krieg ich Sogbrennt von Boah, jetzt So, ich komm jetzt aber in meinem Camper rein, ich wünsche euch nochmal, ne? Klar, viel Glück Denk doch, wir brauchen nicht morgen, ne? Wofür? Kopf ist noch nicht frei Ja, lass mal zu Coldies, komm mal her am Park Geht nicht Dann fahr ich jetzt alleine hin Du fährst mit Cody Ja, fahr mit Bitti Ja, ist ja fast alleine Tschüss Du bist niemand Wofür brauchen sie mich morgen? Weil morgen Zeitag ist, Junge Warum kommen die letzten Leute, die Gelder nicht zahlen Achso, dann mach ich Oh, tu mir leid, tu mir leid Und so mach ich dann, ne? Ne, das nicht Äh? Du musst aufpassen, meine Geldübergabe Ah, also okay, gut, gut, gut Dann nehme ich mal einen Ballermann in der Hand, dann mach ich einen Ballermann Hallo, warum zieht's auf mich? Jetzt noch pisse ich in den Trailer, Eminem Ma, dass du versichst Ma, Spaghetti sind nix, vieß arm am heavy Weep home, ever I clean you up my closet I don't wanna make you crap I don't want to make you crap Na, Ben, du wolltest noch was zurückrufen Aber ich hab so viel zu tun, mein Kopfplatz. Okay, also brauchst du kein ... Schwer mit Gespräch. Das ist ganz schwer. Okay, dann kommt einfach zum Yellow vorbei. Oder rufe an. Alles klar. Jetzt ruft der schon mich an. Ja komm, wir fahren. Grüße. Warte, meinst du? Fang uns Coldies. Ja, viel Spaß. Wo ist denn das Auto? diese gut schaden können sie bitte das lichter machen der herr ich möchte das tagesgeschehen verfolgen und will die aktien stehen ja um 15 prozent seitdem der krieg mit dem rock am vorbei was zum teufel oh mein gott was ist das für ein auto traktor bedienung bitte kann du das noch mit dem mikrofon der ist gerade unterwegs ja der ist gerade wie gesagt unterwegs er führt gerade das ding ist wieder auf okay okay sehr gut sehr gut und essen wollte nix also ihr könnt gerne gerne drehen sie sich bitte um und gehen sie zurück in ihre arbeit lass mal zum metro fahren am hafen dann ist der da wenn der auffällt wo ist denn das am hafen metro da baumarkt 2 mein zu was seid ihr müde? hallo? geil Ich hab kein Licht für die Zeitung, ne? Dankeschön, James. Alfred, wenn ich bitten darf, Alfred. Hau rein, Jess. Schlaf gut. Nee, Gamers, du hast heute nix verpasst. Guck dir ja nicht das Video an. Was stellst du dir vor, so gehaltmäßig? Ja, 120 Riesen pro Tag, ne? Kriegen wir hin. Ich mein, ich bin jetzt reich, ne? Na klar. Dann ist der doch nicht hier. Oder? Ich glaub nicht, dass der hier Sachen mit nem Kelly abholt. Wer weiß. So Container dahinter mitziehen? Kann man doch machen. Ah, jetzt gilt ein Telefon. Na, Herr Krösch, wie war Ihr Künstler? Grüße, der Herr. Grüße. Ich hab grade erfahren, dass Sie nicht am Arbeiten sind, der Herr. Ich wollte meine Rechnung bezahlen. Für den netten Abend, den Sie organisiert haben. Ach so. Ähm, ja, dann lass dir ne Rechnung von 15.000 Dollar ausstellen von den Dingern. Da ist die Limo mit inbegriffen. 10.000 für die Limo, 5.000 fürs Essen. Boah, ich geb aber ungern diesen, diesen Leuten da, die da arbeiten, das Geld. Okay, dann, äh, weißt du was, dann könntest, ich schreib das einfach rauf, wir laufen uns über den Weg, ich rechne es demnächst ab. Okay, machen wir so. Machen wir so. Dann bis demnächst und danke. Hat es mir dann gefallen? Ja, war voll gut. Hat Mila dir auch ihr Gedicht vorgetragen? Leider ja. Ja. Ja, ich bin doch nicht so emotional. Ja, hat sie ja auch gesagt, dass du lieber am Highway das Date gehabt hättest. Okay, dann zeig ich das nächste Mal, Claudi. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Easy, bis dann. Ciao. Ciao. Boah, die Leute sind immer so laut im Telefon, ne? Ja, brauchen halt ein AUNA 900 Telefon. Ja klar, für die reiche Kinder. Seit 2016 telefonier ich nur mit den AUNA 900. Ding gut aus. Ich bin der Adi hier. Der gerade Motor hat geklaut, siehst du doch. Also... Gamers, danke für den Resub im vierten. Platz da, die Herren der Sire möchten durch. Platz da. Ich glaube, die anderen hatte ich schon, ne? Vielen lieben Dank. Platz der Sire, der Scheich von Los Santos geht da durch. Machen sie Platz. Platz! Geht aber so rein. Er schreit dir voll an und sagt, die so einen Platz machen, der Sire kommt. Ja, ich salotiere auch gerade von dir. Was? Ich salotiere auch gerade von dir. Das ist die Robbengang-Zeit. Wo ist denn der Junior jetzt schon wieder? Dieser Kurt hat mich schon wieder angerufen. Der ist Krinschen. Aber der macht bei mir Ärger, wenn ich Krinschen bin, ne? Warte, der ruft an, der will das Gespräch haben. Was für ein Gespräch dann? Ja, was ich noch klären wollte mit dem Kurt. Ja, dann fahr doch hoch. Ja, aber ich kann ihm das ja jetzt nicht quasi sagen, weil die 49ers den ja bungsen wollen. Achso, ja. Sag einfach. Nee, die 49ers halten Füße still, bis wir fertig sind. Ja, das soll ich eben nicht sagen. Ja, das kann ich nicht sagen. Weil dann sind wir genauso eklige Ratten wie die. Das ist deren Business. Ja, dann würden wir die 49ers quasi verraten, ne? Ja, das ist halt. Das können wir nicht. Dann bereiten die sich halt auch vor. Vergräte von uns machen wir nicht. Richtig. Wir sind stabiler Jungs. Was? Ich könnte halt hochfahren und ihm sagen, pass auf, in der Zeit, wo wir das noch nicht geklärt haben und so, halte ich die Hand über euch. Ne, du weißt warum. Ja, bis morgen. Ne, die haben doch länger Zeit bis morgen. Die haben noch viel mehr Zeit. Ja, ja. Ja. Ähm, nur um das nochmal klarzustellen. Ihr wisst ja davon, ne? Ja, ja. Macht ihr heute Nachtschicht? Nein, nein, wir machen bis morgen gar nichts. Warum ist Zeittag? Ich muss morgen fit sein. Wenn ich heute ne Kugel reinbekomme, dann kann ich nicht mehr schießen. Richtig. Oder keine Häuser mehr hochklettern. Lack, macht mal drei Tage Ruhe jetzt. Hä, geh nicht. Lack, das. Guter Witz, Alter, im Moment. Au. Na, guck, ob die morgen überhaupt kommen, ne? Ja, dann jag ich die, bis sie alle tot sind. Mir scheißegal. Die Folder haben verdient. Ja, Folder und Maxis müssen noch. Ja, da sind die 49er jetzt auch hinter, ne? Beim Folder. Ja, sollen sie machen. Da können sie ruhig, die haben wahrscheinlich eh geld. Ja, da dürfen die eh reinficken, wenn die wollen. Aber die Maxis, also wenn die Maxis nicht bezahlen, ne? Dann fick ich da den ganzen Tag rein. Ich finde jeden. Wenn die auf dem Feld stehen, ich stech die ab. Wenn die irgendwo rumstehen, ich stech die ab. Mir scheißegal. Du hast ja richtig viel Hass, Junge. Na ja, guck mal. Nein, die Maxis sind die größten Schwanzdurchscher überhaupt. Im Prinzip hat jeder grad oder momentan seinen Fehler eingesehen, ne? Ja, aber so die Maxis. Alle haben gezahlt, weil die... Maxis aber nicht. Alle haben gezahlt, vielleicht nicht wegen dem Druck, sondern auch weil die Fehler einsehen, was die getan haben. Ja, aber die Maxis werden das nicht tun. Weißt du, was die mit uns gemacht haben? Ja, wenn die nicht, dann... Bruder, ich habe eine Rope hinter mir. Rope'n Gang. Dann fahre ich da hin und dann machen wir das Ding platt. Ja, machen wir auch. Weil die Maxis, die haben uns verdient. Die sind genauso wie Folder. Weil die sind eins zu eins, das gleiche, nur mexikanisch. Ja. Ja? Ich würde die sogar noch unter Folders einstufen. Nein, die sind noch schlimmer als Folders für mich. Ja, hab ich doch geil. Weil wir mehr mit dem Mexisch schon zu tun hatten. Die machen auf gut, hinter unserem Rücken machen die schon dreimal gefühlt was. Und ich sag dir ehrlich, ich werde die umbringen, wenn ich die sehe. Ich denke schon, dass morgen streamen es dann. Aber den Donnerstag klappt nicht. Ja, mein Gott, Alter. Diese dummen Redmigs in oben. Ist so, fick die Schalträger. Hängen die da ran. Ist echt schon wichtig, ne? Auch wenn morgen nur zwei Stunden streamen ist, so, nachdem die Sache geklärt ist. Ja, warum nicht? Da sind uns die Tussen von denen da. Die drei, vier. Eigentlich sind alles Tussen von denen. Damit wir wenigstens einfangen können wegen der Geldüberabonnierung. Jetzt nicht mal nicht beleidigt werden. Nein, 2020. Ist doch durchgestellt mittlerweile. Oder was sagt ihr, Chad? Doch, ne? Ist doch schön und, äh, ist doch gut. Was? Mich nennen die auch immer Frauenstelle. Ey, ich muss meine Haare abrasieren, ne? Tanksam. Ich muss meine Haare abrasieren für diese Mütze. Die Dreads haben da nicht runtergepasst. Was hast du jetzt? Nervt mich. Ich glaube, äh, so wie Max. Und Curtis. Was denn? Ja, so hab ich die Haare jetzt. So wie Max und Curtis. Ich hab nur kurzen Haarschnitt. Ja, ich auch. Ich muss die abrasieren. Warum? Weil die Dreads hier nicht runtergepasst haben. Warum? Also Juni ist mit seinen Perlen unterwegs. Ja, aber ich denke, der kommt gleich wieder. Demba fällt rum, um den Kopf frei zu bekommen. Und hast du das wieder gemacht? Keine Ahnung, Mann. Ruf den an. Ich ruf den an, warte. Hier fällt Cody's alles glatt. Ja, der war nicht da. Der hat gesagt, soll irgendwann bezahlen. Cody's auch eher. Demba ist schlafen. Oder denn? 15.000 muss ich dafür blechen. Wofür? Limousine und Essen auf dem Berg. Mit nem Butler und nem Fahrer. Soll ich dir ein Blasen haben? 15.000. Und das hat Mila organisiert. Nein? Habt ihr... Wider organisiert und du musst bezahlen. Gab's einen Antrag? Nein, nein. Hey, ich hab Mila gestern 21.000 gegeben. Die haben doch schon geheiratet. Nein, wir sind nicht verheiratet. Klar. Mhm. Wer sind denn eigentlich die Typen? Wer ist der Typ mit dem Jack? Ja, der fährt rum. Keine Ahnung, keine Ahnung. Hab dem Angebot gemacht, aber will er nicht. So, ein Freund von ihm, keine Ahnung. Das war lustig. Wenn wir Musik anhaben, kommst du nicht her. Ja. Ja, wir haben halt nicht von Siegern, aber... Ja. Semper! Hör auf mit Scarlett zu cringe und komm wieder! Ja, mit Scarlett oder was? Nein, wir sind Juni. Nein. Ja, ja. Ja, ja. Das ist Max. Das ist Max. Das ist Max. Was ist los? Boah, Junge, Max, dich und mich sehe ich in so einer... ... freisitzenden... ... in so einem Tornado. ... Schiene. Ne, in so einer Maschine. So eine Flugmaschine, Alter. Du fliegst und ich schieße oder andersherum. Ist egal. Beim UFO. Gabi, sollen wir kurz nach oben fahren? Ich hab Bock auf ein Tornado. Ich sag nix über... ... ich sag nix über die Fortinalnas. Ich hab auch Bock auf ein Tornado. Ja, du hast da richtig, richtig, richtig auf. Das ist gar nix leicht. Aber du machst das schon als König. Du machst das. Kuss, Kuss, Kuss. Du bist König, Curtis. Ich vertrau dir. Drei Jahre Einzelhaft, Junge. Drei Jahre Haft, sechs Jahre Schaden. Drei Jahre davon sogar Geld verdient. Von den drei Jahren. Wann offenbar stechen wir nur. Was hast du da? Ja, im Knast so ein bisschen arbeiten. Hat er die Zeit aufgehoben? Sagt mir viel Geld, man. Bitte, wie sollen Herren so Gehalt haben. Junge, was war das denn, Alter? Was ist denn gerade mit mir passiert? Brachkulasch, Bruder. Du hast Hunger. Da ist aber die Zunge von rechts nach links. Hast du einen Zug, oder? Eigentlich hab ich keinen Bock mehr, aber wir müssen... Ja, leck mich ab. Der kommt vor allem. Boah, diese Mütze macht irgendwie nur Scheiße mein Kopf. Ciao, ciao. Von wohin? Der hat zum Lust. Rücker. Ich will kurz sagen, wo die wohnen. Yellowjack. Yellowjack in? Norden. Okay. Abo. 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 Warum sind die eigentlich alle so vor Pen gegangen? Wer ist ein Pen? Äh, Mila, Jeff K. Mila ist so krank. Jeff K geht immer so, ne? Ja stimmt, Mila ist krank. Jeff K ist ein Heimscheißer. Ich... 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 Ich rufe den kurz an. Boah, Junge, Alter. Vielleicht ist das jetzt einfach sein neuster... Der sollte sein Club einfach da... Ich kenne die MP nur unter Folder. Keine Ahnung, wie die heißen. Kann ich dir nicht sagen, das weiß nicht mal OEC. Weiß die echt nicht. Bestimmt auf Schnauze bekommen. V-Ak-Bi-Tubu. 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 Guck auf Amateurbrett. V-Ak-Bi-Tubu. 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 Bietet den gleich Dings an. Friedensangebot, ne? Amerikaner Snickers Oishi. Oishi. V-Ak-Bi-Tubu. Entweder das oder die bleiben für Ewigkeit Djin. Und nix Wobaki. Boah, jetzt so ein bisschen klassische Musik, man, würde ich schon fühlen, ne? Kann ja geil gespielt. Bisschen, aber nicht während du fährst. Ist doch klar. Oder willst du dein Brustteil lang ziehen? Guck hier. Oh, das beruhigt mich. Mach ein bisschen die Augen zu und hör zu. Geil. Boah, ist egal. Gleich hab ich mir auch gedacht, ich werd mir in Tokio durch reinziehen. Alter, richtig Bock drauf. Boah, boh. Ich bin jetzt mal Maulade. Ich bin jetzt mal Maulade. Ich bin jetzt mal Maulade. Der hat nen Auto-Paner. Oder der ist hier unter der Brücke sicher ein-Wixen. Ja, manche stehen da drauf, ne? Bestimmt Dunjo und Undercover-Modus, Alter. Ich weiß nur, wo ich den Dunjo kennengelernt hab. Da meinte der so, ja, ich mach mal die Jazz klar, ich hab die schon klar gemacht und so. Hat der voll die Scheiße gelabert. Ah, so sicker. Ich bin sicher, wenn man da ein bisschen länger gestanden hätte, immer nur gehört. Crazy. Crazy. Schon wieder ne Auto fallen, ne? Was ist denn hier los? Haben wir denn ne Auto fallen, ne? Ne, ne, ich bin am Telefonieren, aber danke. Also, okay. Was ist das für ein gut Bürger? Boah, er bleibt, er hat telefoniert am Straßenrand. Er bleibt, er hat telefoniert. Oha. Ich glaub, der gehört nen anderen Staat. Der gehört auf jeden Fall auf ne alternativen Insel. Ich sag's nicht, ich sag's einfach nicht, Digga. Klassisch wird da aber auch aufgespielt, ne? Boah. Klassische Musik weiter. Ich lass die Musik weiter als bei den Insel. Hehehehe. Buzzzzzz. Oh, mir lebt das Streamsniper. Hast du dich schon mal aufgefallen lassen? Du Königin. Ne. Basteln? Ne. Schon gut. Was meinst du? Alles gut. Sag doch. Nee. Erstmal, der Milan ein bisschen VIP verpasst, dem Channel Pommes. Hallo. Da bin ich mal gespannt, warum der im Krankenhaus ist. Vielleicht hat der ja den VAKB Turbo gefahren. Scheinbar war durchbrochen. Boah, Bruder. Das sind aber viele von denen hier, glaube ich. Riecht man, ne? Park am Fall links. Ich werde nicht da reingehen jetzt. So. Wo die Parkplatz? Boah, wir sind schon krass. Ehh. Schon komisch, dass das Krankenhaus nur ein Bester ist, als das in der Stadt. Ich war letztens da unten in der Stadt, da habe ich nur Ärzte rumrennen, die gesagt haben, Bruder, da hat schon immer wieder jemand ein Brett gekriegt und so. Kack, Digga. Was denkst du denn, warum? Herr Doktor, Herr Doktor, bist du nur P3? Da hat jemand ein Brett bekommen. Hol den Handwerker. Ah, ich seh schon, da liegt der der Lucha. Ja, Jake, schreib mal was. Oh, Tata, Tata. Oh, Tata, Tata, Tata. Oh, Tata, Tata, Tata. Oh, Tata, Tata, Tata. Was? Was? Ich habe gesagt, ich habe Bock auf eine Pommes. Dann hol dir doch ein paar Pommes. Ich habe welche dabei, aber ich habe gerade keinen Bock auf eine. Was, die nicht? Das ist doch The Devil. Ich kenne mich hier nicht aus mit den ganzen, die sind für mich alle gleich. Wie Asiaten, Digga. Ich habe sie sich ja auch gegenseitig auf die Fresse gehoben. Da hat wieder einer aus dem falschen Bier getrunken. Das ist meine Kutte. Das ist meine Kutte. Habt ihr aus meinem Pisswasser getrunken? Ich trinke nur Dusches Bier. Ich habe alle mehr. Digga. Fährt der mit einem Roller? Oder hat der einen für die Roller? Boah, Alter, der ist schon krass, ne? Wenn man gegen nichts geredet hat, dann wenigstens gegen den Roller, Alter. Also, da hätte ich mich gewundert, wenn der noch auf die Fresse geflogen wäre und der Roller da stehen würde. Bei der Roller ist nämlich vor Agbitubo. Vor Agbitubo. Da ist einer zum Lust. Ah, jetzt trottet sich auch raus. Moin, der Press verspätet sich noch ein bisschen, der ist gerade in Behandlung, ja? Deswegen, was passiert? Ich muss mal schnitzen, super mal. Deswegen, was passiert? Ne, ne, nur das Übliche. Er hat einen Zahn auf dem Kopf bekommen. Wer hat einen Zahn auf dem Kopf bekommen? Zahn, Zahn. Achso, Zahn. Achso. Sonst hätte ich den Zahnreiber angerufen. Bremsschläufer, eine Mofa weggeschnitten hat. Ja, ja, so ungefähr. Ich hab doch gesagt vor Agbitubo. Ich muss mal ganz direkt zum Supermarkt, der hinten rennt. Sonst liege ich hier gleich auf dem Boden. Bis gleich. Alles klar. Cool, das ist ein Nickelodeon. Digga, er hat Scharingan, Digga. Sag Nickelodeon, wohin? Er wollte gerade Perle besuchen, jetzt geht er wieder. Sag Puppe, was geht? Wohin? Gehst du vor allem einen Besuch, in die fremd geht? Ja. Der hat's den Maul, Alter. Ey, lass bitte nicht drüber reden, ey. Das ist ganz schwierig, das Thema. Weil ich dir fresse auch, dann kannst du dich... Nein, 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 das ist ein ganz schwieriges Thema. Ja, wer zählt denn so ein Quatsch? Ja, die, ja, die ist, aber lass bitte einfach nicht drüber reden. Ja, wollen die ein Brett, oder was? Nee, das ist ein Garnt. Ich hab die Rope im Park, ne, wir können einen. Nee, 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 nee. Also knutsch dir noch. Ja, 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 alles gut. Mahlzeit! Mahlzeit! Jemand muss sich auf den Bauch haulen. Ja, das ist alles. Der Präsident vom LustmC verspätet sich, der hat einen Zaun aufm Kopf bekommen. Ah! Ich dachte, erst mal ein Zahn, Digger. Ein Zahn, ich hab wohl Zahn verstanden. Wollte ich erst mal Tyrese anrufen? Guck mal noch schnell, wo er, vielen Dank, dass das war. Ah, wo, Digger? Okay. Was hat er gesagt? Ach, ich hab nix verstanden. Ja. Du musst dich ein bisschen mit Tyrese so befassen, dann verstehst du die auch. Dann verstehst du. Tyrese müsste eigentlich so eine Pieper in der Hand haben, der das, was der sagt, übersetzt. Ich denke, ich bin schlimm, ne? Du musst auch immer aufmerksam sein. Aber Tyrese ist nur mal eine Nummer härter. Ich hab gar nix verstanden. Bruder, du musst immer aufmerksam sein. Wenn die ihre Kutter ausziehen, auf den Boden werfen, musst du wegrennen, weil dann pissen die drauf. Ja, zu weich machen. Hab ich Tyrese schon beobachtet. Aber zieht sie direkt danach wieder an. Ja klar. Weißt du, warum der so stinkt? Dein dreckiger Wohnwagen. Ist halt eine andere Kultur. Ja, ja, ja. Ich mein, würde ich jetzt Außenstehenden in dem Junkiepark beobachten, würde ich denken, dass der Christopher Street-Deader ist. Au. Aber der wird jeden Tag da im Jahr gefeiert. Manchmal klemmt der Bademeister sich seinen Shorts so in die Arschbacken rein. Und läuft wie so eine Minion. Ja, auch eine Minion. Echt verdächtig. Und immer wieder muss ich mir vorstellen, ne? Wenn so eine vor mir steht aus dem Park, stimm mal voll der kommt und zieht dich ab. Das macht so stimm mal. Ich kann schon verstehen, dass die alle sauer sind. Jeden Tag wieder. Eben mal wieder. Du bist gerade irgendwo mit deiner Perle, bist übelst der Macker, Junge. Boah, ich muss pissen. Und dann kommt so ein Clown und zieht dich ab. Warte, was hat der? V-A-Bitubu. Ja, genau. V-A-Bitubu. Oh, Mann, ey. Gehst du jetzt zu deinen Perle? Ja. Aber die macht Arbeit. Halt sich viel los. Wenn ich schon wieder vor rumgucke, gleich 1 Uhr. Zeit vergeht wie ein Flug, wenn man was zu tun hat. Ja, gleich fängt Geiselnahen Montag an. Heute ist Montag, Dienstag, Junge. Nee. Heute ist Montag. Ja, aber der Geiselnahen Montag fängt gleich an. Um die Uhrzeit. Ach so. Ja. Meinst du? Axotica. Axotica. Ja, bestimmt. Boah, jetzt hab ich das einmal wegbekommen, ne? Du fängst wieder an. Ich hasse dich. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ah, geil. Ich bin auf morgen gespannt. Wer kommt morgen? Maxis müssen kommen, ne? Maxis. Äh, Folders sollen kommen. Kommen eh nicht. Mhm. Nicht unser Problem. Vor allem, wenn die heute einen Gong bekommen von dem 49ers. Die bekommen, oder? Nee. Ja, doch, doch. Die haben gesagt, Junge meinte, 49ers rennt da rein. Wegen diesen Rum gesnatcht und so. Ja. War mega, sollen die machen? Jetzt kommt die Präsi. Gut aus. Tagsam. 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 Hallo, hier nochmal. Tagsam. Hast du einen Zaun auf den Kopf bekommen? Ja, so ein Bauzaun ist mir gefallen. Am Verarschelle. Die scheißdinger, die halten die feste. Die Mistding. Glück, hab ich so dicke Haare. Da passiert nicht so viel. Er sieht ein bisschen aus wie Joe Dreck. Kennst du den Film? Und so ein Dickschädel. Kennst du den nicht? Nee, kann ich nicht. Nee, ich muss den mal reinziehen, Mann. Joe Dreck heißt der. Der ist richtig gut. Worum geht's da? Ach, so einen Typen, der sich allein durchs Leben schleppt, aber der hat keine Schädel in der Kappe, so eine Verrücker auf. Er hat einen Drake? Nein, Joe Dreck heißt der. Und der kriegt andauernd Sachen auf dem Kopf und so. Das ist ein ganz alter Film. Das kann ich wirklich tun. Nachdem wir letztes Mal gesprochen hatten, hattest du einen Anruf bekommen vom Bademeister, ne? Ja. Der hat dann irgendwas gesagt von wegen, das ist jetzt aber kein Schutz oder so. Ja. Ja, ich glaube, der hat mich nur ein bisschen missverstanden. Das ist doch schon so eine Art Schutz vor den Leuten, die jetzt mit dem Großen und Ganzen nichts zu tun hatten. Ich hab das schon verstanden, wie du das meintest. Aber bisher haben wir ja ein bisschen unsere Ruhe. Tatsächlich. Wir haben auch das mit United soweit erstmal geklärt. Ja, das weiß ich schon. Die Wundung, kein Geld mehr. Ne, also da haben sie dann endlich mal wohl verstanden, was wir auch wirklich meinten von denen. Das mit euch, das klären wir ja noch gerade. Da bezahlen wir das ja einfach in Ruhe. Dann haben wir das, denke ich mal, auch hinter uns hoffentlich und können mal wieder uns vernünftig im Mählo treffen, ohne uns abballern zu müssen. Ja, der Zahnriegen von uns, der um ein bisschen Motorrad fährt, der hat da sehr verlangen nach. Ja, hab ich schon gehört. Da hat er, glaube ich, letztens auch erzählt. Ne, es geht einfach darum, was du letztes Mal schon gesagt hast, mit dieser Tradition vom Motorradclub und so. Und dass das nicht verschwinden soll. Dass ich deshalb der Meinung bin, dass man da ein bisschen aufpasst. Dass die ganzen Arsgei jetzt nicht kommen und denken, okay, die sind ein bisschen angeschlagen oder so. Und jetzt nehmen wir die, ne, wie zum Beispiel die Route weg. Jetzt gehen wir da hin und jetzt ficken wir die und blablabla. Du kennst das ja ja. Ja, das ist das Übliche. Ähnlich wie mit... Darf ich fragen? Ihr wart doch jetzt mal vor da, richtig? Gestern nicht, ne? Ne. Wann war das vorgestern? Also ich nicht. Okay. Wir waren vorvergessen an dem Abend, wo wir bei euch waren. Achso, okay. Waren wir da. Der ist ja gestorben. Das habt ihr mitgekriegt, ne? Ja, irgendjemand hat das erzählt. Einen Schuss im Hals oder so. Ja, der war auch schon so drauf. So, ja, ne, dann kommt ihr gar nicht mehr mit drauf auf die Route. Also das hätte er echt erledigt oder jetzt ist es ja schon erledigt. Also das genau, was du meinst, das hatten wir uns auch schon gedacht. So natürlich, jetzt, wenn man am Boden liegt, ist es natürlich einfach, dann noch viel wegzunehmen. Gerade natürlich auch die legalen Businesses, sowohl Aircraft-Vermietung als auch das Yellowjack-In. Aber da, denke ich mal, kriegen wir ganz gut hin. Wir haben auch ein paar neue Anwerber soweit für den MC. Ich glaube, dass wir jetzt auf eine gute Bahn kommen und dass, wenn das Ganze hier geklärt ist, dass es dann wieder bergauf geht. Ja, so soll das so sein. Du siehst das selber jetzt bei Folder, wenn das überhaupt stimmt. Wenn der Typ sich nicht wieder, wenn der Typ sich nicht verpisst hat oder so. Weil der genau weiß, ne? Was der getan hat. Mhm. Mit seiner Scheiße da, die der mal macht. Richtig. Dass du ein Ding, wenn du halt verletzt bist oder so oder angeschlangen bist, dass Leute kommen und dir alles wegnehmen wollen. Das ist immer so. Liegst du am Boden, wollen alle was. Ich weiß gar nicht, Robert. Ist das hundertprozentig sicher, dass der erschossen worden ist oder kann der verschwunden worden sein? Mann, als ob der ist abgehauen. Ich hab seine Leiche nicht gesehen, wenn du das meinst. Okay. Der hat doch mit Waffen gedealt und so. Der hat doch genug Kohle. Kohle hat er definitiv genug, ja. Der hat doch Kohle ohne Ende. Als ob der nicht einfach abgehauen ist. Frage ist, wohin, ne? Die kam mir eh nicht so vor, als würden die zusammenhalten. Das ist halt so ein, das ist halt ein Sauhaufen gewesen, ne? Da weiß doch die rechte Hand nicht, was die linke macht. Ja, das stimmt, Robert. Der hat sich wahrscheinlich einfach verpisst. Denke ich auch mal. Das sieht man ja dann, wenn die Beerdigung ist. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt noch eingeladen sind. Wenn nicht, gehen wir einfach hin. Da wird einem Pisswasser ins Grab geworfen. Ja, komm, eine Beerdigung, das ist nicht unser Ziel. Weiß ich meine. Da würden wir es sogar benehmen. Da hatte sie ja doch mal den Sopranos-Ding, was, ne? Ja, von einem meiner Member, seine Tochter wurde von denen mehr oder weniger beiseite geschafft. Und dann auf der Beerdigung selber meinten sie auch nochmal rumballern zu müssen. Ja. Und das ist dann irgendwie eine Familie oder eine Mafia, die in einer Playboy-Villa wohnt. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Ding mit denen auch noch nicht gegessen. Sobald wir unsere Wunden geleckt haben, sind das auch die ersten, die weggebügelt werden. Ja, manche wollen halt nicht fühlen. Ich rede jetzt nicht von euch, ne? Ne, klar. Die wollen halt einfach nichts einsehen. Dann passiert sowas. Ich wollte einfach nur mal klarstellen, dass das, was ich gesagt habe, richtig hieß und nicht das, was Bademeister gesagt hat. Das habe ich mir fast gedacht. Ich werfe persönlich einfach ein Auge da drauf. Das ist nett zu hören. Weil mir gefällt das so, traditionell gemein. Und ich habe euch schon mal auch vor ein paar Wochen gesehen, wie ihr mit den Bikes umgefahren seid. Das ist doch das Schöne, ne? Freiheit. Eben. Outlaw. Die Böse. Muss alles nicht sein. Kannst du ja ein Bike schnappen, kannst du mal mitfahren. Mitfahren kann jeder. Ich bin ja so der BMX-Fahrer. Kannst du auch. Fahren extra langsam. Ich glaube, du hast mich noch nie BMX-Fahrer gesehen. Schnell, oder? Na klar. Das ist Profi. Ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Ne, ich sage das ja nur, damit ihr ein bisschen im Kopf so Ruhe habt. Damit ihr wissen, kann gar nichts passieren. Ne, dann wissen wir Bescheid. Ja, das schätzen wir. Sehr. Ne, muss auch immer ein Ende finden, sowas. Ja, definitiv. Das ging lange genug, die Scheiß. Das sind genug Leute gefallen. Reicht jetzt. Okay, das war's schon. Wo ist denn Beatty überhaupt hin? Was hat da hinten gelaufen? Also, falls irgendwas ist, dann einfach durchklingeln. Machen wir. Dann gucken wir mal. Es ist halt nicht klar, der ist halt alleine einfach, ne? Ja, also bisher, denke ich, gehen wir jetzt ganz so lange hin. Ja. Prost, Jungs. Oh, ich danke. Papa, Weining, Beatty wird so ein Glas Whisky. Alkohol-Saram. Das stimmt. Dann, äh, auf, haram. Aus. Sieh gut aus. Das hat sich ein bisschen etabliert, ne? Ich meinte das schon. Also, das dürft ihr nicht, das dürft ihr nicht böse nehmen. Hier schon auf unseren Gräbernwett stehen wir, er zahlt die Kutte doch nicht aus. Er zählt dir die Kutte nicht aus. Ja gut, dann ist alles geklärt. Nee, alles klar, Jungs. Dann passt auf euch auch. Ja, ihr auch. Machen wir. Jetzt bin ich schön angetrunken. Ich vertacke den Alkohol. Alter Schwede. Muss ich mal Connection Lost probieren, das ist noch schlimmer. Nein, nein. Passt schon. Gut. Dann bis dann. Wenn ihr was essen wollt, ne? Wir haben Zuckerwatte, Mandeln, Krebs. Zuckerwatte. Habt ihr auch vom Abbi-Tobo? Was haben wir? Vom Abbi-Tobo? Nee. Wir haben ein Dorstloster. Haben wir auch. Oder Connection Lost oder ein Lost Dog. Connection Lost habt ihr, ja? Ja, oder Lost Bull. Also, wenn ihr das trinken wollt, könnt ihr machen, ne? Habt ihr auch die Serie Lost? Hä? Nee, wir sind die Serie Lost. Ich weiß nicht. Alles klar, dann bis dann. Ja, bis dann. Hat rein. Ciao. Dann geht's in den Perlen. Tschüss. John. Viel Grüß hin. Viel Spaß beim Kringen. Ich fahr jetzt. Na, Kling. Denk dran, zieh den Kondom über die Zunge. Ich zieh gleich eins über deine Zunge. Ruhe weg, du komischer Krimineller. Musst kurz Bademeister anrufen. Ich lenke heute mal mit den Knien. Oh, die haben mich abgestochen. Die haben mich abgestochen. Nein, war Spaß. Ich wollte gerade losfahren, Alter. Ich wollte gerade anhalten, Digga. Ähm, ich hab mir den Quatsch, ich hab nix über die Fortnite erzählt. Ich hab denen das auch nochmal gesagt, wie ich letztens gesagt hab, damit er das kapiert so. Ja. Ähm, die finden das auch gut, aber ich hab irgendwie das Gefühl, dass auch wenn das angeboten wird, dass die da niemals drauf zurückgreifen werden, weil die jetzt zurück allein regeln wollen. Was ich gut finde. Äh, das Ding ist, also ich find das auch gut, aber der hat zu uns auch schon gesagt, der hat jetzt so oft versucht mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und jedes Mal wurde er dafür in den Arsch gefickt. Der hat jetzt schon ein paar Arschlöcher mittlerweile so. Ja, aber wir arbeiten ja nicht mit denen zusammen, das ist ja quasi nur so, dass man ein Auge doch wie... Ja, aber so mäßig halt. Ja, ich weiß. Aber der hat selber schon zu uns gesagt, dass der da wahrscheinlich niemals drauf zurückgreifen wird. Aber es war denen seine Sache, so. Und der hat ne gute Information gedroppt, ohne dass der bemerkt hat. Okay, was hat der gesagt? Der meinte, dass wenn die sich wieder so ein bisschen aufgerappelt haben, die Sopranos die Ersten sind, die die wegflanken. Ja, weil die, glaub ich, die Tochter von der Büchse... Ja, ja. Okay, seid ihr im Park? Ja, wir sind im Park, aber wir gehen jetzt gleich alle rein, soweit ich weiß. Okay. Falls wir gleich nicht mehr da sind, weiß du Bescheid. Okay, dann bist du gleich. Aber jetzt gerade haben wir noch einen Typen hier, der verkaufen wollte. Ah, so. Okay. Dann. Tschüss. Ciao. Schon will der ne Auto, Panne? Hm, der ist unwichtig. S-Belle, Schlafgut. Ich mag die Lust. Ob Auto oder nicht, der hat eine Pfanne. Ich mag jeden AP-Leiter, Alter. Ist doch ganz egal, was die im AP machen, so. Es gibt halt nur ein paar Sachen, die mich aufregen. Aber das wird im AP ausgespielt. Jeder soll machen, wie er meint. Ich bin ganz ehrlich, Gamers, ich hab keinen Bock auf Geister heute. Ehrlich nicht. Nee, keine Geister. Mila geht's noch nicht so gut. Kein Bock ist auf schwitzerhaft. Das noch zu machen. Ich guck jetzt noch, was dem AP geht. Ich glaub, der mal cringe mit Don. Das geht, ist was so. Morgen gibt's auch wohl frei einen kleinen Kicker-Short-Stream. Oder auch einen großen, je nachdem, was abgeht. Ja, ist auch so, Shorty. Das wird langweilig, wenn man da zu oft schwebt. Wir gucken einfach. Die anderen wollen gleich pennen gehen. Was machen wir? Weiß nicht, die kann auch pennen oder so. WoW-Pommes ist nicht. Hab ich noch gar nicht installiert. Nach dem Monos-Kanal. Muss ich jetzt runterladen. Zu. Was könnte man denn machen? Eigentlich ist alles geklärt. Ja, aber ist ja nur nicht so einfach, weil du die Instanz noch nicht kennst, ne? Bitte? Ja, bitte. Achso. Was kann man nur machen? Ich dachte, du telefonierst. Nö. Ja, ich quatsch mit dir. Ach. Entschuldigung. Bin ich gewohnt, so viel Aufmerksamkeit einzubekommen. Aber so viel Nintendo habe ich keinen Bock. Ne? Na, heute nicht. Was hast du denn jetzt auch Bock? Puh. Da fragst du mich was? Machen wir. Ein bisschen, ein bisschen Hateflix. Oh. Oder wir gucken nur, was geht. Was sagst du? Bist du im Telefonieren? Ne. Was machst du? Ich fahre Auto. Ich sag, oder wir gucken nur, was geht. Ja, können wir machen. Das Auto ist so laut, ich verstehe dich irgendwie kaum, Sigger. Oh Gott, mein Kopf. Geht wieder. Kurze Anfahrt, du weißt doch. Aua. Sollen wir uns dazu stellen? Bist du irre? Achso, Juri. Juri, genau. Genau, Juri. Der ist Juri. Der Architekt? Ach, der mit der AWP. Was? Verrott, das ist nicht. Lies. Na, hab ich weitergeheuern? Juri, bist du zu Hause? Na. Ich wollte gleich mal vorbeikommen, wenn's okay ist. Ja, da klappt. Okay, dann bist du gleich. Was? Gerade bis gleich. Tschüss. Ja, fahr erst mal zum Park, ne? Ach, zum Park, okay. Nee. Nochmal quatschen wegen dem Wille und wegen dem Bankraub-Ding. Und die Hades wird noch was. Und ich wollte fragen, ob ich die immer die Couch herbekommen hab, vergessen. Was für ne Couch? Red mich ja. Die halt, die wollen doch irgendwas umbauen da. Bisschen Designmöbeln. Oba? Krokodilneda. Achso. Kriminal. Kannst fahren, nicht schlag frei. Boah. Eher mehr fünf, Junge. Was zum Teufel? Kommt einfach hier, Dinger. Klock. Achso. Grüße. Ach. Weiß einer, was die Yardis umbauen wollten bei sich? Oder was die machen wollten? Nee, die haben nur nach dem Architekten gefragt. Okay. Aber da stehen ein paar, ne? Bei den Yardis. Was meinst du? Die? Ja, die sind zu Hause, ne? Ja, die sind da. Fahr mit Bagger, ne? Bann gerade, ne? Bist du wieder am Bagger, hier bis es 0 Uhr, Alter. Ich treff mich gleich, nur mal dem Architekten kurz. Dann sag ich dem Bescheid. Boah, die Rollenläden bei uns werden auch geil, ne? Wenn die verschwinden. Ja, das hab ich dem schon gesagt, dass da nur so... Und die Ecke vorne am Zaun, ich weiß nicht, ob der das was machen kann. Ja klar. Ja klar. Echt? Müssen die Sachen kaufen. Nee, der sollte die Ecke vorne am Zaun seitdem wegmachen. Die krieg ich nicht raus. Acht Millionen. Da ist Betonmischer. Aus Beton, nicht Granit. Kannst du denn nicht mit dem Bagger da rausziehen, die Ecke? Was haltet ihr denn davon, wenn wir so eine Palme schnürzen? Die kommt wieder, die wächst nach. Was, wenn wir so eine Palme ausreißen und die als Bank benutzen? Ja, weil als Bank. Das Biertisch draus machen. Ich fand das schon schick, was die Folgers da hatten, ne? Mit dem Baumstamm und so. Eine Palme würde ich auch fühlen, einen Baum würde ich nicht fühlen. Aber der Baum hat Geschlecht. Wenn so eine Palme... ...noch so einen Baum, der im Norden auch steht. So einen Mammungsbaum. Da können wir äußer reinschnürzen. Aber für immer und ewig schatten. Alter, Hobbitland. Ja. Kleine Hobbitzen. Ja. Ich hab eine Idee. Wir reißen komplett Yadis unten hin und stellen da nur eine Coach hin. Brachland, Junge. Und Heidbecher bis zum Schmur. Düstermarschen. Tanaris. Ist schon jemand, wenn ich will, der da? Der ist schreiend schon. Der ist schon Pellen. Ja, ich geh jetzt auch gleich. Ja, alles klar, bis gleich. Ciao. Will einer irgendein Pärchenarm damit kaputt machen gehen? Wo denn? Bei wem? Santa Monica, das und Noah, der wartet auf eine Amy. Was? Ach, geh jetzt rein. Ich geh mir jetzt meine Rainbow an. War schon Kicker, wenn wir hinfahren und sagen, dass wir die Brüder von der sind? Dass der die in Ruhe lassen soll? Ja, komm, lass machen. Aber alle mit Sportkarten, alle mit Sportkarten. Ich geh rein. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Lass da mit den teuren Autos hinfahren. Ja, komm, wir nehmen nur das hier. Ja, komm. Aber ich sitz vorne. Ja, mit dem Wagen bin ich falsch angezogen. Ja, verpiss dich auch, dass du nichts zu den Raufeln. Was soll denn das? Das ist doch gut. Aber wir müssen auch mal eine gute Tat am Tag. Ja, dann komm, du Hackenpanner. Wir müssen auch mal die Asozialen mitnehmen. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich fahr einfach hinterher. Ja, das schaffst du nicht. Fahrt bitte so, dass ich hinterherkomme. Fahrt vor. Fahrt vor. Ich weiß nicht, wo der Pier ist. Der normale Pier, oder was? Der da, wo das große Riesenrad steht. Ah, no, ja, okay. Ich fahr vor. Alles in den Griff. Die Hand sägen. I imagine, du wartest auf einen Lady-Man, weil du einen Date hast, und dann kommen ihre Brüder. Aber wir müssen jetzt ein bisschen aggressiv reden, Bruder, so. Ey, Tucker, was machst du hier, Land? Das, wenn du so aggressiv? Du willst dich nie mehr zusammenkriegen, Junge. Du kommst heute vor meiner Schwester. Lass eicheln ruhen. Lass eicheln, Bruder. Wie heißt denn die? Aber der hat doch eicheln gemacht, oder? Keine Ahnung. Nein, Amy. Ach, Amy. Ja, ist doch fast dasselbe. Mein Haus? Du bist doch tot. Ja, auch. Rennen. Aber das sind Roadies, Alter. Aber das Auto ist dick, ne? Hat Johnny was zum Nummernschild gesagt? Nein, nicht zu mir. Hat der das nicht geschrieben? Oder wer war das? Ich weiß nicht, ob der das Nummernschild angemeldet hat. Ui. Ich dachte, da oben. Ja. Da hat er sich verfahren. Der hat sich verfahren. Ja, ja, ja. Wäre schon lieber selber gefahren. Oder, ne, warte. Oh, da hinten steht ein Auto. Zwei Autos. Scheiße, vielleicht ist die schon da. Aber egal, noch besser. Da vorne auf dem Ding entstehen die drauf. Auf dem Häuschen. Was für ein Häuschen? Der hat da Baywatch-Häuschen da vorne. Aber die ist doch schon da. Wir können doch nicht sagen, dass wir Brüder sind. Da sind sie nie kurz beiseite. Ja, ich sag das nicht, ne? Ja, wir machen das. Wir sind die Brüder, Onkels und Cousins. Woher wisst ihr, dass die hier sind? Der Demba hat mich angerufen, hab ich gefragt. Ist Demba nur unterwegs? Ja, ja, der kommt auch. Der kommt hinter uns. Ah, deshalb war Demba unter... Ah! Demba und Scarlet. Ah! Die Zappalot, kommen sie da mal runter. Jetzt weiß ihr, warum Demba allein unterwegs war. Der war mit Scarlet. Weißt du, Schwester ist das? Wer macht Demba? Ja, komm, lass das einfach hingehen jetzt, wenn der nicht kommt. Der denkt sich jetzt auch. Was war los, Decker? Amy, Zappalot, kommen sie da mal runter. Woher wisst ihr denn, wie den Namen? Keine Ahnung, Demba hat mir den gesagt. Das ist der Noah und der wartet auf die Amy. Das sind zwei Typen. Ach, das sind zwei Typen. Perfekt. Sag mal, bist du denn Noah? Oder ist einer von euch der Noah? Ja, was denn? Wartest du auf die Amy? Ja, warum? Sag, was willst du von unserer Schwester, Junge? Ja, das ist meine Cousine. Mein Schwester wird nicht einfach. Welche Amy, verwechselt. Es gibt mehrere Amys hier. Noah, was soll Lügen, Junge? Auf die, die wartest. Bist du dir sicher? Ja, ganz sicher. Was willst du von der? Wie heißt denn die mit Nachnamen, die du meinst? Komm mal zu, wir wissen genau, wie die Nachnamen sind. Das sagst du mir mal besser. Du willst mit der Vögel, dann kannst du nicht mal ihren Nachnamen, oder was? Ich kenn ihren Nachnamen. Ja, hau raus. Baker. Ja. 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 Ich hab ein Haar von dir entdeckt. In der Unterhose von der Amy. Kann das sein. Ja, ich hab ein Haar von deinem Haar da jetzt. Ja, ich hab ein Haar von deinem Haar raus, Junge. Dicker. Also. Also, dein Mütter sieht Amy männlich aus, oder die ist noch nicht da? Vielleicht wollten die ein Dreherr schieben. Die arme Frau. Der ist ein Kumpel da oben. Was geht ab? Ich bin Dre. Wolltest du dich auch anfassen? Wolltest du auch was von der Amy. Dicker, sag mal, was bist du von meiner Schwester? Nein, du bist ein Doktor, oder was? Da hat man gar nichts damit zu tun. Wolltest du von meiner Cousine? Gehen uns einfach gut. Also. Versteht euch? Du kannst dich ja gerne selber fragen. Wie? Wann soll die da sein? Ich hab dir gesagt, die soll um elf Uhr zu Hause sein. Ja, und wir haben Locker dran, ey. Dicker. Ich hab gar keinen Bock, da wieder hinterher zu laufen. Lock, Dicker, hast mich nicht verstanden. Wie du machst mit meiner Schwester? Kann sie ja mal anrufen und sie fragen. Ey, legt der Penny jetzt so nach. Es tut mir leid. Ja, ruf an. Ja, ruf an. Sie soll herkommen jetzt. Ruf an. Dann kleiden wir das direkt. Danke, Bruder, ist hier. Hallo. Sehr informativ. Seht gut aus. Was? Da kann mein Vater mitnehmen angefangen. Wo rötiert die Kunde? Ich nicht. Ich will einfach wegrennen. Ich will einfach wegrennen. Hierbleiben. Machst du da auch nur einen Heiratsantrag, wenn du ein Schalanzer war? Ja, er hätte unsere Hilfe annehmen sollen. Sag dir mal, du musst dann einen rumfahren, um den Kopf heizkriegen. Was ist der ganze Zeit mit Scarlett, ne? Ja, siehste, Kerl, was für eine Aufklärungsarbeit kann. Die Kussi-Kussi gemacht. Ja, was war so geregelt, dass sie in einem Süden im Date hat. Irgendwann ist diese ganze Familie nur noch am Grinchen. Das muss enden. Vor allem Scarlett hat mal gesagt, sie würde nie einen Rock anziehen. Und auf einmal hat Scarlett einen Rock anziehen. Sehr verdächtig. Ja, aber da hat aber Mila, das ist Milas Schuld. Ah, jetzt auf Mila schieben. Lüg nicht, du bist doch geboren! Kerl, was mit dir passiert? Was denn? Wer hat, dass hier herkommen soll. Bekleinert jetzt hier voraus. Haps, Stock im Ohr. Stock im Ohr. Darf mal rausziehen. Haps mal ein Flupe. Onkel Schibauri. Siehst du, ich tue Gutes hier für die Stadt. Ich verhindere das. Ich kenne die Amy Baker irgendwoher, ne? Ja, Demba, wo warst du, als Mila mich auf den Berg geschleppt hat, Junge? Du hast mich weggedrückt. Du bist selber schuld. Ich habe angenommen. Du hast gesagt, du hast keine Zeit. Selber schuld. Ich hatte knappe Bock, Junge. Selber schuld. Hätte sie geholfen. Demba plus Skale. Sitzen auf dem Baum. Das heißt, sie gibt sich aus. Dann pack die Skale, dem Demba in die Pflauen. Hä? Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt Sinn. Andersherum. Ich bin kein Mädchen. Kerdes und Mila. Kissen, Bein, Essen. Dann ist der Kerdes ganz schön verfressen. Ach so, Dicka. Soll das ein Front werden? Was bringst du denn ein Joint mit so einem Date? Dicka, bist du meine Schwester? Bist du ein Mutter was mit deinem Joint? Dicka. Wie will die in falsche Kreise ziehen? Boah, ich habe genug Sprache gelernt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nein. Ich bin das lustig. In zwei Monaten läuft dir jeder so rum. Ach so, Dicka. Ey. Bretter mal den Typ da oben runter. Der ist kein Muay Baywatcher. Nein, ich bin nichts gebrettert, Junge. Der ist kein Baywatcher, Mann. Ich bretter dich gleich. Nein, Finn. Tu das nicht. Tu das vergessen. Das ist ein ganz normaler junger Mann. Der ein bisschen am Dancen mit den Gänse. Komm runter da oben. Gänse mit den Gänse. Bitte? Ja, komm. Na doch, klar. Ach, komm, Marulle. Boah. Alter, hast du das gesehen? Gleicher Typ, aber jetzt ist das zusammen in der Arschritze. Parcours. Parcours. Ulla. Willst du auch an die Amy ran? Sie kommt, sie kommt. Warte, du. Warte. Bist du der Vater von dem? Warte, das hat dein Brautzlöffel hier, oder was? Was? Bengel. Der kam einfach beim Boot. Ich hab doch gesagt, Digga. Ich hab ihr gesagt. Wie, ich find den zu noch mal, Junge. Es gibt ja so einen osmanischen Tokkot, ja? Ich war mal einen Tag auf KW mit Stay, ja. Aber die Stimme von meinem Charakter hörst du ziemlich oft. Nicht mehr so oft wie damals, aber manchmal hörst du die noch. So, und was? Ja, Digga. Hallo, Curtis? Ja. Hör mal, ich hab mal eine kurze Frage. Nein. Ich hab da gerade... Was? Nein. Okay. Was denn? Spielst du gerade irgendwas? Hä? Warum? Ja, weil du so fluchst. Tschö, Ben. Wer flucht? Ich fluch nicht. Äh, ich hab ne Frage kurz. Ja, ich frag doch. Was denn? Ja, ich hab so ein Geschäftsmodell, ne Geschäftsidee. Und ich wollte mal meinen Slogan dir vorstellen und wollte fragen, wie du den findest. Okay. Also ich wollte die Pferdemetzger... Was für den Slogan? Ja, Pferdemetzgerei Katschmarek. Heute noch geritten, morgen schon mit Fritten. Nee, keine Tierpaletten, Türken, erst dann. Nee, ist das nix? Nein. Schade. Aber, äh, wie fandst du denn deinen Abend heute? War schön, oder? Mach doch so, frische Gemüse, Obst, Veganer, heute gesund, morgen fick ich deinen Vater. Das klingt doch auch gut. Und das passt sogar auf nem Schild. Okay. Oder wie der Tommy immer sagt, ne? Mach es gut, schwenk der Hut, mach es besser, fick den Schwester. Ja, oder so. Okay, ja, gut, dann lass ich mir da noch was einfahren. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Ich stelle der Mila liebe Grüße. Ja, die schläfst du. Ich wollte nur sagen, ich hab dich lieb, Leve Jung, ne? Ja, ich hab dich auch lieb, ne? Ja, gut. Aber was du mir heute angetan hast, ohne mich vorzuwahlen, das gibt irgendwann nur ein Brett. Äh, ja, ich konnte aber nix dafür. Die hat sich so viel Mühe gegeben. Kann ich das nicht verraten. Ja, aber ich muss nachher wieder mit dir kuscheln. Ja, aber es ist doch schön. Die Quickspringen haben es da. Echt? Ja. Wie hört sich das denn an? Ich kann das nicht nachmachen. Diese Octave beherrsche ich nicht. Okay. Aber hat die dir ja auch das Gedicht vorgelesen? Na klar. Also ich muss dir ja ehrlich sagen, ich hab Tränen in den Augen, ne? Und nicht, weil es gebrannt hat oder so, weil es wirklich schön war. Okay. Oder nicht? Ja. Okay. Okay. Nein! Jut. Okay, dann bis morgen. Bli Bunker. Ich glaube, jut. Geht eh nix mehr ohne Pille. Ja. Danke. Tschö. Wann kommt mein Schmerz da? Wann kommt die? Ich kann ja nochmal nachfragen. Ja. Wie lange sie braucht. Ne, ich hab gar kein Detail von denen, die kommt. Ich frag nochmal nach. Ah, wo? Ja, bist du? Ja, wir sind hier noch da. Die stehen hier alle noch um mich rum, ja. Und wir sollen nix über Buschka sagen. Okay. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit Ramo. Niemand kriegt die Ramos hier. Die, 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 die wird alleine kommen. Ah, da kommen sie doch. Da kommen unsere anderen Cousins. Komm, lass zu den Ramos gehen. Wer sind die? Familie. Seid ihr das? Das gebrannt jetzt. Gebrannt. Ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich Knarre ziehen sollte? Mit kein Knarre gezogen. Geil. Pau Act Bitubu. No. Pau Act Bitubu. Was ist das? Haben die wirklich eine Flagge an, Junge? Ja. Ramos Salone, lass dich mal, Familie. Was geht? Ich hab mich verpasst. Wo ist meine Schwester? Schwester. Wo ist Amy? Ramos Salone. Schwester. Wo ist meine Schwester Amy? Hallo, Onkel Schwester steht vor dir. Wie redest du mit mir? Amy, der Typ hat Drogen dabei. Lass dich nicht in den falschen Kreisen ziehen. Der wollte dich abziehen. Pass auf, das ist ein kriminelles Schwein. Wir haben dich beschützt. Familie, über alles. Ramos Salone. Warum habt ihr überhaupt eine Flagge auf? Ja, weil uns gesagt wurde, da wird einer Hops genommen im Austausch, wollen die Amy. Deswegen haben wir die Flagge auf. Nein. Wir lügen. Marocks, Alter. Fieh, du. Guck mal, du merkst du, der lügt nur rum. Der lügt nur rum, Nassi. Das ging's gar nicht. Hab ich irgendwas verpasst? Nee, ganz gut. Amy, hast du eine Familie, von der du uns nie irgendwas erzählt hast? Nein. Ramos Salone, ey. Hallo Amy, du bist hier eingeheiratet? Amy gehört zum Junkiepark seit Tag 1. Lass dich umarmen, Amy. Komm. Salome. Schwester, Hermann. Schwester, Hermann. Du sagst doch, Elf, wo sollst du zu Hause sein? Was machst du, bückst aus? Ja, und triff dich hier mit irgendeinem Noah, der einen Schiff baut, du sollst. Die sind nur im Lügen, die Viecher. Lass die Finger von denen. Okay. Eip, was du machst, Amy. Eip. Okay, lass abziehen. Wir haben das geklärt. Ja, danke fürs Beschützen. Und treff dich nicht immer mit solchen Junkies. Ich wünsch was. Ach so, Digga. Ach so. Bringt der Drogen mit so einem Dächtig, du bist drin. Merkt euch eins, niemand fickt mit den Ramos. Kommt gleich die Jucolas angefahren, Amy. Aber kennt irgendeiner? Nö. Aber die Typen waren... Was das für eine Aufklärungsarbeit war? Neue Gang gefunden. Ja, super gut. Da kommen die mit der Flagge an, Junge. Als die gehört haben, Junkie Pop, waren die aber ganz schnell aus, die Dinger. Das sind doch die, die oben an der Klapsa wohnen, ne? Keine Ahnung, wer die sind. Das sind, glaube ich, die, die wir gegeneinander boxen lassen haben. Kann sein. Ja, hätten die vorher gewusst, wer hier steht. Warte mal, wen habt ihr miteinander boxen lassen? Ne, wir sind da hingefahren und haben die alle in das komische Tennisfeld da eingesperrt und da mussten die sich gegenseitig verkloppen. Was war denn das denn? Als Strafe? Wo war ich denn da? Als Strafe? Äh, letzte Woche. Warst du da nicht mehr dabei? Nö. Ach nee, das war deine Ausbildungszeit. Siehst du, eine gute Tarn am Tag. Ein, eine gute Tag am Tag. Ja, der Typ hat Drohnen dabei, weil, weißt du, was der Vorhalte? Der wollte bestimmt knutschen mit dir. Scheiß Verbrecher überall, ne? Einfach richtig random. Er steht da mit einem anderen Typ und will ein Mädchen treffen. Ja. Sag, das machen die mit meiner Schwester nicht. Tatsächlich magst du keine Ahnung, weil der Sopranus so eine Fleck hat, Alter. Aber ich finde gut, dass die mit drei vollbesetzten Autos da hinkommen, Alter. Ach, war das die, die du damals angequatscht hast, wegen dem der Stress da mit den Sopranus gekommen ist, in die Nummer. Was für ein Ding? Das war's zufuh. Oh, finde ich cool. Bitte, wir müssen das zum Architekten, ne? Hier muss ich sagen, wo da wohnen. West Highway. Der Zeit. Hat der Zeit? Na klar, blo, telefoniert. Ich weiß, wie wir draußen könnten, aber... Ja, lass kurz nur mal quatschen. Ich glaube, die gehen in den Perlen. Da hat der Typ echt am Telefon gesagt, wir empführen die Amy? Ja, anscheinend. Ich weiß auch nicht, wann der das gesagt hat, Alter. Hat der Typ echt am Telefon gesagt, dass wir diese Amy empführen? Oder am Telefon? Ja, anscheinend. Nee, also zu uns hat er das nicht gesagt, aber ich weiß nicht, wie schnell der geredet hat mit den anderen. Aber wer waren die? Der Sopranus. Das war diese SDP. Aber das waren die Sopranus, ja. Nee, die anderen oben, die wir gegeneinander boxen lassen haben, waren das. Nein, nein, nein. Die Ode N war das. Nein, das sind Sopranus, zu Millionen Prozent. Aber Sopranus tragen Weiß. Ich hab die Flecken noch nie gesehen. Nein, das ist Sopranus. Aber der Typ war komplett überfordert, ne? Ja, war er auch. Ich wusste gar nicht, was abgeht. Ja, halbe Million, ne? Wer geht hin? Warte, ich ruf an, ich ruf an. Da musst du mal gelabern. Also ich fahr jetzt mal kurz zum Architekten. Ihr geht pennen, ne? Ich geh pennen. Ja, wir gehen jetzt pennen. Ich ruf noch kurz den Sopranus-Typ. Fährst du dann alleine, oder Beatty gehst du mit? Ich fahr mit Beatty. Ja, okay, das passt ja dann. Ja, dann Guna, ne? Guna. Nicht Gumo? Guna. Tagsam. Kalli nicht. Kalli nicht da. Tagsam. Ach, warte, dann mal. Ich hab ihr gesagt, Amy soll um 11 Uhr zu Hause sein, ne? Damit kommst du mal, Architekter. Das kostet ne halbe Mio jetzt. Architekter. Wir haben zwei Plätze frei, Scarlett kein Hummel. Ui, let's go. Wir gehen eh alle pennen, glaub ich. Oder Schoko, bleibst du noch mal? Die Mädchen sitzen hinter. Scarlett, du darfst scheiten, wenn du willst. Wir sind die Huren. Perfekt. Ist das nicht in der Automatik? Du darfst scheitern. Nein, das ist vorab, bitte. Tu mir leid, Sir. Farah, bitte schalten Sie das Licht an. Ja, genau, wir haben Zeitung. Wenn Sie die Kusch gesenkt zum Rücken. Was hast du gerade gesagt? Was macht der Knopf hier? Der lässt was steigen. Mach das Ding aus, Garne. Tu's mir denn deine Handtasche. Entschuldige, Entschuldige. Ich hab' doch gar keine Handtasche. 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 Ich hab' neue Gang gefunden, neue Feinde. Ja. Neue Geldquelle vor unserem Wau-Pönn. Der Baumeister hat schon angerufen, halbe Million. Ja, siehst du, kleine Fische backen, machen auch Brot oder so. Was? Geboren! Guma! 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 Boah, Alter, was ist das für ein Duft, Alter? Warte mal, du musst dir seine Wille angucken, ne? Dein Büro mit Aquarium unten am Boden. Da standen wir doch letztens am Dach und haben versucht zu schwimmen. Das stimmt, wir waren schon mal da. Was? Genau. Warst du schon mal da, Scarlett? Nein. Jetzt wirst du mal in die Kreise reingezogen, wo die echt reichen Leute sind. Nicht mit dem Scheiß-Jong-Park, du bist jetzt mit den Ropeln. Die Ropeln machen Big Business. Ich hab' dir gesagt, Scarlett. Hab' ich schon mitbekommen. Das ist kein Spaß. Ja, ja. Wir haben sogar unseren eigenen Fahrer. Genau. Hab' ich auch schon mitbekommen. Ich brauch' nur manchmal Nackenschelle. Au! Weil der ist bisschen frech, aber das geht schon. Jetzt reicht's für dich. Hallo! Gerade aus! Hör auf! Halt auf! Hab' weiter! Oh, ich hab' Schlüsse bekommen. Bestmastung. Hast du grad' den... Oh, ich hab' gehalten bekommen. Ich hab' arbeitslosen Geld! Ach, das ist übrigens dein Gehalt, BT. Alle 15 Minuten. Jetzt hab' ich dir 300 Dollar. Du bekommst immer ne' Nachricht. Nee, hast du recht. Ja. BT, hast du grad' den OOG gehauen? Schmutz. Du weißt, dass das Peitsch gibt? Mach' lieber den Propeller. Von den Stammbaumpeitschern. Dankeschön, Tickste, für den Restart im 17. Man darf keinen von Kurschfamilie gehauen. Und die Univare Kickdown-Acker-Niklas... Ja, ich dachte, die hat auch jetzt Kurschfamilie... ...Fatex und Nick... Du musst da reingeboren! Du musst da reingeboren! Ich muss da akzeptiert! Das sind die, die ich jetzt noch sehe. Aber nicht alle Menschen dabei! Wenn ich jemanden vergessen habe, dann tut's mir leid, aber ich... Wenn ich jemanden vergessen habe, dann tut's mir leid, aber ich... Aber nicht reingeboren! Was trägst du nicht den Original-Namen? Ich küsse auch Knicky. Nein! Und Leon, danke für die Recep im 19. Mit... Da, das linke Haus, das gehört dem! Ach du Scheiße! Weil du schwimmen gehst, oder was? Nur weil ich geil werde! Nee, keine... keine Details! Du kannst hier links reinfallen! Ah, rückwärts! Genau! Genau, damit die wichtigen Herrschaften zuerst aussteigen können! Okay, ich halt die Klappe jetzt! Ich glaub das... Nein, du kannst ruhig! Ja? Auf jeden Fall du! Wenn ich... für du bist du! Malaga! Okay... Juri, wir haben dich nicht mehr gesehen! Prövige! Ich hab'n paar Freunde mit, wenn's in Ordnung ist! Ich bin Cousin! Familie! Das ist einmal mein Fahrrad, Beaty, das Dembal, das ist mein Cousin, und da hinten ist ein Mädchen! Ja! Guckt euch die wenigstens an, nicht so hübsch! Pröviert! Nein, nix! Nein, nix! 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 Die ist mein Dämmer am knutschen auf dem Berg! Ist das gut oder schlecht? Ich kann einfach nicht nur Wigschriffe vornehmen lassen! Ist das gut oder schlecht? Ist das das Parfüm... Ist das gut oder schlecht? Ist das das Parfüm von Körer? Es riecht nach Schwanz! Ja, das heißt doch Ol de Toilette! Ja! Ja, krass du aufgefüllt in eurer Toilette unten! Ja! Dieser Gummi-Fick-Fuß liegt immer noch da drinnen. Sexspielzeug. Das ist doch kein echter Fuß. Das ist nur ein Sexspielzeug. Da war Mila im Urlaub. Boah, hab ich das Ding auseinandergenommen. Der ganze Raum wurde neu topfiziert. Wir kommen zu den wichtigen Sachen, glaube ich. Also Donnerstag oder Freitag kommt Rasenmähen. Ja, da vorne, da. Wiese. Das wäre richtig gut, wenn du ein-, zweimal Bücher hättest für Memo. Sonst rastet der wieder aus. Lieber mit Einkorn oder mit anderen Tieren? Habt ihr was mit Ziegeln oder Schafeln? Habt ihr auch zwei Hörner? Ich habe leider nur eins. Und es wäre gut, wenn wir ein bisschen Limonade bekommen, weil Donnerstag und Freitag so heiß werden. Limonade. Deshalb kommen wir wahrscheinlich nur in Schurz. Wenn die nicht zu Schurz sind. Wir trimmen hier auch den Busch. Den haben wir bei Skagit schon auch gemacht. Also wir haben schon trainiert. Dafür brauchen wir eine große Hängschere. So nach dem Motto, Busch muss weg, ja? Ja, genau wie bei Ihnen am Grünstick, Herr Juri. Herr Juri? Ja. Im ganzen Oberhalt abgesägt. Hallo, wir sind schick. Wir müssen zören. Ist das der Herr Max? Ja, also wenn ihr da weit... Nein, das ist Lava. Wenn ihr weitermachen wollt, also da hinten sind ganz viele Bäume, die mir meine Sicht wegholen auf die Autobahn, wo die Leute Unfälle bauen an der Brücke. Also wir können die Bäume runterrollen lassen. Wir können die Bäume wegmachen. Das wäre schön, dann kann ich wieder zugucken, wie die Leute gegen die Pörer fahren auf der Brücke. Aber da brauche ich ein Diaschwert. Das habe ich nicht. So viel Geld habe ich nicht, dass wir uns das leisten können. Dann können wir dann nichts machen. Scheiße. Kann ich nicht mal anderen zugucken, wie sie einen Unfall bauen. Aber Juri, ich habe auch was für dich getan. Du hast was für mich getan. Da ist so eine sehr reiche Straßengänge, die machen Geld mit Drogen und so. Die wollen ein bisschen was bei sich in ihrem Viertel investieren. Die wollen da irgendwelche Sachen umbauen. Siehst du, dass die reich sind? Die sind sehr reich. Man sieht denen das zwar nicht an, die stinken auch aus dem Mund, aber die haben Kohle. Also sagst du 10% mehr Kohlen, ja? Kannst du schon 10% draufschlagen. Oder ich habe das falsch verstanden und die wollen wirklich nur ein bisschen... Das wollte ich sowieso auch nochmal wissen. Du hattest letztes Mal was erzählt von so einer Mülldeponie. Wo man eine Couch herbekommt und so. Ja, Sandy ist doch hinten. Da ist doch so ein abgeschlossener Flugzeug hier. Da irgendwie. Das ist Sandy hinten. Da hat man getrunken hin. Nein, das ist hinten bei... Boah, das ist bei Yellowjack hier. Andere Straßenseite. Das ist doch so eine seiner Müll halten Ding scheiße da hier. Und da muss man sich eine Couch besorgen. Ja, da ist garantiert Couch noch da. Oder du holst die Sitze aus dem Flugzeug raus. Reicht, oder? Da muss ich nochmal nach... Warte mal, ich rufe den mal an. Weil ich habe... Die wollen dick investieren in irgendwas. Geht keiner mit rein. Ich fülle dem nochmal auf den Zahn. Dann müssen die weinen. Ich habe übrigens die Raupe zu uns in ein paar gefallen, ne? Schon mal? Ja. Und es kann sein, dass das ein oder andere Auto, den ich zerkratzt habe. Ja, passiert mal. Das ist ein bisschen größer und breiter halt, ne? Ja. Weil es kann nicht mit großen Dingen umzugehen, ja? Ja, eben, weil ich einen kleinen Schwanz habe. Ja, das stimmt wirklich. Aber wie mein Papa mal gesagt hat, genießt die kleinen Dinge im Leben, ne? Das habe ich dem Miele auch mal gesagt. Vorm Sex. Sie dürfen ruhig lachen, auch wenn sie Russen sind, Herr Juri. Alles gut, alles gut. Sein Sinn ist so klein, nicht? Sein Sinn ist so klein, nicht, Herr Frodo. Ja. Slava sagt schon gar nichts mehr. Was sind Slava? Slava. Slava. Ja, du schaffst garantiert nicht, seinen richtigen Namen auszusprechen. Slava. Slavik. Geboren. Slava. Slava. Gib dir mal seinen Ausweis, dann kannst du... Slava. Gib mal Ausweis. Bitte? Wo da? Du hast ihn noch gar nicht gezeigt. Wo? Du sollst ihn nicht mehr geben. Warum nimmst du den weg, wenn ich den geben will, den Typ? Weil er sich nicht schließen kann. So hast du jetzt... Das war gar nicht so schlecht, aber es passt. Ich versuch's gar nicht erst. Wer sei froh, dass du meine kennst. Hat jemand den Kopf, von dem sie deinen Namen da reinschreiben sollten, auf die Tastatur geklatscht? Jetzt war... Das war ein Disrespect, ne? Ja. Geh nicht. Ich glaube, so würde du... Du bist nur Fahrer, halt die Klappe. Und ich hab vielleicht ne Info für dich, Juri. Was für Info? Diese komische Pferde-Range. Im Osten. Östlicher Highway. Da gibt's eine Range. Kennst du die nicht? Da gibt's so ein riesen Anwesen. So eine Felder Range. Ja, da, wo dein Mann manchmal rumrennt. Das ist so ein alt-spanisches Gebäude. So eine kleine Range, so eine Finca. Kann sein. Würde ich die kaufen, oder würde ich die nicht kaufen? Also, wenn ich das Geld hätte, würde ich die kaufen. Und die wird, glaube ich, demnächst frei. Aber das ist gar nicht egal, wie das hier. Na, das nicht, aber ist halt vielleicht so ein Weiterverkauf oder so. Investition. Weil ich glaube, da sind einige geil drauf. Ja, aber das ruffällt auch. Ja, aber das kannst du keinen Schwanz leisten. Sicher? Ja, ich weiß nicht. Weiß nicht, was ist das Kurs dann so? Ja, da kannst du rechnen mit... Warst du bei dem Daumen gepeilt? Würde ich so schätzen, so... 10 Milliarden? Okay, das kann ich mir nicht leisten. Noch nicht, hä? Das ist... Das schaffen wir nicht. Wenigstens wurde das Flugwerk fertig. Das ist locker ein paar Milliarden. Aber egal, wir können jemanden empführen, nur die zwingen, das für 5 Dollar abzugeben. Ja, nein, für ein bisschen randalierender, preis runterdrücken. Du willst zum Militärstützpunkt randalieren? Die haben Panzer, ne? Was haben wir? Wir haben einen Bulldozer. Ja, das reicht nicht. Ja, wir haben drei Bulldozer. Das reicht auch nicht. Wir haben Betonmischer. Das reicht auch nicht. Wir haben Max. Das reicht. Weil der hat ein Zeh auf dem Stirn. Was wollte ich noch fangen? Ach so, wann sollte das... Diese Woche sollte es stattfinden, ne? Was? Das mit der Villa? Ah, da muss ich noch gucken. Der Herr Fischer hat jetzt keinen Bock auf einmal da drauf hier. Aber das ist der Einzige, der keinen Bock da drauf hat. Auf diese Etage? Ja, auf das ganze... Ja, das ist ja ganz das Gebäude hier. Wie, der hat keinen Bock auf... Hä, die haben das doch bestimmt in Auftrag gegeben. Nein. Ja, aber der Staat? Indirekt hat, ne? Aber er sagt, nein, brauchen wir nicht wollen. Der hat sich richtig kräftig mit dem Anrecht. Richtig zu sauer gemacht hat er davor. Aber eigentlich Fischer hat nicht viel zu melden. Oha, wie kann das im Wasser fallen? Ja, ich hoffe nicht. Sonst muss ich halt was anderes einfallen lassen. Ich hätte sonst einen PD zu vermieten. Ja, ja, nehmen wir auch. Kein Problem. PD nehme ich auch. Mit Tiefgarage. Ja. Da machen wir den Luft. Ist ja dann kein Staatsgebäude, ne? Ja, dann kratzen wir einfach Police Department ab. Schreiben wir drauf... Raublin. 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 Warum, man darf doch... Das ist doch nicht rechtlich geschützt. Police Department. Das wohl... Ich weiß nicht. Ach, guck mal. Er hat keine Ahnung, was Fischer schon wieder hat. Der war wieder am Bläufen wie Sau, halt. Wie immer. Vielleicht will er auch den Preis drucken oder so. Ja, Fischer hat auch zu dem gesagt, dass er angeblich das Weinbud BD bei uns in Auftrag gegeben könnte, was aber Bullshit ist. Das ist ausgekauft dem seiner Gehaltsklasse. Dann müssten wahrscheinlich ein paar Köpfe rollen. Wenn das nicht zustande kommt. Auf jeden Fall von diesem Kopper. Fischer? Das ist der schief, ne? Nein, nicht den. Ich meine, dem die Willner gehört. Ach, kann. Ja, der ist Bist. Der hat keine Ahnung. Wie geht Fischer? Der hat keine Ahnung, was er abging genau. Wir haben sich gegenseitig am Telefon angeboten. Aber die bekommen ein ganz komplett neues Police Department und der will das nicht? Ja. Hä? Willst du mal sehen? Wir haben es hier ungefähr. Können wir uns das angucken, gill? Nein, aber ich kann nicht hier so eine animierte Bild ruperschicken. Per Bluetooth? Oder erst einmal? Ich kann auch immer mehr versuchen, aber das dauert. Premium, Digga. Per Bluetooth, das schnellst du dein WLANs hier. Hast du Kabel dabei für WLAN? Nein. Mein Handy unterstützt kein WLAN. Das hat nicht mal eine Kamera oder so. Im Prinzip hat das gar nichts. Das kann gar nichts. Ja, ich habe so ein Billig-Handy. Ja, warum kannst du ein Billig-Handy? Ja, weil es nur die zu kaufen gibt. Ah, Akadis, du hast es aus seriösen Gründen. Ach so. Dann werf das Handy weg und kaufe dir ein anderes irgendwo. Ja, deswegen heißt das ja Wegwerf-Handy. Ah, ich verstehe. Und wo? Boah. Boah. Das sieht schon gut aus. Ja, das finde ich eigentlich auch, aber jo. Aber wie hast du das ausgenommen? Hast du so einen Selfie-Stick am Rücken gehabt? Ja, so, so, so. So, so, so. So, so. Weißt du gar nicht, der Typ war da ein Glatzer. Ist das einer von gut ist? Das sind die Arbeiter aus Polen. Die sind billiger, die haben keine Karre. Die brauchen nicht so viel Wasser beim Waschen. Boah. Und das, warum will der das nicht haben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oder, ich denke mal, der blöft nur. Vielleicht blöft der nur. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mal anrufen soll, aber ich habe eigentlich keinen Bock auf den Penner. Der gibt mir immer auch den Sack. Sollen wir den einpacken? Den willst du freiwillig nicht einpacken. Das willst du dem nicht antun. Weil der immer rumschreit? Ja, nicht nur das. Der ist immer zu Hause. Steckt ihm eine Socke im Mund von Quack? Ja, gibt Socke. Nein, gib ihm den Fuß aus der Toilette. Oh, wenn er dann nachher wird er noch schwanger. Wenn er den im Mund hat. Vielleicht steht er auch da auf. Vielleicht tausche ich den damit und der sagt Theater. Eine gute Mannschaft auf jeden Fall. Ja, du bist ja, das sind nur noch vier Personen. Ja, das hast du letztes Mal schon gesagt. Ja, ich weiß nicht genau, ob es ja sein könnte. Dass ich wieder irgendwas vergesse im Körper. Wäre nicht das erste Mal. Aber, was? Ja, dass ich irgendwas vergesse. Ich bin schon ein bisschen älter, ich vergesse immer Sachen zwischen mir. Dann hol den Sekretärin. Ist gar nichts frei. Ja, mach ich das nicht nach. Aber die verlinkt 100.000 am Tag. Weil die kann eine Schönschrift schreiben. Das kann ich gar nicht lesen. Aber auf Druckbuchstabeln. Die kann auch ein Ding schreiben, koholisch. Das ist noch besser. Oder Hieroglyphen. Ja, ist doch das Gleiche. Ist das das Gleiche? Ja. Die Russen stammen von Ägypten ab? Wer garantiert irgendwo? Keine Ahnung. Nein, uns ist kalt. Denen warmen? Ach, keine Ahnung. Wir kommen aus kalt, die kommen aus warm. Ich komme aus dem Junkiepark. Ist der kalt oder warm? Da ist tatsächlich schon ein bisschen kalt. Wir wollten letztens ein Lagerfeuer machen, aber hat nicht funktioniert. Ja, wir haben Gefriertemperaturen. Eher mal fünf. Was? Ihr habt Gefriertemperaturen? Ja, da kommen wir mal die Meereswinde durch. Und die packen wir meistens an und dann fegen wir überall durch. Ja, vom Kanal, die. Ja, die frische Kanalluft, die zu warm ist, ja. Ja. Die leckeren Gase. Aber wenn wir eine Couch da hinstellen, muss das nicht irgendwie vom Bauamt abgenehmigt werden? Warum, wenn euch die selber da hinstellt? Wenn ihr einfach hoch fahrt, durch das auf Ecke werft, durch die Gäste herstellt. Aber jemand muss sich das doch angucken und sagen, okay, das kann... Warum? Wegen der Natur auch. Ist doch Naturschutz gut. Wo ist das Naturschutzgebiet? Bei uns liegen Pinguine Eier im Baum. Ja. Die stehen hinter Naturschutz. Da muss der aber ganz schnell los. Warum weint der denn jetzt? Warum weint denn der? Hat der das auch gehört? Da muss der aber ganz schnell los. Warum weint der denn jetzt? Liebt der Pinguine? Ich habe keine Ahnung. Hat ihn mal ein Pinguin verlassen? Ich bin halt der Oberflagte. Wir fragen viele, wenn die uns sehen. Boah, ist das geile Auto. Ich finde das gar nicht so wübsch. Das ist schon ganz, ganz bequem. Hallo, ist mein Chat kaputt? Hallo? Kannst du dir vorstellen, du hast einen sehr großen Kofferraum. Da passt doch ein Fischer rein. Hunter Pro. Jetzt geht die das abschicken. Nee, die geht noch kurz kacken. Ja, ihr müsst ja dem extra Rasen beenden. Und okay. Ja, ich frage die, wo gehe ich vorher mit Tute. Aber jetzt, wo wir allein sind. Wer kann so strahbar, kannst du offen sehen. Also okay. Nur das Gedanke schon mit vor. Achso. Wegen der Bangsache, hast du schon da Informationen? Gar nichts. Boah, das ist schwierig. Absolut gar nicht so schwer. Es geht garantiert um diese Schulskitterstür, richtig? Mhm. Eigentlich um alles. Schwierig. Ich lenke die ab. Aber ich habe da schon eine Idee. Da müssen wir das Angst klären. Ja, und mit dem Willen müssen wir gucken. Der Vorteil ist, wir könnten eventuell gucken. Wir können den Bautrupp ja eh am Weinbutt bedicht stehen. Vielleicht wir können den mal eine Nacht darüber schicken, dass sie da ein bisschen was kraschiv machen. Oder einen Tunnel bis in den Tresorraum. Wie viele Löffel hast du zum Bautrupp für den Tunnel? Drei. Das dauert ein bisschen länger dann. Ich habe leider keine Tunnelbohrmaschine. Ich nehme einfach die Raupe. Ja, aber damit kannst du nur Dreck wegschieben, kein Lochbuddeln. Nein, ich habe, ich habe, ich habe keine Bohrmaschine hier. Diese Tunnelbohrmaschine habe ich nicht bekommen hier. Ich habe irgendwas gefasst hier von wegen, ein Jahr, das ist zu gefährlich hier. Du darfst keine Tunnels bohren hier. Ja. Du arbeitest doch auf den Baustellen, ne? Ja, ich wollte ja eigentlich hier noch so einen schönen Keller, zehn Etagen tiefer drunter, aber... Du hast nicht zufälligerweise Bauarbeiterhelme, oder? Selbstverständlich. Ich glaube, ich muss mir vier Stück ausleihen. Kann der auch morgen vier Stück schenken? Ich habe wieder so eine Idee. Was für eine Idee kostet? Ja, wir müssen die Bank auskundschaften. Ich glaube, ich werde ein Dokument abfertigen, dass wir irgendwie so eine Elektrofirma sind, und dann gehen wir die Bank rein und kundschaften die aus. Damit wir gucken, wo Kameras sind. Was für die Sicherheitssysteme... Ja, da müsst ihr euch auch mal hier so Blaumanns anziehen, die scheiß Dinger heißen. Ja, ja, genau. Das machen wir. Dann kommen wir uns das Sicherheitssystem an. Meine Arbeiter haben immer hier diese Warnwesten, die haben die immer an. Das ist doch eine gute Idee. Und dann checken wir das Sicherheitssystem aus. Ich glaube, wir haben die nicht. Ich habe mal in die Unterlagen reingeguckt hier, was im Stadtarchiv hinterlegt ist, und die haben nur diese Sicherheitstür, ein paar Kameras und eine Tresortür. Also da ist nicht so viel abgesichert. Aber die haben mit Sicherheit einen Tresor. Ja, da haben wir einen großen Tresor. Ja, ich habe keine Ahnung. Da brauchst du Sprengstoff. Da muss ich auch mal nachhaken. Oder Bohrmaschine. Bohrmaschine, so. Vielleicht können wir vom Baustier klauen. Ihr könntet versuchen, was ist schon in unserem Baucontainer gewesen? Da steht aktuell, wir haben unseren Baucontainer hier am Neugieriggebäude. Da haben wir uns drei Container. Ja, da steht unser Baucontainer. Musst du gucken, vielleicht wird kaum was drin liegen. Ja, aber so eine handelsübliche Bohrmaschine will da nichts bringen. Ja, wir haben da schon ein bisschen bessere Bohrmaschines liegen. Von wo? Na, mach ich da. Aber? Mit Akkultpengen. Ja, klar, Alpino. Klar, klar, mach ich. Ich glaube, da muss die Macken alles GmbH rein. Ja, wie gesagt, ich könnte mal gucken, dass ich vielleicht mal so so einen Abelzug hier, ne, ein bisschen was rüber drücke, sage ich, hier, komm, geht mal da rüber, guck mal, was ihr da eventuell auch machen könnt. Ähm, weil da fragt dann dich keine Nachwahl, weil es kalt, ne, warum auch immer von uns, wenn die mal da steht, ja, dann ist das halt so. Normalerweise interessiert nicht wirklich einen. Vielleicht müssen wir den Safe nicht mal aufmachen. Ja, aber es wäre doch geiler, wenn du an die Goldbarren reinkommen würdest. Was meinst du, wie viel Geld in so einem Safe drin ist von der Staatsbank? Also von mir liegen da irgendwo 20 Millionen. Ja, aber das ist bestimmt sondergesichert, oder? Das liegt da im Schleswache, halt im Tresor. Ist versichert? Ist das verständlich. Ja, dann passt doch. Was haltet ihr denn von der LD? Ach nee, funktioniert auch nicht. Da muss ich nochmal nachhaken bei dem Typen, den ich an der Hand habe. Wegen Sprengstoff. Weißt du, gibt es hier nicht irgendwie Strohfrintern oder irgendwie was, womit du vielleicht das Schloss da vom Kacken schießt? Damit kommst du nicht durch. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die hier für Schlösser kamen. Da brauchst du vor 8 Bitubo C4. Da brauchst du, da brauchst du Sprengstoff. Oder du hast einen Dings. Irgendwie einen Hacker oder so, der die Systeme im Arm legt und das Ding elektronisch öffnet. Oh, das wüsste ich vielleicht jemanden. Ja, ich habe da auch schon Kontakt. Aber der ist erst am 5.12. wieder da. Warum erst am 5.12.? Hm? Warum hat der Urlaub? Ja, ja, der ist im Ausland. Also ich könnte nur falls auch ein, dass ich vielleicht damit diese ganze Scheiß hier, diese reintippenden Laptop scheiße ausgehen. Ja, wir müssen erst mal eine Erfahrung bringen, wie viel Geld da ungefähr drin liegt. Ja, wenn ich nach mir gehe, also minimum 20 Millionen. Ich weiß nicht, was die ganzen anderen Bürger hier so auf dem Motto kommen. aber ich rede von physischem Geld. Dein ganzes Geld liegt doch nicht physisch da rum. Das ist doch einfach nur eine Zahl auf einem Computer, was irgendwo rumliegt. Ja, das ist halt, denke ich mal, bei allen so. Ich weiß nicht, ob die hier überhaupt irgendwie ein Barvermögen oder Staatsvermögen überhaupt haben. Ich meine, bei dem, was ich hier für die Geiseln zahlen, kann das nicht viel sein. Ich schätze mal somit, also physisches Geld liegen da bestimmt 5.000. 5 Millionen. Boah, ich weiß nicht. Zwischen 5 und doch bestimmt. Wie viel zahlen die für Geisel? 13.000. Und dann ist noch die 5 Millionen da drauf. Ja, aber das ist ja die Bank, ne? Das ist für die Zeit und so wenig. Ja, aber das Steinskurs ist dann hier sogar, Tschüss, da wünsche ich. Das ist einfach hier. Da. Du weißt ja, früher, du hast mal so ein bisschen was mit diesen Computers gemacht, richtig? Da. Ja, weißt du, wie dieses, dieses hier, dieses, dieses, ich hab das vergessen. Wie heißt das nochmal? Sicherheitssystem. Ja, wie man da reinkommt, so mit diesen Laptops hier. In der Staatsbank. Habe ich mir noch nicht angeschaut. Muss ich mal schauen. Wenn ich das sehen kann, dann bekommt man die Software, die die benutzen, heißt GTMP. Absoluter Müllscheiße. Überall Sicherheitslöckeln und so. Das Ding ist keine 30.000 wert gewesen. Ist auch absturzgefährdet? Ja, ja. Ich glaube, das sollte man leicht knacken können. Da hat die Bank auf jeden Fall gespart. Ja, kein Wunder. Das ist absolute Dreckscheiße. Und sehr veraltet. Da kriegt man Kopfschmerzen, wenn man da drauf guckt. Aber jede 15 Minuten. Und der Sing zwischen dem Server und dem System ist auch nicht so gut. Da leckt alles und so. Ist alles ein bisschen verzögert und versetzt, ja. Ich habe mal gehört, dass die 30.000 Dollar dafür wollen. Ja, sollen wir das einfach kaufen? Das lohnt sich nicht. Das ist nicht mal 1.000 wert. Ich glaube, das wurde im Editor geschrieben. Als Batch-Datei oder so. Machst du das hier auf Alter? Hier diese WC, die die mit dieser großen Rösen-Fernseher Monitore-Ding? Die sind sicherer, die Dinger. Ja, dann ist das doch kein Problem, in den Tresor reinzukommen. Aber viel geiler wäre eigentlich, bevor man die Staatsbank nimmt, ne? So eine kleine Bank? Nein, was ist denn mit dem Casino? Das muss doch normalerweise auch Geld haben. Aber ich denke mal, das hat schon einen Grund, warum das Casino in der Nähe von der Staatsbank ist. Vielleicht hat das Casino an einem Tresoren so gespart und lagert ihr ganz Geld da drüben. Und so eine Sicherheitsfirma fährt das immer rüber, die paar hundert Meter. Also ich meine, das Casino hat garantiert mehr Geld für ein Sicherheitssystem, was nicht GTMP heißt zu haben. Vielleicht kann ich als das heißt vielleicht 5M oder so. Was ist der Trash-Talk hier? Das ist kein Trash-Talk. Aber 5M ist ja auch nur Copy-Paste-Software. Das ist doch auch geklappt. Ja, aber die AI ist besser. Ja, das stimmt. Die greifen dich alle an, wenn du das angreifst. Ja, da müssen wir mal gucken. Aber trotzdem kommst du nicht unentdeckt in eine Bank. Das muss halt auch vorgeplant werden. Und das ist richtig. Aber wenn ich so überlege, wenn da nur 5 Millionen drin sind, ja doch, das lohnt sich schon ein bisschen. Ich weiß halt nicht, wie viel eventuell im Casino wäre. Ja, aber das Casino hat nicht auf. Ergo haben die auch kein Geld. Also ich wollte noch nie zucken. Die Türen sind noch nie auf. Seit wann benutzt du Ergo? Ja, weil ich voll eloquent bin? Gesundheit ist voll, was? Du bist inkontinent. Ich bin eloquent. Inkontinent, da bin ich eloquent. Brauchst du Winde? Sollen wir Winde kaufen? Was ist das denn für dumme Hühner? Ja, er sagt irgendwas von Inkontinent. Das ist auch, wenn du Winde brauchst. Ja, das ist mein Cousin, ich weiß das. Ja, man, vielleicht ein Zweiler geschaffen. Du auch? Na und? Ich hab's aber zuerst gesagt. Das ist einfach getestet. Ja, ansonsten, wo ich halt Kohle noch sein könnte, wäre bei den Kopf, aber da hast du halt gar nichts. Das ist klar. Ist das eine Asiatenkammer oder was? Viel zu aufwendig für viel zu wenig Geld. Ja, denkst du Bank ist weniger aufwendig? Tatsächlich gibt es eine Sache hier, die richtig viel Geld erbringt. Koordinierte Angriffe auf die Shops mal 40 Mann oder so. Wie viel bringst du einen Scheisschop? 30, 40.000 Dollar am guten Tag pro Person und das mal 40. Ja, ist auch nicht so der Wahnsinn. Also für uns ist das viel gelter, Juri, ja? Ja, aber wenn du wie Dago bei Dagen in den Goldmünzen schwimmen. Nein, aber wenn du das mal gucken, wie lange brauchst du dafür? Wie viele Personen brauchst du dafür? Pro Shop eine Person. Ja, aber wie viel brauchst du zur Ablenkung? 15 Minuten ungefähr. Ja, ein Überfall dauert ungefähr 15 Minuten. Heute war Stress mit Polizei, die hatten Ballerei. Ich hab in der Zeit, wo die Ballerei hatten, drei Shops gemacht. 90.000 alleine und jetzt steht davor, 20 Leute machen das. Ja, okay. In so einem Moment. Oder 40, ne? Es gibt überhaupt so viele Sachen, die man ausrauben kann. Klar. Es gibt genug Läden. Kannst du die Apotheken überfallen. Darf halt nur nicht schief gehen. Baumarkt. Da kannst du die Bretter klangen. Baumarkt, du guckst, soll der Funke rausrühren. Kommst du, hast du noch ein bisschen Brust? Nein, das ist doch ach. Dass jeder kommt, springt auf Sachreisen, den Arschkopf in so einem Scheißstück Brustik mit irgendwelchen Elektronik bis 1940. Ja, das hast du geklärt? Ja, wir sind nur ein Brainstorm, aber ich wollte auch nur mal danke sagen, fürs klären. Mit der Wälder wenn das egal, ob das klappt oder nicht. Das wird schon klappen. Und den Jadich sag ich, wenn die wirklich nur oben gegenüber von Mellowjack da müssen wir hin und das muss nicht abgenommen werden. Was Mellowjack? Ja, ja, genau. Diese Couch und so, wenn man ein bisschen bastelt. Vielleicht mache ich mal einen Baum aus. Ein Baumhaus. Wollte letztes Mal schon Baumhaus bauen, du hast gesagt, nein. Wir sind nämlich die Bogenschützen aus dem Süden. Ja. Helfen Elfen. Wir blasen den Hörner. Also Egal, Juri, wir wollen nicht weiter auf den Sack gehen. Alles gut, willkommen. Ja, aber dem war es Mulde. Ich sehe schon, wie der sabbert. Warte mal, hast du dein Haus abgeschlossen, Juri? Wo waren die zwei? Ich weiß nicht. Ich kann schießen. Ich bin nicht lange weg, ne? Habt ihr wieder auf dem Klo? Vielleicht waren die Frischis sehr. Hast du sein Büro mal gesehen, der noch? Ja, von oben. Ihr habt aber nicht vom Juri das Schlafzimmer eingesaut, ne? Nein, von außen aber geguckt. Das waren die Frecken an der Scheibe. Wenn du Arschbacken abdrücke oben an der Scheibe hast, ne? Das machen wir Donnerstag oder Freitag weg. Ich bringe ein Glas klammelt. Glas klammelt. Eiskalt. Okay, dann schulden haben noch. Bitte schwimmen. Juri, macht gut, Herr Juri, was schön, sich kennengelernt haben. Schlafe gut Abend. Ich schlafe gut, boys. Dammel, Ditti. Können wir deinem vollem vertrauen? Ihr weißt, wenn nicht, dann gibt es ein Brett. Kannst du mal das Licht anmachen? Wie oft sollen wir denen das was sagen sollen? Wir gehen die Tage, das müssen wir jetzt organisieren, gehen wir die Staatsbank auskundschaften. Ich mache ein Dokument fertig, dass wir so eine eingetragene Firma sind, eine Elektroniker Firma. Der Juri gibt uns Bauwälder Helme, dann ziehen wir so einen Parker an, wir müssen noch einen Rumpo besorgen und dann gehen wir in die Staatsbank und gucken uns die Elektronik an. Ein paar Bilder machen, wo die Sicherheitskamera filmt. Vielleicht kommen wir ja bis zum Safe, wenn einer so dumm ist da drin. Damit wir wissen, womit wir es zu tun haben. Okay. Ich versuche Sprengstoff zu organisieren. Ich kundschafte dann die Mitarbeiter aus. Ich trenne labil von nicht labil. Ja, wir machen drei Elektroniker. Ne, Mela und Jufre sind ohne so. Vier Elektroniker und weiß nicht. Du kannst ja mit Scarlet so ein Pärchen spielen, seid ihr eh schon. Ihr seid ein Kunde in der Bank. Ihr guckt dann wo die Kamera ist. Okay. Können wir machen, ja. Siehst du Xalit, mit was für Leuten wir verkehren? Wir nehmen das Ding komplett, Hobbs. Geil, wir verarschen die, wo wir dabei stehen. Oder sagt der Beide, wenn wir einer irgendwas von Scheinkreise erzählen möchte. Du ist Scheinkreisen erzählen, fliege ich auf, ne. Und sage ich so, Auto machen, so, ich mache ein Dubs. Nein, du sollst dir nur die Dinge angucken. Die Sicherheitssysteme, oder was für eine Marke die haben. Genau. Geil, rauchst du? Kiffer. Du bist am Kiffern? Hast du auch Stiftzigarette? Du altes Drogenluder. Ja. Und? Wie aus dem Junkiepark sind Strick gegen Drogen. Genau, deswegen heißt der Junkiepark. Schande. Ach, dann sind wir gar nicht an Junkiepark. Wir sind Raupen. Wir sind Raupen. Außen Raupen, außen Junkiepark. Das wird gut. Ich bin gut an Auskundschaften. Das habe ich halt gesehen. Ja, ich habe Noah gefunden und eine Gang. Ja. Hallo, ach so, Schande. Aber sonst war echt nix an ihr. Oh Gott, das war deprimierend. Der hat nicht mehr ihre Haare nicht. Wir können uns ja wie Penner anziehen, Charlotte, und dann tun wir so Sven, würden wir einen Kredit vollen. Nein, weißt du, was du macht? Ihr zieht euch wirklich wie Penner an, dann nehmt ihr von Quack eine Socke, tut ihr Kleingeld rein ganz viel, damit das richtig lange dauert, bis ihr euer Kleingeld gezählt haben. Das kann man natürlich auch machen. Ja und ihr musst stinken aus dem Mund, aber das tut ihr schon. Hey, Schande. Schande, Schande. Schande. Oh, das wird nicht gut. Hure. Was, hast du die fast umgefahren? Was? Hast du E-Mail 5? Ne, ich hab Geisterbox, aber. Wo bist du? Okay. Zeig dich! Motherfucker. Gib uns ein Zeichen. Gib uns Scheiße. So, ich geh zpellen. Ich auch. Ja. Biti, du penst im Auto, ne? Und Scarlett, du penst im November. Nein. Du hoch und wehe, mach das Laden, wo es kaputt ist. Hä? Was? Was willst du kaputt schlagen? Wehe, mach das Ladenrost kaputt. Wow. Das ist ja schon gefickt, du penner. Das ist eine coole, weil ich einen Fettsack bin in der Matratze. Ich dachte, Mila. So, lass doch dich im Arm geworben. Ach, die schläft mit Erhöhung? Cool. Ja, das Kinder sitzt im Bett eingebaut. Schande. Komm her. Rope. Ja, Rope for life. Wow. Okay, bis morgen. Why? Ja, why? Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. War ich gut heute, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jeden Tag quasi was zu tun haben, Alter, so die Story richtig zum Laufen bringt. Ich mag das, weil ich mich mal dann auf LP freue, weil ich weiß, wir stehen nicht nur rum oder so. Ich habe nicht Bock, selbst wenn das nicht funktioniert, mit der Stadtbank, allein der Plan, das auszukundschaften und so. Es ist halt immer was zu tun. Gucken wegen der Wille auf, nicht funktioniert hat. Ja, geht voran. Gefällt er mich. Macht mich glücklich in meinen Hosen. Ja. So. Der Herr Johnny, danke schön für den We713 und Highclass Pöbel. Hatten wir alle schon, Slavik und so, Dolly of Zoom, Weight Pose, U-Vogel, danke schön für den Prime, herzlich willkommen. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Vielen lieben Dank für den ganzen Support, Mann. Ihr macht mein Leben lebenswert. Ey, wir wollten niemanden hosten. Ist eh wieder nur Dexas da. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Ich habe kein Wachzug. Ihr werdet auch den Weg schon finden, wenn ihr weiter HP gucken wollt. Sind auf jeden Fall eine Menge Leute online. Wunderschöne gute Nacht. Wie gesagt, vielen lieben Dank. Wir sehen uns morgen, aber morgen wahrscheinlich Shortstream. nur mit der Übergabe und so. Und wenn ich morgen mitkriege, weil ich morgen mit, ich bin mittags manchmal so im HP, wenn ich da mitkriege, dass das eh nicht läuft, schreibe ich bei Twitter, dass heute kein Stream ist. Ich sage euch auf jeden Fall Bescheid. Tschuhus. Gute Nacht. Schlaft alle gut und seid artig. Der Marino. Tschuhus. Tschuh-tuh-tuh-tuh. Tschuh-tuh-tuh-tuh. Tschuh-tuh-tuh. 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 Vielen Dank.